Der Plan Marc Rodin knipse sein Transistorradio aus und erhob sich vom Tisch, auf dem das Frühstück fast unberührt geblieben war. Er ging zum Fenster hinüber, zündete sich eine weitere Zigarette an und starrte auf die Landschaft hinaus. Der Sohn eines Schusters war noch keine 20 gewesen, als er in den Tagen, da die Deutschen Frankreich überrannten, in einem Fischerboot nach England entkam, um sich dort als einfacher Soldat freiwillig zum Dienst unter dem Zeichen des Lothringer Kreuzes zu melden. Die Beförderung zum Sargenten und später zum Feldwebelleutnant hatte er sich in den blutigen Schlachten von Nordafrika unter König und in der Normandie unter Leclerc verdient. Die Offizierslitzen, die er nach Herkunft und Erziehung nie erhalten hätte, verdankte er seiner im Kampf um Paris bewiesenen Tapferkeit vor dem Feind. Und nach dem Krieg hatte er vor der Wahl gestanden, in das Zivilleben zurückzukehren oder in der Armee zu verbleiben. Aber auf welchen Beruf hätte er zurückgreifen sollen? Ihm blieb nur übrig, sich in ein Kolonialregiment versetzen zu lassen. Innerhalb eines Jahres nach seiner Abkommandierung zur kolonialen Fallschirmtruppe in Indochina war er Kompanieführer geworden. Er lebte unter Männern, die so dachten und sprachen wie er. Auch dem Sohn eines Schusters konnten Beförderungen winken, nach Fronteinsatz und abermaligem Fronteinsatz. Als der Krieg in Indochina zu Ende ging, war er Major. Und nach einem unglücklichen und enttäuschenden Jahr in Frankreich wurde er nach Algerien geschickt. Der französische Rückzug aus Indochina und das in Frankreich verbrachte Jahr hatten seine latente Bitterkeit in einen verzehrenden Hass auf alle Politiker und Kommunisten, was für ihn ein und dasselbe war, verwandelt. Die Preisgabe Indochinas war ein ungeheuerlicher Verrat an den tausenden junger Männer gewesen, die dort hatten fallen müssen, umsonst, wie sich jetzt erwies. Ein Treubruch wie diesen, das schwor sich Rodin, konnte und durfte es nie wiedergeben. Algerien würde das beweisen. Als dann schließlich der unwiderlegbare Beweis erbracht war, dass Charles de Gaulle's Konzept von einem erneuerten Frankreich an französisches Algerien nicht vorsah, zersprang Rodins Weltbild wie eine zu Boden geschmetterte Vase. Rodin führte sein Bataillon, von ein paar Duckmäusern abgesehen, die hinter den Ohren noch nicht trocken waren, geschlossen in den Putsch von 1961. Der Putsch misslang. Rodin hatte mehr Glück als manche seiner Kameraden. 120 seiner Offiziere hielten zu ihm. Das war darauf zurückzuführen, dass die von ihm befehligte Einheit einen höheren Prozentsatz in Indochina und Algerien bewährter altgedienter Soldaten aufwies als die Mehrzahl sonstiger Formationen. Gemeinsam mit den anderen Putschisten gründeten sie die geheime Armeeorganisation, die sich verschworen hatte, den Judas im Élysée-Palast zu beseitigen. Im Winter 1961 wurde Rodin zum Stellvertreter Antoine Argos, des Stabschefs der exilierten OAS, ernannt. Solange es um Frankreich und die Ehre der Armee ging, zeigte er sich als ebenso blinde Eiferer wie jeder andere OAS-Führer. Wenn er sich jedoch einem rein taktischen Problem gegenüber sah, konnte er dem mit konzentriertem, logisch-pragmatischen Denken zu Leibe rücken, das wirksamer war als alle fanatische Begeisterung und sinnlose Gewalttätigkeit. Eben diese Fähigkeit war es, die er auf das Problem, mit dem er sich am Vormittag jenes 11. März befasste, methodisch ansetzte. Das Problem, wie man Charles de Gaulle umbringen konnte. Am Ende seines stummen Zwiegesprächs mit sich selbst murmelte Rodin, ein Mann, den keiner kennt. Er überflog die Liste derjenigen, von denen er wusste, dass sie nicht davor zurückschrecken würden, einen Präsidenten zu ermorden. Über jeden einzelnen von ihnen existierte im französischen Polizeiministerium eine Akte, die so dick war wie die Bibel. Weshalb würde er, Marc Rodin, sich sonst in einem obskuren österreichischen Gebirgsdorf versteckt halten? Gegen Mittag hatte er dann plötzlich die Lösung gefunden. Er verwarf sie zunächst, kam aber doch immer wieder auf sie zurück. Wenn sich ein solcher Mann finden ließe, sofern es ihn überhaupt gab, mit verbissener Geduld begann er einen neuen, auf diesen Mann zugeschnittenen Plan auszuarbeiten, den er dann einer scharfen, allen nur denkbaren Hindernisse und Einwände berücksichtigen Prüfung unterzog. Der Plan bestand sie, und er wies sich, selbst was das Problem der Sicherheit betraf, als hieb- und stichfest. Am frühen Nachmittag hatte er Koffer und Aktentasche gepackt, die Rechnung bezahlt und das Haus verlassen. Er war bereit, sich in einsamer Mission auf die Suche nach einem bestimmten Mann, genauer, dem ganz bestimmten Typ eines Mannes zu begeben, von dem er nicht einmal wusste, ob es ihn überhaupt gab. Rudins Suche endete erst nach neunzig Tagen. Und alles, was er vorzuweisen hatte, waren drei schmale Dossiers, jedes in einem der Schnellhefter stecken, die er ständig in der Aktentasche mit sich führte. Es war Mitte Juni, als er nach Österreich zurückkehrte und sich in Wien in der Pension Kleist, Bruckner Allee, ein Zimmer mietete. Auf der Wiener Hauptpost hatte er zwei kurze Telegramme aufgegeben, eines nach Bozen, das andere nach Rom, um seine beiden engsten Mitarbeiter zu einer dringenden Besprechung zu zitieren. Innerhalb von 24 Stunden waren die beiden Männer in Wien. René Monclerc war mit einem gemieteten Wagen aus Bozen gekommen, André Casson per Flugzeug aus Rom. Marc Rodin nahm hinter seinem Tisch Platz und sah seine beiden Besucher nachdenklich an. Gespannt erwiderten sie seinen Blick, ohne jedoch Fragen zu stellen. Mit analytischer Sorgfalt begann Rodin die Lage zu referieren. Wir haben jetzt einen Punkt erreicht, an dem das vordringlichste Ziel unserer der Befreiung Frankreichs dienen gemeinsame Sache, die Beseitigung des Tyrannen, ohne die alle unsere sonstigen Pläne vergeblich bleiben müssen, mit traditionellen Mitteln praktisch unerreichbar geworden ist. Meine Herren, ich zögere noch weiter patriotisch gesinnte junge Männer auf Unternehmen anzusetzen, die kaum eine Chance haben, der französischen Gestapo länger als ein paar Tage verborgen zu bleiben. Kurz, es gibt in unseren Reihen zu viele Sänger, zu viele unsichere Kantonisten, zu viele Spitze. Die Geheimpolizei hat diesen Umstand für sich zu nutzen gewusst und die Bewegung so vollständig infiltriert, dass selbst die Beschlüsse unserer höchsten Gremien nicht geheim bleiben. Sie scheint innerhalb von wenigen Tagen, nachdem eine Entscheidung getroffen ist, genauestens über das, was wir vorhaben, wie wir es durchführen wollen und mit welchen Leuten im Bild zu sein. Montclair und Casson blickten auf. In dem Pensionszimmer herrschte Totenstille, die nur von den Prasseln an die Fensterscheibe schlagender Regentropfen unterbrochen wurde. »Wenn Sie mit mir in der Beurteilung der Lage, so wie ich Sie geschildert habe, übereinstimmen«, fuhr Rudolf fort, »dann werden Sie einräumen müssen, dass alle diejenigen, von denen wir wissen, dass Sie fähig und willens wären, den großen Hexenmeister umzulegen, auch der Geheimpolizei keine Unbekannten mehr sein dürften. Sie alle wären freiwillig, sobald Sie französischen Boden betreten.« »Meine Herren, ich glaube, dass die einzige Alternative, die uns bleibt, darin besteht, einen Außenseiter zu verpflichten.« Montclair stieß einen leisen Pfiff aus. »Ein professioneller Killer also.« »Genau das«, erwiderte Rudolf. »Es wäre töricht anzunehmen, dass ich ein Außenseiter bereit finde, einen solchen Auftrag etwa uns zuliebe oder gar aus reinem Patriotismus ohne Gegenleistung auszuführen. »Nur ein echter Profi verfügt über das Höchstmaß an Erfahrung und Kaltblütigkeit, das für eine Spezialaufgabe wie diese erforderlich ist. Und ein solcher Mann arbeitet nur gegen Geld. Viel Geld«, fügte er mit einem raschen Blick auf Montclair hinzu. »Aber woher wissen wir, ob wir so einen Mann überhaupt finden?«, fragte Casson. »Ja«, Rudolf hob die Hände. »Eins nach dem anderen, meine Herren. Dass es eine Fülle von Einzelheiten auszuarbeiten gilt, bedarf keiner Diskussion. Was ich zuvor von ihnen wissen will, ist, ob sie dieser Idee grundsätzlich zustimmen oder nicht.« Montclair und Casson blickten einander an, wandten die Köpfe dann wieder Rudolf zu und nickten. »Bien«, Rudolf lehnte sich so weit zurück, wie ihm dies die steile Rückenlehne seines Stuhls gestattete. Damit wäre Punkt 1 geklärt und Übereinstimmung im Grundsätzlichen erzielt. Punkt 2 betrifft die Sicherheit, von der das Gelingen des Vorhabens weitgehend abhängt. Meine Auffassung nach ist die Zahl derjenigen, die über jeden Verdacht erhaben sind, verschwindend klein und nimmt ständig weiter ab. Ich habe Sie, René, und Sie, André, herbeigerufen, weil ich von Ihrer absoluten Loyalität unserer Sache gegenüber überzeugt bin und weiß, dass Sie schweigen können. Zudem, René, ist Ihre Mitarbeit als Schatz und Zahlmeister bei dem Vorhaben, an das ich denke, schon wegen des Honorars, das jeder professionelle Killer ohne Zweifel verlangen wird, unerlässlich. Ihre Mitarbeit, André, wird dagegen nötig sein, um dem betreffenden Mann die Unterstützung einer Handvoll absolut zuverlässiger Männer in Frankreich für den Fall zu sichern, dass er auf sie zurückgreifen muss. Aber ich sehe keinen Grund, warum die Kenntnis der Einzelheiten des Plans irgendjemandem außer uns dreien zugänglich gemacht werden sollte. Ich schlage daher vor, dass wir einen dreiköpfigen Ausschuss bilden und die gesamte Verantwortung für das Vorhaben, seine Planung, Ausführung und Finanzierung selbst übernehmen. Wiederum blickten Cassand und Montclair einander an, wandten die Köpfe dann Rodin zu und nickten. Rodin blickte beide an, stieß langsam den Rauch seiner Zigarette aus und lächelte. Er hielt drei Hefte hoch, die er auf dem Tisch gelegen hatten. Neuerlich hoben Montclair und Cassand die Brau, wechselten einen Blick und schwiegen. Rodin fuhr fort. Ich halte es für das Beste, wenn Sie die Dossiers jetzt lesen und wir dann anschließend unsere erste Wahl treffen könnten. Es gab wenig genug zu lesen. Und wenn Rodin die Dossiers kurz genannt hätte, so war das eine deprimierend akkurate Bezeichnung gewesen. Cassand hatte das ihm ausgehändigte Papier als erste durchgelesen, sah Rodin an und schnitt eine Grimasse. Für mich ist es keine Frage. Seinem Dossier zufolge, sofern es der Wahrheit entspricht, ist der Engländer, den anderen Haus hoch überlegen. René, ich bin der gleichen Ansicht. Rodin nickte nachdrücklich. Ich hatte auch nicht angenommen, dass sich noch irgendwelche Zweifel ergeben würden. Noch bevor ich mit der Zusammenstellung der Dossiers fertig war, schien mir das Ergebnis der Wahl schon eindeutig festzustehen. Woraus folgt, schaltete sich Cassand ein, dass der nächste Schritt sein wird, den Kontakt mit dem Engländer aufzunehmen und ihn zu fragen, ob er den Job übernehmen wird und zu welchem Preis. Allerdings, sind wir uns darin einig? Rodin sah nacheinander beide Männer an. Sie nickten. Rodin warf einen Blick auf seine Uhr. Es ist kurz nach eins. Ich habe einen Agenten in London, dem ich jetzt telefonisch Weisung geben werde, den Mann zu kontaktieren und ihn zu fragen, ob er herkommen kann. Wenn er sich bereit erklärt, die Ardenmaschinen nach Wien zu nehmen, könnten wir nach dem Essen hier mit ihm zusammentreffen. Während das Taxi die Straße hinunterfuhr und in der Dunkelheit verschwand, wanderte der Blick des Engländers von der altertümlichen Frakturschrift auf dem Straßenschild zu den großen römischen Ziffern der Hausnummer über dem Eingang der Pension Gleist hinauf. Schließlich warf er seine halb gerauchte Zigarette fort und betrat die Pension. Oben angelangt blieb er einen Moment lang stehen und blickte den Korridor entlang. Am anderen Ende befand sich Zimmer Nummer 68. Rückwärtszählend rechnete sich aus, wo Nummer 64 sein müsste. Die Entfernung zwischen ihm und der Tür von Zimmer 64 betrug etwa sechseinhalb Meter. Zu rechten wurde die Korridorwand von zwei Türen unterbrochen, zur linken von einem schmalen, zum Teil mit einem Vorhang aus rotem Velour verhängten Alkoven. Er unterzog den Alkoven einer eingehenden Betrachtung. Unter dem bis auf etwa zehn Zentimeter über dem Fußboden herabhängenden Vorhang war die Spitze eines einzelnen schwarzen Schuhs sichtbar. Der Engländer drehte sich auf dem Absatz um und ging zur Portiersloge zurück. »Geben Sie mir Zimmer 64, bitte«, sagte er. Der Portier sah in einen Augenblick unschlüssig fragend an, gehorchte dann aber. Nach wenigen Sekunden trat er von dem kleinen Klappenschrank zurück, nahm den Hörer des Telefons auf den Tresen ab und reichte ihm dem Engländer. »Wenn der Gorilla im Alkoven nicht innerhalb von fünfzehn Sekunden verschwunden ist, fliege ich sofort zurück«, sagte der blonde Mann und legte auf. Dann stieg er wieder die Treppe hinauf. Oben angekommen wartete er, bis sich die Tür von Nummer 64 öffnete und Oberst Rodin erschien. Er starrte einen Moment zu dem Engländer hinüber und rief dann leise »Riktor«. Der hühnenhafte Pole trat aus dem Alkoven heraus und blieb vom einen zum anderen blickend abwartend stehen. Rodin sagte »Es ist in Ordnung, er wird erwartet.« Kowalski ließ den Engländer der jetzt auf den Oberst zuging nicht aus den Augen. Rodin führte den Besucher in das Zimmer. Das Mobilar war umgestellt worden, und der Raum wirkte jetzt wie die Schreibstube einer Musterungskommission. Von Papieren übersät diente der Schreibtisch als Tisch des Vorsitzenden. Dahinter stand der Stuhl mit der hohen Lehne, den jetzt zwei weitere, aus den angrenzenden Zimmern herbeigebrachte Stühle flankierten. Montclair und Casson, die auf ihnen Platz genommen hatten, blickten dem Engländer neugierig entgegen. Vor dem Tisch stand kein Stuhl. Der Engländer sah sich in dem Raum um, entschied sich für einen der beiden Sessel und drehte ihn so, dass er den Tisch gegenüber stand. Als Rodin Victor mit neuen Instruktionen versehen und endlich die Tür hinter ihm geschlossen hatte, saß der Engländer bereits bequem zurückgelehnt in dem Sessel und starrte seinerseits unverwandt Casson und Montclair an. Rodin nahm auf seinem Stuhl hinter dem Tisch Platz. Sekundenlang fixierte er den Mann aus London. Was er sah, bis fiel ihm keineswegs, und er war ein Experte in der Beurteilung von Männern. Der Besucher war etwa 1,80 groß, Anfang 30 und von schlankem, athletischem Wuchs. Er sah fit aus, seine regelmäßigen, aber nicht sonderlich auffallenden Gesichtszüge waren gebräunt und seine Hände lagen ruhig auf den Armlinien des Sessels. Auf Rodin machte er den Eindruck eines Mannes, der auch in kritischen Situationen die Kontrolle über sich selbst nicht verlor. Was ihn störte, waren einzig die Augen des Engländers. Sie erwiderten ungerührt den kritischen Blick, mit dem man ihn musterte, und wirkten offen und klar, sofern man von dem fleckigen Grau der Iris abseh, das einen unwillkürlich an den nebligen Frost eines frühen Wintermorgens denken ließ. Rodin brauchte ein paar Sekunden, um zu entdecken, dass sie wahr jeden Ausdrucks waren. Was auch immer sich in diesem Menschen abspielen mochte, das Grau seiner Augen blieb undurchdringlich wie eine Rauchwand und verriet nichts. Rodin beschlich ein Gefühl des Unbehagens. Wie jedem von Systemen und vorgeschriebenen Prozeduren geprägten Menschen missfiel ihm alles Unberechenbare und daher Unkontrollierbare. »Wir wissen, wer sie sind,« begann er ohne Übergang. »Es ist daher an der Zeit, dass ich mich Ihnen vorstelle. Ich bin Oberst Marc Rodin.« »Ich weiß,« sagte der Engländer. »Sie sind der Stabschef der OAS. Sie sind Major René Moncler, Schatzmeister, und Sie, Monsieur André Casson, Chef der Untergrundbewegung in der Metropole.« Während er sprach, blickte er die drei Männer der Reihe nach an und griff noch eine Zigarette. »Sie scheinen ja schon eine ganze Menge zu wissen,« warf Casson ein. Der Engländer steckte sich die Zigarette an, lehnte sich zurück und stieß einen dichten Strahl von blauem Rauch aus. »Meine Herren sprechen wir doch offen miteinander.« »Ich weiß, wer Sie sind, und Sie wissen, was ich bin.« »Unsere beiderseitige Tätigkeit, sowohl Ihre als auch meine, ist keine ganz alltägliche. Sie werden gejagt, während ich ohne Überwachung reisen kann, wohin ich will. Ich arbeite gegen Geld, Sie tun es aus Idealismus. Aber wenn es um konkrete Einzelheiten geht, sind wir allesamt Praktiker, Profis der gleichen Branche. Wir brauchen einander also nichts vorzumachen. Sie haben Erkundigungen über mich eingezogen. Es ist schlechthin nicht möglich, derartige Nachforschung anzustellen, ohne dass dies demjenigen, dem sie gelten, zur Ohren kommt. Selbstverständlich habe ich wissen wollen, wer sich so angelegentlich für mich interessiert. Es hätte jemand sein können, der Sie an mir rächen, oder auch jemand, der mich engagieren will. Es war wichtig für mich, das herauszubekommen. Als ich erfuhr, welche Organisation es war, die ein solches Interesse an mir bekundete, genügten zwei Tage, die ich in der französischen Abteilung des Zeitungsarchivs im Britischen Museum verbrachte, um mich über sie und ihre Organisation ausreichend ins Bild zu setzen. Bon. Ich weiß, wer Sie sind und wen Sie repräsentieren. Was ich gern wüsste, ist, was Sie wollen. Minutenlang herrschte Schweigen. Cassand und Montclair, San Rodin, fragen dann. Der Fallschirmjäger Oberst und der Killer fixierten einander unverwandt. Rodin kannte sich mit gewalttätigen Männern zu gut aus, um nicht schon jetzt zu wissen, dass der, welcher ihm gegenüber saß, der gesuchte Mann war. Von diesem Augenblick an waren Montclair und Cassand nur noch Randfiguren. Da Sie über uns schon so gründlich unterrichtet sind, will ich Sie nicht mit einer Darlegung der Motive und Ziele unserer Organisation, die Sie zutreffend als idealistisch bezeichnen, langweilen. Wir meinen, dass Frankreich derzeit von einem Diktator regiert wird, der das Land zugrunde richtet und seine Ehre besudelt. Wir meinen, dass ein Regime nur gestürzt und Frankreich den Franzosen wiedergeschenkt werden kann, wenn diesem Mann zuvor das Leben genommen wird. Von den sechs Versuchen, die unsere Anhänger unternommen haben, um ihn zu beseitigen, wurden drei bereits in der frühen Planungsphase aufgedeckt, eine am Vortag des Anschlags verraten und zwei ausgeführt, die jedoch misslangen. Wir erwägen, wohlgemerkt erwägen, gegenwärtig die Dienste eines Profis in Anspruch zu nehmen, der dieser Aufgabe gewachsen ist. Wir wollen jedoch nicht unser Geld verschwenden. Als erstes müssten wir wissen, ob Sie einen solchen Auftrag für Ausführ behalten. Rodin hatte seine Karten geschickt ausgespielt. Die im letzten Satz enthaltene Frage, auf die er die Antwort bereits wusste, ließ in den grauen Augen erstmals so etwas wie einen Anflug von Ausdruck erkennbar werden. »Es gibt auf der ganzen Welt keinen einzigen Mann, der gegen die Kugeln eines Mörders gefeit wäre«, sagte der Engländer. De Gaulles Exponierungsquote ist sehr hoch. Selbstverständlich ist es möglich, ihn zu töten. Die Schwierigkeit liegt darin, dass der Mörder kaum eine Chance hat, mit heiler Haut davonzukommen. Ein Fanatiker, der bereit ist, bei dem Mordanschlag selbst draufzugehen, bietet noch immer die sicherste Gewähr für das Gelingen eines Attentats auf einen Diktator, der sich der Öffentlichkeit aussetzt. »Ich stelle fest«, fügte er nicht ohne Bosheit hinzu, »dass es ihnen ungeachtet ihres Idealismus bisher nicht gelungen ist, einen solchen Mann aus ihren Reihen zu rekrutieren.« »Selbst jetzt gibt es noch genügend französische Patrioten, die«, protestierte Casson erregt, aber Rodin winkte ab. Der Engländer hatte Casson nicht einmal eines Blickes gewürdigt. »Und wie beurteilen Sie die Chancen für einen Profi?«, wollte Rodin wissen. »Ein Profi handelt nicht aus Leidenschaft, ist also ruhiger und läuft folglich weniger Gefahr, elementare Fehler zu begehen. Da er kein Idealist ist, wird er schwerlich dazu neigen, sich im letzten Augenblick Gedanken darüber zu machen, ob durch die Explosion oder welchen Effekt die von ihm verwendete Technik auch immer haben mag, außer dem Opfer noch andere Personen zu Schaden kommen könnten. Und als Profi, der er ist, wird er die Risiken bis ins Letzte kalkuliert haben. Die Aussichten auf pünktlichen Erfolg sind deswegen bei ihm weit sicherer als bei jedem anderen. Aber er wird nicht daran denken, auch nur in irgendeiner Weise aktiv zu werden, ehe er nicht einen Plan entwickelt hat, der es ihm nicht nur ermöglicht, den Auftrag zu erfüllen, sondern auch ungeschoren davonzukommen. Halten Sie es für denkbar, dass ein solcher Plan, der einem Profi die Möglichkeit gebe, Charles de Gaulle zu töten und sich in Sicherheit zu bringen, ausgearbeitet werden könnte? Ja, aber es wird sie eine Menge Geld kosten. Wie viel? fragte Montclair. Sie müssen begreifen, dass dies ein Job ist, wie man nur einmal in seinem Leben übernehmen kann. Der Mann, der sich darauf einlässt, wird nie wieder arbeiten können. Die Aussichten, nicht nur nicht gefasst zu werden, sondern auch unentdeckt zu bleiben, sind außerordentlich gering. Es muss dem Nachbar diesem einen Job für den Täter so viel herausspringen, dass er für den Rest seiner Tage ein angenehmes Leben führen und sich darüber hinaus gegen zu erwartende Racheakte von Seiten der Gullisten schützen kann. Sobald wir die Macht übernommen haben, sagte Cassand, werden uns auch die nötigen Mittel zur Verfügung stehen. Es kommt nur Bar-Zahlung in Frage, erklärte der Engländer. Die Hälfte des Betrages ist als Vorschuss fällig, die andere bei Erledigung des Jobs. Wie viel? fragte Rodin. Eine halbe Million. Rodin sah Montclair an, der eine Grimasse schnitt. »Das ist viel Geld, eine halbe Million neuer Franc. Dollar«, korrigierte der Engländer. »Eine halbe Million Dollar«, schrie Montclair und sprang von seinem Stuhl auf. »Sind Sie verrückt geworden?« »Nein«, sagte der Engländer ruhig. »Aber ich bin der beste Mann und daher auch der teuerste.« »Ich bin ganz sicher, dass wir weit günstigere Angebote einholen könnten«, bemerkte Cassand erregt. »Gewiss«, bestätigte der Blonde gleichmütig. »Sie werden einen billigeren Mann bekommen und dann feststellen, dass er sich mit ihrer Anzahlung von 50 Prozent aus dem Staube gemacht hat oder sich darauf hinausredet, dass es aus irgendwelchen Gründen nicht möglich war, den Auftrag auszuführen. Wenn Sie den besten Mann engagieren wollen, müssen Sie zahlen.« »Eine halbe Million Dollar, das ist der Preis.« »Wenn man bedenkt, dass Sie dafür Frankreich zu gewinnen hoffen, schätzen Sie den Wert Ihres Vaterlandes sehr niedrig ein.« Rudin, der sich an dem Wortwechsel nicht beteiligt hatte, gab sich geschlagen. »Touché«, sagte er. »Die Sache ist nur, wir haben keine halbe Million Dollar in bar, Monsieur.« »Das ist mir klar«, antwortete der Engländer. »Wenn Sie die Arbeit getan haben wollen, werden Sie die Summe irgendwo auftreiben müssen. Ich brauche den Job nicht, verstehen Sie?« »An meinem letzten Auftrag habe ich genug verdient, um ein paar Jahre lang gut leben zu können.« »Aber die Vorstellung, so viel zu haben, dass man sich gänzlich aus dem Geschäft zurückziehen und zur Ruhe setzen kann, reizt mich. Deswegen wäre ich bereit, gegen diesen Preis eine Reihe ungewöhnlich hoher Risiken in Kauf zu nehmen. Ihre Freunde hier verlangen ihrerseits einen weit höheren Preis, nämlich Frankreich. Und doch lehnen Sie den Gedanken, dass sich gewisse Risiken dabei kaum werden vermeiden lassen, empört ab. Tut mir leid, aber wenn Sie die von mir genannte Summe nicht auftreiben können, werden Sie wieder damit anfangen, müssen, Ihre eigenen Pläne zu entwickeln und zuzusehen, wie Sie einer nach dem anderen von der Polizei durchkreuzt werden.« Er drückte seine Zigarette aus und erhob sich halb aus dem Sessel. Rodin stand ebenfalls auf. »Bitte setzen Sie sich, Monsieur. Wir werden das Geld beschaffen.« Beide nahmen wieder Platz. »Gut«, sagte der Engländer. »Aber da wären noch einige Bedingungen.« »Ja.« »Der Grund, weshalb Sie auf die Dienste eines Außenseiters angewiesen sind, ist die notorische Durchlässigkeit Ihrer Organisation für Informationen aller Art, die der französischen Geheimpolizei auf diesem Wege zur Kenntnis gelangen. Wie viele Ihrer Mitglieder sind über die Idee, dass man überhaupt einen Außenseiter, von mir ganz zu schweigen, für diesen Job engagieren sollte, unterrichtet?« »Nur wir drei in diesem Zimmer hier. Ich habe die Idee am Tag nach Bastien Thierrys Hinrichtung ausgearbeitet und seit er alle Ermittlungen auf eigene Faust und ohne Mitwirkung anderer durchgeführt hat. Es gibt keine weiteren Mitwisser.« »Dann muss es so bleiben«, sagte der Engländer. »Sämtliche Protokolle, Akten und sonstigen schriftlichen Unterlagen müssen vernichtet werden. Außerhalb Ihrer drei Köpfe darf nichts zu finden sein.« »Ich behalte mir vor, die Sache abzublasen, falls einer von Ihnen dreien festgenommen wird. Bis der Auftrag ausgeführt ist, sollten Sie sich daher an irgendeinem möglichst sicheren, gut bewachten Ort aufhalten. Einverstanden?« »D'accord. Sonst noch etwas?« »Wie die Aktion selbst, so bleibt auch die Planung ausschließlich mir überlassen. Die Einzelheiten werden niemandem mitgeteilt, auch Ihnen nicht. Kurz, ich verschwinde von der Bildfläche. Sie werden nichts mehr von mir hören. Sie haben meine Londoner Adresse und Telefonnummer, aber ich werde beide aufgeben, sobald ich meine Abreise in die Wege geleitet habe. Im Übrigen werden Sie mich dort ohnehin nur mit dringendstem Notfall kontaktieren. Darüber hinaus wird es keinerlei Kontakt geben. Ich lasse Ihnen den Namen meiner Schweizer Bank da. Wenn ich von ihr erfahre, dass die ersten 250.000 Dollar eingezahlt worden sind und sobald ich meinerseits alle erforderlichen Vorbereitungen abgeschlossen habe, nehme ich meine Tätigkeit auf. Und zwar zum jeweils späteren der beiden Termine. Ich werde mich weder über das von mir als notwendig erachtete Maß hinaus unter Zeitdruck setzen lassen, noch irgendwelche Einmischungen dulden, ist das klar? D'accord. Aber unsere Leute im französischen Untergrund können Sie mit wichtigen Informationen versorgen, die für Sie von beträchtlichem Wert sein dürften. Einige von Ihnen sitzen in sehr hohen Stellungen. Der Engländer überlegte kurz. Gut. Wenn Sie soweit sind, schicken Sie mir per Post eine einzelne Telefonnummer. Möglichst eine Nummer in Paris, damit ich Sie von überall in Frankreich aus direkt anrufen kann. Ich werde niemandem meinen Aufenthaltsort angeben, sondern die Nummer nur anrufen, um die jeweils letzten Informationen über die Sicherheitsverhältnisse in der Umgebung des Präsidenten zu erhalten. Aber der Mann am anderen Ende der Leitung sollte nicht wissen, weswegen ich in Frankreich bin. Sagen Sie ihm nur, dass ich in Ihrem Auftrag reise und seine Unterstützung benötige. Je weniger er erfährt, desto besser. Lassen Sie ihn lediglich als Nachrichten-Auswertungsstelle fungieren. Seine Quellen sollten sich ausschließlich auf solche Informanten beschränken, die aufgrund ihrer Stellung in der Lage sind, wichtige Interna zu melden und kein überflüssiges Zeug, das ich in jeder Zeitung nachlesen kann. Abgemacht? Selbstverständlich. Sie wollen gänzlich allein und auf sich selbst gestellt operieren. Ohne Freunde und ohne Zufluchtsort, wie Sie wünschen. Wie steht es mit falschen Papieren? Wir haben da zwei ausgezeichnete Fälscher an der Hand. Danke, die beschaffe ich mir selbst. Was ich wissen möchte, murmelte Montclair, das ist, wie wir so viel Geld so schnell aufbringen sollen. Bedienen Sie sich Ihrer Organisation, um ein paar Banken auszurauben, schlug der Engländer leicht hinvor. Das ist ausschließlich unser Problem, sagte Rodin. Gibt es noch irgendwelche Punkte, die zu klären wären, bevor unser Besucher nach London zurückfliegt? Was hindert Sie, die erste Viertelmillion einzukassieren und sich nie wieder blicken zu lassen? fragte Casson. Ich sagte Ihnen bereits, Monsieur, dass ich mich zur Ruhe setzen will. Ich lege keinen Wert darauf, von einer ganzen Armee ehemaliger Falschirmjäger aufgespürt und um den halben Erdball gejagt zu werden. Um mich vor Ihnen zu schützen, müsste ich mehr Geld ausgeben, als mir die Sache eingebracht hätte. Es wäre bald alle. Und was, insistierte Casson, hindert uns zu warten, bis der Auftrag ausgeführt ist und Ihnen dann die Auszahlung der zweiten Viertelmillion zu verweigern? Der gleiche Grund, antwortete der Engländer ungerührt. In dem Fall würde ich mich auf eigene Rechnung an die Arbeit machen. Und das Ziel wären dann Sie, meine Herren. Ich glaube jedoch nicht, dass dergleichen nötig sein wird. Was meinen Sie? Rodin unterbrach den Wortwechsel. Nun, wenn das alles ist, sollten wir unseren Gast nicht länger aufhalten. Oh, da wäre noch eine Kleinigkeit. Ihr Name. Wenn Sie anonym bleiben wollen, sollten Sie sich einen Decknamen zulegen. Haben Sie diesbezüglich schon irgendwelche Ideen? Der Engländer überlegte einen Augenblick. Da wir von der Jagd gesprochen haben, passierten Sie von der Bezeichnung der Schakal. Ginge das? Rodin nickte. Ja, das wäre ausgezeichnet. Tatsächlich gefällt mir der Name sogar ausnehmend gut. Er geleitete den Engländer zur Tür und öffnete sie. Victor trat aus seinem Alkoven und trat näher. Rodin lächelte erstmals und reichte dem Mörder die Hand. Wir werden in vereinbarter Weise das weitere Veranlassen sobald wir können. Würden Sie Ihrerseits inzwischen schon einmal mit den allgemeinen Vorausplanungen begingen, damit nicht allzu viel Zeit verloren geht? Gut. Dann also bonsoir, Monsieur Chakal. Victor blickte dem Besucher nach, der so leise davon ging, wie er gekommen war. Während der zweiten Hälfte des Juni und den ganzen Juli des Jahres 1963 hindurch wurde Frankreich von einer Serie gegen Banken, Juwelenläden und Postämter gerichteter Gewaltverbrechen heimgesucht, die damals ohne Beispiel war und sich in diesem Ausmaß seit ihr nicht wiederholt hat. Die Einzelheiten jener Welle von Einbrüchen und Überfällen sind heute aktenkundig. Die französischen Behörden brauchten nicht allzu lange, um sich darüber klar zu werden, dass die OAS hinter dem Ganzen stand und auch, dass sie aus irgendeinem Grund sehr rasch Geld benötigte. Warum, das sollte die Polizei freilich erst Wochen später, in den ersten 14 Tagen des August herausfinden, und das dann auf eine ganz andere Weise. In der letzten Juniwoche landete auf dem Schreibtisch von General Guybeau, dem Leiter des Geheimdienstes SDECE, ein vom Chef seines ständigen Büros in Rom verfasster Bericht. Er besagte, dass die drei Männer an der Spitze der OAS, Marc Rodin, René Monclerc und Henri Casson, sich gemeinsam im obersten Stockwerk eines in unmittelbarer Nähe der Via Condotti gelegenen Hotels eingemietet hatten. Der Bericht erwähnte darüber hinaus, dass die drei Männer ungeachtet der zweifellos nicht unbeträchtlichen Kosten eines Hotelaufenthalts in einem so exklusiven Viertel das gesamte oberste Stockwerk für sich und das darunter Befindliche für ihre Leibwächter reserviert hatten. Sie ließen sich Tag und Nacht von nicht weniger als acht bewährten ehemaligen fremden Legionären bewachen und gingen grundsätzlich nicht aus. Zunächst hatte man angenommen, dass sie zu einer Konferenz zusammengetroffen seien. Als aber ein Tag nach dem anderen verging, gelangte der SDECE zu der Ansicht, sie treffen lediglich ungewöhnlich umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen, um nicht Opfer einer Kidnapping-Aktion zu werden. In London verbrachte der Schakal die beiden letzten Juni-Wochen und die ersten 14 Tage des Juli mit gründlichen Vorbereitungen. Seit dem Tag seiner Rückkehr war damit beschäftigt, sich nahezu jedes gedruckte Wort von oder über Charles de Gaulle zu beschaffen und zu lesen. Aber wenngleich ihm die Lektüre der Werke von und über Charles de Gaulle ein nahezu vollständiges Bild vom stolzen, hochfahrenden Wesen des französischen Staatspräsidenten vermittelte, vermochte sie ihn doch der Lösung des zentralen Problems, das ihn ständig beschäftigte, seit er am 15. Juni in Rodin's Wiener Pensionszimmer den Mordauftrag angenommen hatte, um keinen Schritt näher zu bringen. Am Ende der ersten Juli-Woche hatte er auf die Frage, wann, von wo aus und wie der tödliche Schuss abgegeben werden sollte, noch immer keine Antwort gefunden. Wann genau er auf die Lösung kam, ist nicht bekannt. Aber die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass es an einem der drei auf den 7. Juli folgenden Tage geschah. Innerhalb dieser drei Tage war der Mörder, ausgehend von dem Keim einer Idee, die von einem 1962 geschriebenen Leitartikel herrührte und daraufhin die betreffenden Nummern der alle Amtsjahre de Gaulle seit 1945 umfassenden Archivexemplare überprüfend, auf die Lösung seines Problems gestoßen. In diesem Zeitraum wurde ihm klar, an welchem Tag sich Charles de Gaulle weder durch Krankheit oder von schlechtem Wetter, noch auch durch seine persönliche Sicherheit betreffende Überlegung davon abhalten lassen würde, sich erhobenen Hauptes der Öffentlichkeit zu zeigen. Der Stolz, die Dickköpfigkeit und die absolute Verachtung jedweder ihm drohenden Gefahr würden den französischen Staatspräsidenten zwingen, am festgesetzten Tage aus der Deckung herauszutreten und gleichgültig, welche Risiken damit verbunden waren, ein paar Sekunden lang ein weithin sichtbares Ziel abzugeben. Im Ausrollen vollführte die soeben gelandete SAS-Maschine aus Kopenhagen-Kastrup vor dem Londoner Flughafengebäude eine letzte Schwenkung, die es in die vorgesehene Position brachte, glitt noch ein paar Meter weiter und blieb dann stehen. Nach wenigen Sekunden erstarb das heulende Triebwerk und kurz darauf wurde die Treppe herangerollt. Der lächelnden Stewardess ein letztes Mal zunickend verließen die Passagiere eine nach dem anderen das Flugzeug und stiegen die Treppe hinunter. Der blonde Mann auf der Aussichtsterrasse schob seine dunkle Sonnenbrille über die Stirn hinauf und blickte durch sein Fernglas. Die sich treppabwärts bewegende Prozession der Fluggäste war die sechste an diesem Morgen, der er seiner Aufmerksamkeit widmete. Aber da die Terrasse bei dem warmen Sonnenschein von Menschen überfüllt war, die auf ankommende Passagiere warteten und sie, sobald sie aus ihren Flugzeugen heraustraten, zu entdecken und durch Winken auf sich aufmerksam zu machen, hofften, fiel sein Verhalten niemandem auf. Als der achte Fluggast aus der Tür ins Helle hinaustrat, beugte sich der Mann auf der Terrasse unwillkürlich vor, während sein Blick dem Ankömmling die Treppe hinunterfolgte. Der Passagier aus Dänemark, ein Priester oder Pastor, war mit einem dunkelgrauen geistlichen Anzug und steifen hohen Kragen bekleidet. Dem aus der Stirn gekämmten eisengrauen Haar nachzuurteilen, das er mittellang trug, mochte er Ende vierzig sein. Aber sein Gesicht wirkte entschieden jünger. Er war hochgewachsen, hatte breite Schultern und sah körperlich fit aus. Seine Figur glich annähernd derjenigen des Mannes, der ihn von der Terrasse aus beobachtete. Während die Fluggäste der Ankunftshalle zustrebten, um sich der Zoll- und Passkontrolle zu unterziehen, verstaute der Schakal den Feldstech in seiner Aktentasche und begab sich ohne Hast durch die geöffnete Glastür in die einstockwerk tiefer gelegener Haupthalle. 15 Minuten später hatte der dänische Geistliche die Zollkontrolle passiert und betrat, mit Koffer und Reisetasche bewaffnet, die Haupthalle. Er schien von niemandem abgeholt zu werden und steuerte auf den Schalter von Barclays Bank zu, um Geld zu wechseln. Den Angaben zufolge, die er sechs Wochen später der dänischen Polizei gegenüber machte, bemerkte er den blonden jungen Engländer nicht, der offenbar darauf wartend, dass er an die Reihe kam, neben ihm in der Schlange stand und ihn eingehend durch die dunklen Gläser seiner Brille fixierte. Jedenfalls erinnerte sich der Däne nicht, den Mann gesehen zu haben. Aber als er die Haupthalle verließ, ging der Engländer, der seine Aktentasche trug, nur wenige Schritte hinter ihm, und beide fuhren in die Stadt. Das Taxi setzte den ahnungslosen Pastor vor einem kleinen, aber behaglichen Hotel in der Halfmoon Street ab, während der Sportwagen am Hoteleingang vorbeischoss und wenige Augenblicke später vor einer freien Parkuhr an der Ecke Curzon Street stoppte. Der Schakal verschloss die Aktenmappe im Kofferraum, kaufte sich beim Zeitungshändler am Shepherd Market die Mittagsausgabe des Evening Standard, und betrat fünf Minuten später das Hotelfoyer. Er musste fünfundzwanzig weitere Minuten warten, bis der Däne nach unten kam und seinen Zimmerschlüssel bei der Empfangsdame abgab. Als sie ihn an den Haken gehängt hatte, schwang der Schlüssel noch ein paar Sekunden lang hin und her. Und der in einem der Armsessel des Foyers sitzende Mann, der offenbar in Erwartung eines Freundes seine Zeitung gesenkt hatte, als der Däne auf dem Weg ins Restaurant des Hotels an ihm vorbeiging, merkte sich, dass der Schlüssel die Nummer 47 trug. Als ich die Empfangsdame ein paar Minuten später in das hinter der Rezeption gelegene Hotelbüro begab, um dort telefonisch Theaterkarten für einen Gast zu bestellen, schlich der Mann mit der dunklen Sonnenbrille rasch und unbemerkt die Treppe hinauf. Innerhalb von dreißig Sekunden war der Schakal wieder auf dem Korridor. Er hatte das Heft mit den Traveller-Schecks in der Hoffnung, dass die Behörden den Dänen unter Hinweis auf das Fehlen jeglicher Anzeichen eines Diebstahls davon zu überzeugen versuchen würden, dass er seinen Pass woanders verloren haben müsse, unberührt gelassen. Und genau so geschah es denn auch. Am Tag darauf meldete er seinem Generalkonsulat den Verlust, erhielt einen ersatzweise ausgestellten Reiseausweis, mit dem er nach Abschluss seines 14-tägigen Aufenthaltes in London die Rückreise nach Kopenhagen antreten konnte und vergaß die Angelegenheit. Der Angestellte des Generalkonsulats, der ihm die Ersatzpapiere ausgehändigt hatte, machte den Verlust eines auf den Namen Per Jensen, Pastor an der St. Kielzkirke in Kopenhagen ausgestellten Reisepasses in Form eines entsprechenden Vermärts aktenkundig und vergaß dann die Angelegenheit ebenfalls. Das war am 14. Juli. Zwei Tage später erlitt ein amerikanischer Student aus Syracuse im Staate New York den gleichen Verlust. Trotz ihres Altersunterschiedes hatten die beiden Männer, die ihrer Pässe verlustig gingen, einiges gemeinsam. Beide waren etwa 1,80 Meter groß, breitschültrig und schlank, beide hatten blaue Augen und Gesichtszüge, die denen des unauffälligen Engländers, der sie beobachtet und beraubt hatte, nicht unähnlich waren. Im Übrigen war Pastor Jensen 48 Jahre alt, grauhaarig und trug beim Lesen eine goldgefasste Brille. Marty Schulberg war 25, hatte kastanienbraunes Haar und eine dicke Manager-Hornbrille, die er ständig trug. Das waren die Gesichter, deren Passbilder der Schakal auf dem Sekretär in seiner Wohnung hinter der South Arley Street ausgiebig studierte. Er verbrachte einen Tag damit, Maskenbildner, Optikerläden sowie ein Herrenausstattungsgeschäft aufzusuchen, um sich ein paar blau gefärbter, Klarsicht-Kontaktlinsen, zwei Brillen, eine goldgefasst und eine mit schwerem schwarzem Gestell, eine vollständige Garnitur, bestehend aus einem paar schwarzer Mokassins, T-Shirt, Slip, cremefarbener Hose und himmelblauer Windjacke mit Reißverschluss und angestrebten Kragen und Manschetten aus roter und weißer Wolle, alles das Made in USA zu besorgen, fern ein weißes Hemd mit gestärktem hohem Kragen und schwarzer Krawatte, wie sie von Geistlichen getragen zu werden pflegen. Aus jedem der drei letztgenannten Artikel trennte er das Firmenschild sorgfältig heraus. Bevor er seinen Beobachtungsposten auf dem Londoner Flughafen bezog, hatte er beschlossen, während des gesamten Zeitraumes des bevorstehenden Mordunternehmens unter falschem Namen zu operieren. Es gehört zu den einfachsten Dingen der Welt, sich einen britischen Pass zu verschaffen. Der Schakal bediente sich hierbei einer Methode, wie sie von den meisten Söldnern, Schmugglern und Banditen benutzt wird, wenn sie sich, um Staatsgrenzen überschreiten zu können, eine andere Identität zuzulegen wünschten. Auf der Suche nach kleinen Ortschaften, die für seine Zwecke geeignet erschienen, unternahm er zunächst eine Autotür durch die Home Counties des Thamesetals. Nahezu jedes englische Dorf hat eine hübsche Kirche nebst einem kleinen Friedhof, der sich in ihren Schatten schmiegt. Auf dem dritten Friedhof, den der Schakal aufsuchte, fand er einen Grabstein, der ihm für seine Pläne geeignet erschien. Er war für den im Jahre 1931 im Alter von zweieinhalb Jahren verstorbenen Alexander Duggan errichtet worden. Wäre das Kind der Duggans am Leben geblieben, würde es im Juli 1963 nur um wenige Monate älter als der Schakal gewesen sein. Der Vicar zeigte sich dem Besucher gegenüber, der im Vicariat erschien, sich als Amateur-Genealoge ausgab und behauptete, sich als solcher für den Stammbaum der Familie Duggan zu interessieren, freundlich und hilfsbereit. Das Kirchenbuch wies aus, dass beide Eltern Duggan im Verlauf der letzten sieben Jahre verstorben waren und natürlich auch, dass ihr einziger Sohn Alexander vor mehr als 30 Jahren auf dem Friedhof eben dieser Kirche begraben worden war. Der Schakal blätterte in den Seiten des Geburts-, Heirats- und Sterberegisters für das Jahr 1929 und entdeckte unter den im April jenes Jahres vorgenommenen Eintragungen den in schnörkliger, geistlicher Schönschriftvermerkten Namen Duggan. Alexander James Quentin Duggan, geboren am 3. April 1929 in der St. Markus-Gemeinde Samborn-Fischley. Er notierte sich die Einzelheiten, dankte dem Vicar überschwänglich und ging. Wieder in London wandte er sich an die zentrale Meldestelle für Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle, wo seine Visitenkarte, die ihn als Partner eines Anwaltsbüros in Market Drayton, Shropshire auswies, wie auch seine Erklärung, dass er den Aufenthaltsort der Enkel einer kürzlich verstorbenen Klientin seiner Firma, die ihnen ihren Grundbesitz vermacht habe, ausfindig zu machen Versuche, von einem hilfsbereiten jungen Behördenangestellten ohne Rückfragen akzeptiert wurden. Gegen Zahlung einer Gebühr von wenigen Schilling erhielt der Schakal eine Fotokopie, sowohl der Geburts- als auch der Sterbeurkunde. Auf seinem Heimweg suchte er eine Filiale des Arbeitsministeriums auf, um sich ein Passantragsformular aushändigen zu lassen. In seiner Wohnung füllte er das Antragsformular auf den Namen Duggan aus, wobei er Alter, Geburtsdatum und so weiter bis auf die Personenbeschreibung korrekt angab. Er nannte seine eigene Größe, Augen- und Haarfarbe und schrieb unter Beruf schlicht Geschäftsmann hin. Den vollen Namen der Eltern, der auf der Geburtsurkunde des Kindes stand, trug er ebenfalls ein. Als Referenz machte er den Reverend James Elderly, Vicar in der St. Markus-Kirche in Sanborn-Fishley namhaft, den er an jenem Vormittag aufgesucht hatte und dessen voller Name samt seines juristischen Doktortitels praktischerweise auf einem Schild an der Kirchentür prangte. Die Unterschrift des Vicas fälschte er in magerer Handschrift mit verdünnter Tinte und spitzer Feder. Die Fotokopie der Geburtsurkunde, das ausgefüllte Antragsformular schickte er dem Passamt in der Petty France zu und die Sterbeurkunde vernichtete er. Vier Tage später, als er gerade die Ausgabe des Figaro jenes Morgens las, erhielt er die Benachrichtigung, dass der nagelneue Pass seiner Deckadresse zugestellt worden sei. Er holte ihn sich nach dem Lunch ab. Am späten Nachmittag sperrte er die Wohnung zu und fuhr zum Flughafen hinaus, wo er ein Ticket nach Kopenhagen buchte, und zwar, um die Benutzung eines Scheckhefts zu vermeiden, gegen bar. Am nächsten Tag kaufte er bei einem der besten Herrenausstatter Kopenhagens einen leichten Anzug in klerikalem Dunkelgrau, ein paar schlichte schwarze Schuhe, ein paar Socken, eine Garniturunterwäsche und drei weiße Hemden mit festem Kragen. Er achtete sorgfältig darauf, nur solche Artikel zu kaufen, die auf der Innenseite den Namen ihres dänischen Herstellers auf einem kleinen Stoffschild trugen. Bei den drei weißen Hemden, die er nicht benötigte, ging es ihm lediglich um die Schildchen, die er heraustrennen und an das priesterliche Hemd, den runden hohen Kragen und das Bäffchen annähen würde. Drei Bekleidungsartikel, die er sich unter der Vorspiegelung er sei, ein kurz vor dem Empfang der Wein stehender Theologiestudent in London besorgt hatte. Sein letzter Einkauf in Kopenhagen war ein in dänischer Sprache verfasstes Buch über die bedeutendsten Kirchen und Kathedralen Frankreichs. Zum Lunch nahm er in einem am Seeufer gelegenen Restaurant im Tivoli-Park einen kalten Imbiss zu sich, und um 15.15 Uhr bestieg er die Maschine nach Brüssel. Um die gleiche Zeit saß der Chef des Aktionsdienstes des SDECE an seinem Schreibtisch und blickte auf die beiden Schriftstücke, die vor ihm lagen. Beide Berichte waren an diesem Morgen eingetroffen, und normalerweise würde Oberst Roland sie überflogen, ihren Inhalt irgendwo in seinem unglaublichen Gedächtnis gespeichert und die Berichte dann unter verschiedenen Stichwörtern abgelegt haben. Aber es hatte da einen Namen gegeben, der in beiden Berichten aufgetaucht war, ein Namen, der seine Aufmerksamkeit erregte. Bei dem Bericht, der zuerst eingetroffen war, handelte es sich um ein abteilungsinternes Memorandum von R3, Westeuropa, das die Zusammenfassung einer Meldung ihres ständigen Büros in Rom enthielt. Sie besagte, dass Rodin, Montclair und Cassand noch immer in ihrer Zimmerflucht im obersten Stockwerk des römischen Hotels hockten, wo sie sich nach wie vor von acht fremden Legionären bewachen ließen. Sie hatten das Gebäude, seit sie am 18. Juni eingezogen waren, nicht ein einziges Mal verlassen. Drei Wochen zuvor hatten die Männer im Hotel ein bestimmtes Schema festgelegt, nach welchem sie die Verbindung mit der Außenwelt aufrecht zu erhalten pflegten, siehe R3, Rombericht vom 30. Juni. Und es sei derbei behalten. Der Kurier war stets Viktor Kowalski. Oberst Roland klappte den Lederdeckel des Aktenordners zu und nahm sich auch den zweiten der beiden an diesem Morgen eingetroffenen Berichte nochmals vor. Es war ein Polizeibericht der Police Judiciaire in Metz, aus dem hervorging, dass bei der routinemäßig durchgeführten Razzia einer Bar ein Mann vernommen worden sei, der dabei zwei Polizisten angeschossen habe. Auf der Polizeiwache sei besagter Mann aufgrund seiner Fingerabdrücke als der fahnenflüchtige Fremdenlegionär Shandor Kovac, ein 1956 aus Budapest geflohener gebürtiger Ungar identifiziert worden. Kovac, das besagte eine von der PJ Paris am Schluss des Berichts aus Metz angefügte Notiz, sei ein berüchtigter OAS-Bandit, der wegen seiner Mittäterschaft an einer Serie terroristischer Morde an staatsloyalen Beamten der algerischen Distrikte Bonn und Konstantin seit 1961 gesucht werde. Zu jener Zeit habe er vorwiegend gemeinsam mit einem anderen, bis heute nicht gefassten OAS-Killer operiert, einem ehemaligen Korporal der Fremdenlegion namens Viktor Kowalski. Ende der Mitteilung. Roland sah nochmals über die zwischen den beiden Männern bestehende Verbindung nach, wie er dies schon in der vergangenen Stunde getan hatte. Schließlich drückte er einen Knopf des Sprechgeräts und antwortete auf das aus dem Apparat dringende »Oui, mon Colonel?« »Bringen Sie mir die Personalakte Kowalski, Viktor, sofort.« Innerhalb von zehn Minuten lag ihm die aus dem Archiv herbeigeholte Akte Kowalski vor, und er verbrachte eine weitere Stunde mit deren Lektüre. Mehrmals kehrte sein Blick zu einem ganz bestimmten Satz zurück. Während andere in weniger aufreibenden Berufen beschäftigte Pariser unten auf den Trottoirs, den Bistros und Cafeterias entgegenstrebten, in denen sie ihr Mittagsmahl einzunehmen pflegten, beräumte Oberst Roland eine dienstliche Besprechung an, bei der außer ihm selbst sein persönlicher Sekretär, ein Schriftsachverständiger der drei Stockwerke tiefer untergebrachten Dokumentationsabteilung sowie zwei Gorillas seiner privaten Praetorianergarde anwesend waren. »Meine Herren«, sagte er, »mit unfreiwilliger, aber unerlässlicher Unterstützung eines hier nicht Anwesenden werden wir jetzt einen Brief entwerfen, schreiben und abschicken.« Kurz vor dreizehn Uhr lief der Brabant-Express in die Garde Nord ein. Der Schakal nahm sich ein Taxi, das ihn zu einem kleinen, jedoch ungemein behaglichen Hotel in der von der Place de la Madeleine abgehenden Rue de Surenne brachte. Er verbrachte drei Tage damit, in der unmittelbaren Umgebung des Arte Triomphe umherzustreifen oder das Bauwerk und die Dächer der die Place de l'Etoile säumenden Gebäude von der Terrasse des Café de l'Elysée aus in Augenschein zu nehmen. Nach drei Tagen verließ er die Gegend des Etoiles und besuchte die Gedenkstätte für die Märtyrer der französischen Résistance auf dem Mont Valérien. Er suchte auch die Place des Invalides auf, die von dem an ihrem südlichen Ende gelegenen Invalidendom, der Herberge der Grabstätte Napoleons und dem Hort des Ruhms der französischen Armee beherrscht wird. Sein letzter Besuch galt dem Platz am südlichen Ende der Rue de Rennes, den er am 28. Juli in Augenschein nahm. Ehe den Place de Rennes genannt, war der Platz, als die Gullisten die Macht im Hotel de Ville übernahmen, in Platz des 18. Juni 1940 umbenannt worden. Der Schakal ließ seinen Blick zu dem nagelneuen Straßenschild an der Hausmauer wandern und die Erinnerung an etwas, wovon er im vergangenen Monat gelesen hatte, stellte sich wieder ein. Der 18. Juni 1940 war der Tag gewesen, an welchem der einsame, aber stolze Mann im Londoner Exil sich an das Mikrofon begeben hatte, um den Franzosen zu verkünden, dass sie zwar eine Schlacht, nicht aber den Krieg verloren hatten. Irgendetwas an diesem für die Parise der Kriegsgeneration von Erinnerungen erfüllten Platz mit der gedrungenen Masse der Garmont-Parnasse an seiner Südseite veranlasse, den Schakal stehen zu bleiben. Vor ihm lag der Platz des 18. Juni 1940. Der Platz, an welchen, dessen war er ganz sicher, Charles de Gaulle sich am vorgesehenen Tag ein letztes Mal einfinden würde. Was das betraf, stellten die anderen Plätze, die er in der vergangenen Woche aufgesucht hatte, bloße Möglichkeiten dar. Dieser dagegen, darüber bestand keinerlei Zweifel, bedeutete eine Gewissheit. In Kürze würde es keine Garmont-Parnasse mehr geben. Die Arkaden, die auf so vieles hinabgeblickt hatten, würden verschwinden. Und der Vorhof, der die Schmach der abziehenden Besatzer und die Befreiung von Paris erlebt hatte, würde einer Cafeteria für Büroangestellte weichen. Aber bevor das geschah, würde er, der Mann im Kipi mit den beiden goldenen Sternen, noch einmal hier erscheinen. Indes betrug die Entfernung vom obersten Stockwerk des Eckhauses auf der Westseite der Rüder Renn bis zur Mitte des Vorhofs etwa 130 Meter. Der Schakal musterte die Stadtlandschaft vor ihm mit geübtem Auge. Beide Eckhäuser der Rüder Renn, die sich dort befanden, wo die Straße in den Platz einmündete, boten ganz offenkundig die günstigsten Möglichkeiten. Die nächsten drei Häuser weiter die Straße hinauf offerierten einen engen Schusswinkel in den Vorhof zum Bahnhof und kamen ebenfalls in Frage. Jenseits dieser Häuser wurde der Winkel zu eng. Desgleichen waren die ersten drei Gebäude am Boulevard du Montparnasse, der den Platz in gerader, ostwestlicher Richtung kreuzte, geeignet. Hinter ihnen wurde der Winkel wiederum zu eng und die Entfernung zu groß. Sonstige Gebäude, die den Platz beherrschten und nicht zu weit entfernt waren, gab es nicht. Es sei denn, das Bahnhofsgebäude selbst. Aber das würde abgesperrt und sein oberes Stockwerk mit den auf den Vorhof hinausgehenden Fenstern von Sicherheitsbeamten besetzt sein. Der Schakal beschloss, als erstes die drei Eckhäuser auf der westlichen Seite der Rüder Renn näher in Augenschein zu nehmen und schlenderte zu einem auf der Ostseite gelegenen Eckkaffee, dem Café Duchesse Anne, hinüber. Am nächsten Tag war er wieder da, schlenderte an den Häuserfronten entlang, kreuze die Fahrbahn, um sich unter den Bäumen auf eine der Straßenbänke zu setzen und nochmals die oberen Stockwerke zu inspizieren. Fünf- oder sechsgeschossige Steinfassaden gekrönt von einem umgitterten First, dann die steile, von Mansardenfenstern unterbrochene Schräge des mit schwarzen Ziegeln gedeckten Dachstuhls, der ehedem die Unterkünfte der Dienstboten beherbergte und jetzt ärmeren Pensionären als Wohnung diente. Die Dächer und möglicherweise auch die Mansarden würden an dem betreffenden Tag vermutlich überwacht werden. Es mochte sogar Beobachtungsposten auf den Dächern geben, die, den Feldstecher auf die gegenüberliegenden Fenster und Dächer gerichtet, zwischen den Kamingruppen umherkrochen. Aber die Höhe des unmittelbar unter dem Dachboden gelegenen obersten Stockwerks war ausreichend. Vorausgesetzt, man konnte weit genug vom Fenster weg im Schatten sitzen, um nicht vom gegenüberliegenden Haus aus gesehen zu werden. In der schwülen Hitze jenes Sommers würde das offene Fenster nicht auffallen. Aber je weiter man den Stuhl ins Zimmer hineinrückte, desto enger wurde der Schusswinkel zum Vorhof des Bahnhofs hinunter. Aus diesem Grund schied das jeweils dritte Haus zu beiden Seiten der Rüderinnen aus. Damit blieben dem Schakal vier Häuser, unter denen man wählen konnte. Da es zu der Tageszeit, zu welcher er seiner Schätzung nach zum Schuss käme, Nachmittag sein, und die Sonne bereits im Westen, aber immer noch hoch genug am Himmel stehen würde, um über das Dach des Bahnhofsgebäudes hinweg in die Fenster der auf der Ostseite der Straße gelegenen Häuser zu scheinen, entschied er sich schließlich für eines auf der Westseite. Um ganz sicher zu gehen, wartete er an jenem 29. Juli bis 16 Uhr und stellte fest, dass die Sonne die obersten Fenster der Häuser auf der Westseite nur mit einem schrägen Strahl erreichte, die Häuser auf der Ostseite dagegen noch immer voll beschienen. Am nächsten Tag bemerkte er die Concierge. Die Concierge war eine gemütvolle, großmütterliche Person, und aus der Art, wie sie »Bonjour, Monsieur« flötete, wenn gelegentlich jemand das Mietshaus verließ oder betrat, wie auch aus dem fröhlichen »Bonjour, Madame Berthe«, das sie jedes Mal zur Antwort erhielt, schloss der auf der fünf Meter entfernten Straßenbank sitzende Beobachter, der sie beliebt sein musste. Eine mitleidige Natur, die für die weniger gut weggekommen in dieser Erde ein Herz hatte. Kurz vor 16 Uhr packte sie ihr Strickzeug zusammen, steckte es eine der geräumigen Taschen ihrer Schürze und schlurfte auf ihren Pantoffeln die Straße hinunter zur Bäckerei. Der Schakal stand von der Bank auf und betrat das Mietshaus. Er zog es vor, statt des Aufzugs die Treppen zu benutzen, und rannte lautlos nach oben. Die Treppen umliefen den Liftschacht und erreichten bei jeder zum hinteren Teil des Gebäudes führenden Wendung einen kleinen Absatz. Auf jedem zweiten Stockwerk gelangte man von diesem Absatz aus durch eine Tür in der hinteren Mauer des Hauses zu einer eisernen Feuertreppe. Vor dem sechsten, dem obersten Stock, über dem sich lediglich der Dachboden befand, öffnete der Schakal diese Tür und blickte hinunter. Die Feuertreppe führte in einen Innenhof, auf den die Hintereingänge der anderen Häuser gingen, welche die Ecke des hinter ihn befindlichen Platzes bildeten. Auf der gegenüberliegenden Seite des Hofs wurde die Masse der Gebäude von einer nach Norden verlaufenden schmalen, überdachten Passage unterbrochen. Der Schakal schloss die Tür leise, schob den Riegel wieder vor und stieg die letzte halbe Treppe zum sechsten Stock hinauf. Von hier aus führte am Ende des Korridors eine schmalere Treppe zu den oberen Dachböden. Der Korridor hatte zwei Türen zu Wohnungen, die auf den inneren Hof hinausgingen, und zwei weitere zu Wohnungen im vorderen Teil des Hauses. Sein Orientierungssinn sagte ihm, dass eine dieser beiden Wohnungen Fenster haben müsse, die auf die Rüde rennen oder halbseitlich zum Platz und darüber hinaus zum Vorhof des Bahnhofs hinausgingen. Das waren die Fenster, die er so lange von der Straße aus beobachtet hatte. Auf dem einen der Namensschilder neben den Klingelknöpfen der beiden vorderen Wohnungen stand Mademoiselle Béranger, auf dem anderen Monsieur et Madame Charillé. Er lauschte einen Augenblick, aber aus keiner der Wohnungen drang ein Laut. Er untersuchte die Schlösser. Beide waren ihr das Holz eingelassen, das überaus hart und von beträchtlicher Stärke war. Die Schloszzapfen an den Innenseiten der Türen waren vermutlich von der Art jener stählernen Riegel, wie sie die um ihre Sicherheit so besorgten Franzosen bevorzugten. Und wahrscheinlich auch von der doppelt verschließbaren Sorte. Er würde Schlüssel benötigen, von denen Madame Bert gewiss irgendwo in ihrer kleinen Loge für jede Wohnung mindestens einen verwahrte. Ein paar Minuten später lief er die Treppe, über die er hinaufgekommen war, lautlos wieder hinunter. Alles in allem hatte er sich keine fünf Minuten lang in dem Haus aufgehalten. Die Concierre war inzwischen zurückgekehrt. Durch die Milchglas-Scheibe der Tür zu ihrer Loge sah er im Vorübergehen flüchtig ihre verschwommenen Umrisse. Im nächsten Augenblick hatte er sich nach rechts gewendet und mit großen Schritten den von einem Bogen überwölbten Hauseingang erreicht. Er ging nach links ein Stück weit die Rüde Renn hinauf, kam an zwei weiteren Mietshäusern und einem Postamt vorbei und bog, der Fassade des Postamts noch immer folgend, in die erste Querstraße, die Rue Litre, ein. Am Ende des Postgebäudes befand sich eine enge, überdachte Passage. Der Schakal blieb stehen, um sich eine Zigarette anzuzünden und blickte, während die Flamme aufflackerte, verstohlen die Passage entlang. Sie führte zu dem von der Nachtschicht der Telefonvermittlung benutzten Hintereingang des Postamtes. Jenseits des tunnelartigen Durchgangs war ein sonnenbeschienener Hinterhof zu sehen. Auf der gegenüberliegenden, beschatteten Seite konnte er die letzten Sprossen der Feuerleiter des Hauses erkennen, dass er gerade verlassen hatte. Der Schakal machte einen tiefen Zug aus seiner Zigarette und ging weiter. Er hatte seinen Fluchtweg entdeckt. Von der Ecke der Rue de Vosgira aus dem Boulevard hinunterblicken, sah der Schakal 500 Meter weiter einen aus dem Boulevard de Saint-Valide kommenden Automobilkonvoi über die Kreuzung der Rue de Sèvres hinweg auf sich zufahren. Vorweg knatterten zwei lederbekleidete Motorradfahrer in weißen Helmen, die im Sonnenlicht blinkten und ließen ihre Sirenen aufheulen. Hinter ihnen wurden die Haifischmoller 2er Citroën DS-19 sichtbar. Der Polizist, der mit dem Ruecken zum Schakal auf der Kreuzung stand und den Verkehr regelte, wies, den gebeugten rechten Arm mit der Handfläche nach unten über die Brust gelegt und so die Vorfahrt des herannahenden Konvois signalisierend mit straff ausgestrecktem linken Arm zur Avenue du Mennes. Nach rechts geneigt kurften die beiden Motorradfahrer gefolgt von den Limousinen in die Avenue du Mennes. Aufrecht hinter dem Fahrer im Fond des ersten Wagens sitzend und starrgerade ausblickend wurde sekundenlang eine hochgewachsene, mit einem dunkelgrauen Anzug bekleidete Gestalt sichtbar. Der Schakal erhaschte einen flüchtigen Blick auf das hoch erhobene Haupt und die unverkennbare Nase, bevor der Konvoi vorbeigebraust war. Das nächste Mal, wenn ich dein Gesicht sehe, schwor er der blitzartig entschwundenen Erscheinung, werde ich es scharf eingestellt im Fadenkreuz meines Zielfernrohrs haben. Dann fand er ein Taxi und ließ sich in sein Hotel zurückfahren. Ein Stück weiter dem Boulevard hinauf, nahe der Metro-Station du Rock, der sie soeben entstiegen war, hatte eine andere Gestalt die Vorbeifahrt des Präsidenten mit mehr als dem üblichen Interesse beobachtet. Sie war im Begriff gewesen, die Straße zu überschreiten, als ein Polizist sie zurückwinkte. Sekunden später schoss der aus dem Boulevard des Envalides-Komm-de-Automobilkonvoi über die Kopfstein-gepflasterte Place Lyon-Paul-Farg in den Boulevard du Mont-Parnasse. Auch sie hatte das unverkennbare Profil im Fond des ersten Citroën gesehen und ihre Augen hatten in leidenschaftlichem Hass gefunkelt. Noch als die Wagen lange schon vorübergefahren waren, hatte sie ihnen nachgestarrt, bis sie sah, dass der Polizist sie misstrauisch von oben bis unten zu mustern begann. Rasch hatte sie ihren Weg zur anderen Straßenseite fortgesetzt. Jacqueline Dumas war damals 26 Jahre alt und von beträchtlicher Schönheit, die sofort züglich zur Geltung zu bringen verstand, da sie als Kosmetikerin in einem teuren Salon hinter den Champs-Élysées arbeitete. Am späten Nachmittag des 30. Juli beeilte sie sich, rechtzeitig in ihre bei der Place de Brûteu gelegene kleine Wohnung zurückzukehren, um sich für ihr Rendezvous am Abend zurechtzumachen. Sie wusste, dass sie sich in wenigen Stunden nackt in den Armen ihres Liebhabers finden würde, den sie hasste, und sie wollte so schön aussehen, wie es ihr nur möglich war. Noch vor wenigen Jahren war das nächste Rendezvous alles gewesen, was in ihrem Leben zählte. Sie stammte aus gutem Haus, und ihre Familie bildete eine eng verbundene, von starkem Zusammengehörigkeitsgefühl erfüllte kleine Gruppe. Ihr Vater war ein verdienter Angestellter eines Bankhauses, ihre Mutter die typische Hausfrau und Maman der französischen Mittelklasse, sie selbst im Begriff, ihren Kosmetikhaus zu beenden, und ihr Bruder Jean-Clau damals dabei, seinen Militärdienst abzuleisten. Die Familie wohnte in dem Pariser Fort Le Vésiné, nicht gerade in dessen bester Gegend, aber doch in einem recht hübschen Haus. Das Telegramm des Ministeriums der bewaffneten Streitkräfte war eines Tages gegen Ende des Jahres 1959 zum Frühstück gebracht worden. Es besagte, dass der Minister es unendlich bedauere, Madame und Monsieur Dumas vom Tod ihres Sohnes Jean-Claude, Soldat im ersten kolonialen Fallschirmjägerregiment in Algerien, Mitteilung machen zu müssen. Seine persönliche Habe werde der schwer getroffenen Familie so rasch wie möglich übersandt werden. Eine Zeit lang war Jacquelines private Welt wie zerstört. Nichts mehr schien einen Sinn zu haben. Weder die stille Geborgenheit im Schoß der Familie in Le Vésiné, noch das Geplauder der anderen Mädchen im Schönheitssalon über den Charme Yves Montance oder Le Rock, den jüngst aus Amerika importierten Modetanz. Das Einzige, was ihr wie eine sich ewig um dieselbe Spule drehende Bandaufnahme im Kopf herumging, war der Gedanke daran, dass der kleine Jean-Claude, ihr so verletzliches und sanftes, geliebtes Brüderchen, das Krieg und Gewalttätigkeit immer gehasst und sich nichts Sehnlicher gewünscht hatte, als mit seinen Büchern allein gelassen zu werden, in einem Gefecht irgendwo in einem gottverlassenen algerischen Wadi erschossen worden war. Sie begann zu hassen. Es waren die Araber, die widerwärtigen, dreckigen und feigen Mellons, die ihr das angetan hatten. Dann war François gekommen. Ganz plötzlich war er eines Morgens an einem Sonntag im Winter erschienen, als die Eltern das Haus verlassen hatten, um Verwandte zu besuchen. Es war im Dezember gewesen. Schnee hatte auf der Avenue gelegen und auch den Gartenpfad bedeckt. Andere Leute waren blass und verfroren und François sah braungebrannt und fit aus. Er fragte, ob er Mademoiselle Jacqueline sprechen könne. Sie sagte, «C'est moi même, und was er denn wünsche?» Er sagte, dass er den Zugführer, dem der gefallene Soldat Jean-Claude Dumas zugeteilt gewesen sei, und dass er einen Brief zu überbringen habe. Sie bat ihn, hereinzukommen. Der Brief war einige Wochen, bevor Jean-Claude viel geschrieben worden. Und er hatte ihn auf der Patrouille im Djebel, auf der sie nach einer Bande von Verlachen Ausschau hielten, die eine ganze Siedlerfamilie niedergemacht hatte, in der inneren Brusttasche seiner Uniformjacke verwahrt. Sie hatten die Guerillas nicht aufgespürt, waren aber auf ein Bataillon der ALN, der kampferprobten regulären Truppe der algerischen Nationalbewegung FLN, gestoßen. In der anbrechenden Dämmerung hat er seine Bitter des Gefechts gegeben, bei dem Jean-Claude einen Lungendurchschuss erhielt. Bevor er starb, übergab er den Brief seinem Zugführer. Jacqueline las ihn und weinte ein wenig. Der Brief erwähnte die letzten Wochen nicht, sondern beschrieb lediglich das Kasernenleben in Konstantin, die Nahkampfübungen und die strenge Disziplin. Den Rest erfuhr sie von François. Er berichtete ihr von dem fünf Kilometer langen Rückmarsch durch das Unterholz, während die ALN sie überholte und einkreiste. Von den verzweifelten Funkrufen nach Luftunterstützung und dem Eingreifen der Kampfbomber mit ihren heulenden Triebwerken und donnernden Raketen. Und davon wie ihr Bruder, der sich freiwillig zum Dienst in einem der härtesten Regimenter gemeldet hatte, um zu beweisen, dass er ein Mann war, auch wie ein solcher zu sterben wusste, während er im Schatten eines Felsbrockens auf die Knie eines Korporals Blut hustete. François war sehr zartfühlend ihr gegenüber gewesen. Als Mann war er hart wie die Erde der kolonialen Provinz, die ihn in vier Kriegsjahren zu Berufssoldaten gestellt hatte. Aber gegenüber der Schwester eines seiner Männer war er zartfühlend und sanft. Das nahm sie für ihn ein, und so stimmte sie seinem Vorschlag, in Paris zu Abend zu essen gern zu. Abgesehen davon befürchtete sie, ihre Eltern könnten zurückkehren und sie überraschen. Sie wollte nicht, dass sie erführen, wie Jean-Claude gestorben war, denn beide hatten es verstanden, sich in den seither vergangenen zwei Monaten dem Schmerz zu verschließen und ihr gewohntes Leben weiterzuleben. Beim Essen beschwor sie den Leutnant, ihren Eltern nichts von all dem zu sagen, und er versprach es ihr. Sie selbst aber konnte nicht genug erfahren über den Krieg in Algerien. Sie musste wissen, was in Wahrheit geschah, worum es in Wahrheit ging, was die Politiker in Wahrheit bezweckten. General de Gaulle hatte im vergangenen Januar als Premierminister die Präsidentschaft erlangt und war von einer Woge vaterländischer Begeisterung als der Mann, der den Krieg behenden und Algerien dennoch Frankreich erhalten würde, in den Élysée-Palast getragen worden. Es geschah aus Françoises Mund, dass sie erstmals die Bezeichnung Verräter Frankreichs für den Mann hörte, den ihr Vater bewunderte. Solange Françoises Urlaub wehrte, trafen sie sich allabendlich nach ihrer Arbeit im Schönheitssalon, in dem sie seit Januar 1960, als sie ihre Kosmetikprüfung abgelegt hatte, beschäftigt war. Er berichtete ihr von dem Verrat an der französischen Armee, von den geheimen Verhandlungen, welche die Pariser Regierung mit Ahmed Ben Bella, dem Führer der FLN, aufgenommen hatte, und von der bevorstehenden Übergabe Algeriens an den Melon. In der zweiten Januarhälfte war er in seinen Krieg zurückgekehrt und in Marseille hatte sie noch einmal eine kurze Zeit mit ihm allein verbringen können, als es ihm gelang, eine Woche Urlaub zu erhalten. Seither hatte sie auf ihn gewartet und in ihren geheimsten Gedanken war er ihr zu einem Symbol alles dessen geworden, was ein junger, französischer Männlichkeit gut und sauber und aufrichtig war. Sein Foto, das bei Tag und am Abend neben ihrem Bett auf dem Tischchen stand, hielt sie im Schlaf unter dem Nachthemd an ihren Bauch gepresst. Sie wartete den Herbst und Winter 1960 hindurch auf ihn. Auf seinem letzten Urlaub im Frühjahr 1961 war er wiederum nach Paris gekommen, und als sie die Boulevards entlang schlenderten, eher in Uniform, sie in ihrem schönsten Kleid, fand sie, dass er der stärkste, bestgewachsen und hübscheste Mann der Stadt war. Eine ihrer Arbeitskolleginnen hatte sie mit ihm zusammengesehen und am nächsten Tag machte die aufregende Nachricht von Jacquies schönem Parat im Schönheitssalon die Runde. Sie selbst war gar nicht da. Sie hatte ihren Jahresurlaub genommen, um die Zeit ganz mit ihm verbringen zu können. François war erregt. Es lag etwas in der Luft. Die Nachricht von dem Gespräch mit der FLN hatte sich allgemein herumgesprochen. Die Armee, die richtige Armee, würde den nicht mehr lange tatenlos zuschauen, prophezeite er. Dass Algerien französisch blieb, war für sie beide den kampferprobten 27-jährigen Offizier und die ihn anbetende 23-jährige werdende Mutter ein Glaubensartikel. François hat nie erfahren, dass er Vater werden sollte. Im März 1961 kehrte er nach Algerien zurück, und am 21. April meuterten mehrere Einheiten der französischen Armee gegen die Pariser Regierung. Nur eine Handvoll wehrpflichtig dienend erschlich sich aus den Kasernen, um sich im Büro des Präfekten zu melden. Die Berufssoldaten ließen sie laufen. Innerhalb einer Woche kam es zu kämpfen zwischen den Molterern und den loyalen Regimentern. Anfang Mai fiel François im Gefecht mit einer regierungstreuen Armee-Einheit. Jacqueline, die seit April keine Briefe mehr erwartet hatte, war, bis man ihr im Juli die Nachricht überbrachte, arglos geblieben. Sie mietete sich eine Wohnung in einem billigen Pariser Vorort, um sich dort mit Gas zu vergiften. Der Versuch misslang, weil der Raum nur ungenügend abzudichten war, aber sie verlor das Baby. Im August nahmen ihre Eltern sie auf ihre alljährliche Sommerreise mit, und bei ihrer Rückkehr schien sie sich gut erholt zu haben. Im Dezember begann sie ihre aktive Untergrundarbeit für die OAS. Ihre Motive waren einfach. François und nach ihm Jean-Claude. Sie sollten gerecht werden, gleichgültig mit welchen Mitteln, und gleichgültig auch, was es sie und andere kosten würde. Von dieser Leidenschaft abgesehen, gab es nichts mehr auf der Welt, wofür es sich zu leben lohnte. Ihre einzige Klage war, dass man sie nur Botengänge machen, Meldungen weitergeben, und gelegentlich einen mit Plastik-Explosivstoff gefüllten Brotleib in ihrer Einholtasche an seinen Bestimmungsort bringen ließ. Sie war überzeugt, mehr tun zu können. Ließen sie die nach jedem Bombenanschlag auf Cafés und Kinos, an den Straßenecken postierten Flicks bei der Durchsuchung wahllos herausgegriffener Passanten, der nicht regelmäßig schon auf ein bloßes Senken ihrer seidigen, langen Wimpern, ein leichtes Schürzen ihrer vollen Lippen hin, unbehelligt? Und so ging es weiter, bis dann im Juli ein Mann sie aufsuchte. Er war in Begleitung ihres Zellenleites gekommen, der ihm gegenüber großen Respekt an den Tag legte. Er hatte keinen Namen. Ob sie bereits eine Spezialaufgabe für die Organisation zu übernehmen? Selbstverständlich. Eine vielleicht gefährliche, gewiss aber unangenehme Aufgabe? Auch das? Drei Tage später zeigte man ihr einen Mann, der aus einem Apartmenthaus trat. Sie saßen in einem geparkten Wagen. Ihr wurde gesagt, wer es war und welche Stellung er bekleidete und was sie zu tun hatte. Mitte Juli hatten sie, offenkundig per Zufall, Bekanntschaft geschlossen, als sie in einem Restaurant in unmittelbarer Nähe des Mannes saß und ihn mit scheuem Lächeln um das auf seinem Tisch befindliche Salzfass bat. Er war gesprächig geworden, sie zurückhaltend und scheu geblieben. Dieses Verhalten erwies sich als genau richtig. Ihre Sprüdigkeit reizte ihn. Die Unterhaltung, die der Mann führte und der sie artig folgte, belebte sich. Innerhalb von 14 Tagen hatten sie eine Affäre miteinander. Ende Juli wies sie ihr Zellenleiter an, dass ihr Zusammenleben in Kürze beginnen solle. Das einzige Hindernis stellten die Frau und die Kinder des Mannes dar, von denen er nicht getrennt lebte. Am 29. Juli reisten sie zum Landhaus der Familie im Loiretal ab, während der Mann seiner Arbeit wegen in Paris zurückbleiben musste. Wenige Minuten nach der Abreise seiner Familie hatte er bereits im Salon angerufen und darauf bestanden, dass Jacqueline und er noch am gleichen Tag in seinem Apartment gemeinsam zu Abend aßen. Sie dachte mit Widerwillen an die bevorstehende Nacht und ihre Bauchmuskeln strafften sich vor Ekel. Sie würde das Gelobte sie sich durchhalten und es hinter sich bringen, egal welche Art von Liebe er von ihr verlangte. Aus seiner Kommodenlade holte sie das Foto von François hervor, aus dessen Rahmen er ihr mit dem gleichen, leise ironischen Lächeln zuzunicken schien, das seine Lippen immer umspielt hatte, wenn er sie über die ganze Länge des Bahnsteigs hinweg auf ihn zulaufen sah, um von ihm in die Arme genommen zu werden. Das weiche braune Haar, das kakifarbene Uniformhemd mit der breiten, muskulösen Brust darunter, an der den Kopf zu bergen sie vor langer, langer Zeit so sehr geliebt hatte, das Abzeichen mit den stählenden falscherem Jägerschwingen, das sie an ihrer heißen Wange so kühl anfühlte, alles das war noch immer da, auf Fotopapier. Sie lag auf dem Bett und hielt François über sich, der auf sie hinunterblickte, wie er es getan hatte, wenn sie sich liebten. Und seine Frage, «Alors, petit, tu veux?», wäre auch jetzt wieder ganz überflüssig gewesen. Wie stets flüsterte sie, «Oui, tu sais bien?» und schloss die Augen. Sie glaubte, ihn in sich zu fühlen, seine ganze heiße und harte, pochende Kraft, meinte seine ihr leise ins Ohr geraunten Koseworte und schließlich den erstickten Befehl, «Viens, viens!» zu hören, dem sie noch immer gehorcht hatte. Sie öffnete die Augen und starrte zur Zimmerdecke hinauf. François, flüsterte sie und presste das erwärmte Glas des Fotos an ihre Brüste. Hilf mir, bitte, hilf mir heute Nacht. Am letzten Tag des Monats war der Schakal ungemein beschäftigt. Er verbrachte den Vormittag auf dem Flohmarkt, wo er, eine zusammenlegbare billige Reisetasche mit sich führend, von Stand zu Stand ging. Er kaufte ein speckiges, schwarzes Beret, ein paar ausgetretene Schuhe, eine nicht allzu saubere Hose und, nach langem Suchen, einen ausgedienten, schweren Militärmantel. Er würde einen Mantel aus leichterem Stoff vorgezogen haben, aber Militärmantel sind selten für den Hochsommer geschneidert und die der französischen Armee werden aus Duffel angefertigt. Der Mantel war jedoch lang genug, selbst an ihm, dem er, und darauf kam es ihm an, ein gutes Stück bis unters Knie reichte. Im Weggehen fiel sein Blick auf einen Stand voller Orden und Medaillen, die zumeist alt und fleckig waren. Er suchte sich eine Kollektion aus und erwarb sie zusammen mit einer Broschüre, welche die französischen Militärmedaillen mitsamt Ordensbändern auf verblichenen Farbabbildungen zeigte und den Betrachter anhand ausführlicher Bildunterschriften darüber aufklärte, für welche Schlachten oder tapferen Handlungen sie verliehen zu werden pflegten. Nach einem leichten Lunch bei Queenies in der Rue Royale ging er in sein nahes Hotel, zahlte seine Rechnung und begann zu packen. Seine jüngsten Anschaffungen wurden im doppelten Boden eines seiner beiden teuren Koffer verstaut. Aus der Medaillensammlung stellte er mithilfe der erworbenen Broschüre eine Ordensschnalle zusammen, die von der Medaille Militär für Tapferkeit vor dem Feind über die Medaille de la Liberation bis hin zu fünf, der den Angehörigen der Streitkräfte des freien Frankreich im Zweiten Weltkrieg verliehenen Gefechtsauszeichnungen reichte. Er verlieh sich selbst Medaillen für die Teilnahme in den Kämpfen bei Bir Hakeim in Libyen, Tunesien und der Normandie, sowie das Abzeichen für die Angehörigen der von General Philippe Leclerc befehligten Zweiten Panzerdivision. Die restlichen Medaillen wie auch die Broschüre deponierte er in zwei auf dem Boulevard Malserbe an Laternenkandelabern befestigten Papierkörben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Fertiglob detta Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Brief an Viktor Kowalski traf am folgenden Morgen in Rom ein. Als der hünenhafte Pole vom Postamt zurückkehrte und die Hotelhalle durchschritt, rief ihm einer der Pagen nach »Senior, per favore«. Schroff wie immer wandte er sich um. Spaghettifresser waren eine Sorte Mensch, die er grundsätzlich nicht zu beachten pflegte. Er übersah sie, wenn er durch die Hotelhalle zum Aufzug stopfte. Der dunkeläugige Junge, der auf ihn zutrat, hielt einen Brief in der Hand. »E una lettera, Signor. Per un Signor Kowalski. No connosco questo, Signor. E forse un francese.« Kowalski verstand kein Wort von dem italienischen Redeschwall, begriff aber den Sinn und vor allem, dass es sein eigener Name war, den der Hotelpage, wenn auch in falscher Aussprache, genannt hatte. Er riss ihm den Brief aus der Hand und starrte auf den in ungelenker Schrift gekritzelten Namen und die Adresse. Kowalski war unter falschem Namen gemeldet, und da er keine Zeitungen las, wußte er nicht, dass ein Pariser Blatt vor drei Tagen berichtet hatte, dass die drei ranghöchsten OAS-Führer sich im obersten Stockwerk des Hotels verbarrikadiert hatten. Was ihn betraf, so hätte niemand wissen sollen, wo er sich auffielte. Und doch freute er sich über den Brief. Er bekam nur selten Pust. Und wie die meisten einfachen Leute empfand er die Ankunft eines Briefes als ein größeres Ereignis. Dass unter den im Empfang beschäftigten Hotelangestellten keiner einen Gast dieses Namens kannte und niemand mit dem Brief etwas anzufangen wußte, hatte Kowalski dem Redeschwall des kleinen Italieners, der jetzt mit treuen Hundeaugen zu ihm aufblickte, als sei er der Hort menschlicher Weisheit und könne das Dilemma lösen, immerhin entnommen. »Bon, je vais demander«, sagte er gnädig. Der Italiener blickte ihn noch immer fragend an. »Demandé, demandé«, wiederholte Kowalski und deutete nach oben. »Dem«, der Italiener begriff. »Ah, si, demandé, prego, signor, tante grazie.« Auf seinem Zimmer im achten Stock las er schließlich den Brief, wobei er mit der Unterschrift begann. Er war überrascht, dass er von Kowalski sein sollte, den er seit einem Jahr nicht gesehen hatte und der so schlecht schreiben konnte, dass Kowalski sich mit dem Lesenschwert tat. Aber mit einiger Mühe gelang es ihm dann doch, den Brief zu entziffern. Er war nicht lang. Kowalski schrieb, er habe an dem Tag, an dem er diesen Brief abschickte, einen Bericht in der Zeitung gesehen, der ihm von einem Freund vorgelesen worden sei und besagte, dass Rodin, Montclair und Casson sich in dem Hotel in Rom versteckt hielten. Er habe angenommen, sein alter Kumpel Kowalski würde bei ihnen sein und daher auf die Möglichkeit hin, ihn auf diesem Weg zu erreichen, den Brief geschrieben. Der letzte Satz berichtete davon, dass Kowalski vor einigen Wochen Michael getroffen habe und Michael habe gesagt, dass er Jojo gesehen habe, die gesagt habe, dass die kleine Sylvie krank sei und Leuko irgendwas hätte. Jedenfalls hatte es damit zu tun, dass mit ihrem Blut etwas nicht in Ordnung sei, aber er, Kowalski, hoffe, dass sie bald wieder gesund würde und Viktor solle sich keine Sorgen machen. Aber Viktor machte sich Sorgen. Der Gedanke daran, dass die kleine Sylvie krank war, beunruhigte ihn sehr. Er hatte seine Tochter zweimal in seinem Leben gesehen. Das erste Mal 1957, als er im Oberschenkel verwundet und auf Genesungsurlaub nach Marseille geschickt worden war. Und dann wieder 1960, als er Oberstleutnant Rodin, der als Zeuge bei einer Militärgerichtsverhandlung in Marseille erscheinen musste, dienstlich begleitete. Beim ersten Besuch war das kleine Mädchen zwei, beim nächsten viereinhalb Jahre alt gewesen. Und jetzt hatte sie Leuko irgendwas und Kowalski war den restlichen Vormittag hindurch außerordentlich beunruhigt. Nach dem Mittagessen ging er nach oben, um sich das Stahletui für die Post ans Handgelenk ketten zu lassen. Rodin erwartete einen wichtigen Brief aus Frankreich, der weitere Einzelheiten über die Höhe der Gesamtsumme enthielt, die durch die von Cassants kriminellen Untergrundelementen während des letzten Monats verübten Banküberfälle und Einbrüche erbracht worden war und wollte daher, dass Kowalski am Nachmittag nochmals zum Postamt ging. »Was ist Leuko irgendwas?«, brach es unvermittelt aus dem Korporal hervor. Rodin, der ihm die Kette ans Handgelenk schloss, blickte überrascht auf. »Davon habe ich noch nie etwas gehört«, sagte er. »Es ist eine Blutkrankheit«, fügte Kowalski hinzu. Cassant, der in einer anderen Ecke des Hotelzimmers saß und in einem Magazin blätterte, lachte. »Sie meinen Leukämie«, sagte er. »Ja, was ist das, Monsieur?« »Es ist Krebs«, sagte Cassant. »Blutkrebs.« Kowalski sah Rodin an. Er traute Zivilisten nicht. »Aber die Quacksarbeit können es doch heilen, mon Kolonel.« »Nein, Kowalski, Leukämie ist unheilbar. Da kann man nichts machen. Warum?« »Ach, nichts«, murmelte Kowalski. »Ich habe nur so etwas gelesen.« Dann ging er. Wenn Rodin überrascht gewesen war, dass sein Leibwächter, von dem niemand angenommen hätte, dass er jemals etwas Komplizierteres als seinen Tagesbefehl durchgelesen hatte, auf ein solches Wort gestoßen sein sollte, so ließ er es sich jedenfalls nicht anmerken, und der Vorfall geriet bei ihm raschen Vergessenheit. Denn mit der Nachmittagspost war der erwartete Brief gekommen, der besagte, dass sich das gesamte Guthaben der OAS auf schweizerischen Bankkonten jetzt auf mehr als 250.000 Dollar belief. Rodin war zufrieden, als er sich hinsetzte, um den Banken zu schreiben und die Überweisung des Betrags auf das Konto des gedungenen Killers zu veranlassen. Bei Einbruch der Dunkelheit hatte er die Anweisungen an die Banken aufgesetzt, aber als Casson die von Rodin verfügten Instruktionen las, denen zufolge die schweizerischen Bankkonten das Geld an den Schakal überweisen sollten, erhob er Einwände. Er machte geltend, dass eine eminent wichtige Zusage, die sie alle drei ihrem Engländer gemacht hatten, darin bestand, ihm einen Kontaktmann in Paris zu nennen, der in der Lage war, ihn mit den jeweils neuesten Informationen über die Aktivitäten des französischen Präsidenten, wie auch jede mögliche Änderung der seiner Person betreffenden Sicherheitsvorkehrungen zu versorgen. Diese Informationen könnten, ja würden für den Killer von entscheidender Bedeutung sein. Den Schakal zum gegenwärtigen Zeitpunkt von der Überweisung des Geldes in Kenntnis setzen, hieße, so argumentierte Casson, ihn zu vorzeitigem Handeln ermutigen. Wann der Mann zuschlagen wolle, war ausschließlich ihm selbst überlassen. Dabei würden ein paar Tage keinen entscheidenden Unterschied machen. Was dagegen sehr wohl den Unterschied zwischen einem Erfolg und einem weiteren, dann aber gewiss letztmaligen Fehlschlag bewirken könne, das seien die dem Killer verfügbaren Informationen. Er, Casson, habe mit der heutigen Post Nachricht erhalten, dass es seinem wichtigsten Repräsentanten in Paris gelungen sei, einen Agenten in unmittelbarer Nähe eines zu de Gaulles engstem Mitarbeiterstab zählenden Mannes zu platzieren. Schon in wenigen Tagen würde dieser Agent in der Lage sein, über den jeweiligen Aufenthaltsort, die Reisepläne und jedes vorgesehene öffentliche Auftreten des Generals, über Dinge also, die nicht mehr im Voraus angekündigt zu werden pflegten, laufend verlässliche Informationen zu erhalten. Ob Rodin daher seine Instruktionen bitte noch ein paar Tage zurückhalten würde, bis er, Casson, in der Lage sei, dem Killer eine Pariser Telefonnummer zu nennen, unter der er die für das Gelingen seines Auftrags so entscheidend wichtigen Informationen erhalten könne? Rodin ließ sich Cassons Einmände lange durch den Kopf gehen und kam endlich zu dem Schluss, dass er recht habe. Keiner der beiden Männer konnte wissen, wie der Schakal vorzugehen beabsichtigte. Und in der Tat würden die Instruktionen an die Schweizer Banken, gefolgt von der Übersendung des Briefs mit der Pariser Telefonnummer nach London, den Killer in keiner Weise zu einer Änderung seines Zeitplans veranlasst haben. Keiner der Terroristen in Rom konnte ahnen, dass der Schakal den Tag schon festgelegt hatte und seine Vorbereitungen und Absicherungen gegen unvorhergesehene Zufälle mit der Präzision eines Uhrwerks fortsetzte. Den Colt locker in der geübten Hand saß Kowalski, eine hockende, bullige Gestalt, die mit dem Schatten des Ventilationsscharts der Klimaanlage verschmolz in der heißen römischen Nacht auf dem Hoteldach und sorgte sich um ein kleines Mädchen, das mit Leuko irgendwas in Marseille im Bett lag. Kurz vor Anbruch der Dämmerung kam ihm eine Idee. Er erinnerte sich, dass Jojo, als er ihn das letzte Mal sah, davon geredet hatte, sich Telefon in seine Wohnung legen zu lassen. Innerhalb von zehn Minuten hatte Kowalski Jojos Telefonnummer und eine halbe Stunde später war die Verbindung hergestellt. Die Stimme des Ex-Ligoniers in Marseille war schlecht zu verstehen, weil es in der Leitung knackte und Jojo schien die schlimme Nachricht, die er seinem Freund brieflich hatte zukommen lassen, nur zögernd zu bestätigen. Ja, er sei froh, dass Kowalski anrief. Er habe seit drei Monaten versucht, seine Adresse ausfindig zu machen. Ja, das mit der Krankheit der kleinen Sylvie stimme unglücklicherweise. Sie sei immer schwächer und dünner geworden und als schließlich ein Arzt die Krankheit diagnostiziert hatte, schon bettlägerig gewesen. Jetzt läge sie nebenan im Schlafzimmer der Wohnung, von der aus Jojo telefonierte. Nein, es sei nicht die gleiche Wohnung. Sie hätten sich eine neuere und größere genommen. Was? Die Adresse? Jojo nannte sie Kowalski, der sie sich, die Zunge zwischen den gespitzten Lippen, aufschrieb. Wie lange geben ihr die Quacksalber noch? brüllte er in den Hörer. Nachdem er seine Frage dreimal wiederholt hatte, schien Jojo sie begriffen zu haben. Es entstand eine lange Pause. Hallo, hallo, rief Kowalski, als keine Antwort kam. Eine Woche, vielleicht auch zwei oder drei, sagte Jojo. Ungläubig starrte Kowalski in die Muschel, legte dann wortlos den Hörer auf die Gabel und stolperte aus der Telefonzelle. Nachdem er die Gebühren für das Gespräch bezahlt hatte, holte er die Post ab, ließ den Deckel des an sein Handgelenk geketteten Stahle-Twist zuschnappen und ging ins Hotel zurück. Zum ersten Mal seit vielen Jahren waren seine Gedanken in Aufruhr geraten, und es gab niemanden, bei dem er sich zur Entgegennahme von Befehlen hätte melden können, die das Problem mit Gewalt gelöst haben würden. In seiner Wohnung in Marseille, es war dieselbe, in der er schon immer gelebt hatte, legte Jojo den Hörer auf, als ihm klar wurde, dass Kowalski eingehängt hatte. Er drehte sich um und sah, dass die beiden Männer vom Aktionsdienst, von denen jeder einen 45er-Polizei-Spezialkolt in der Hand hielt, sich nicht vom Fleck gerührt hatten. Die Waffe des einen war auf Jojo, die des anderen auf dessen Frau gerichtet, die mit aschfahlem Gesicht auf dem Sofa saß. »Hunde«, sagte Jojo voller Haas. »Scheißkerle.« »Kommt er?«, fragt einer der beiden Männer. »Er hat nichts davon gesagt, er hat einfach eingehängt«, sagte der Pole. Die schwarzen Knopfaugen des Korsens starrten ihn unverwandt an. »Er muss kommen, wir haben unsere Anweisungen.« »Nun, Sie haben es doch gehört, ich habe gesagt, was Sie wollten. Es muss ihm einen Schock versetzt haben, er hat einfach eingehängt, ich konnte ihn nicht daran hindern.« »Es wäre besser für Sie, wenn er käme, Jojo«, wiederholte der Korse. »Er wird kommen«, sagte Jojo resigniert. »Wenn er kann, wird er kommen, wegen des kleinen Mädchens.« Jojo zuckte mit den Achseln. In Rom verbrachte Kowalski ein weit weniger erholsames Wochenende. Er trat sein Wachdienst, zu dem er bei Tage als Wachhabende am Empfangstisch im achten Stock und in der Nacht als Posten auf dem Dach des Hotels eingeteilt war, pünktlich an. In der wachfreien Zeit schlief er nur wenig und lag zumeist in seinem an einem schmalen Gang im achten Stockwerk gelegenen Zimmer auf dem Bett, rauchte und trank den herben Rotwein, der für die acht der Leibwache angehörten Ex-Legionäre galonweise angeliefert wurde. Den Vergleich mit dem algerischen Pinard, der in der Feldflasche jedes Legionärs zu Glück empflegte, hielt der saure italienische Rosso nicht aus, fand Kowalski. Aber er war besser als gar nichts. Wie immer, wenn es weder Befehle von oben gab, die ihm die Verantwortung abnahmen, noch gültige Dienstanweisungen, die ihm die Entscheidung leicht machten, brauchte er sehr lange, um zu einem Entschluss zu kommen. Aber Montagmorgen hatte er sich entschieden. Er würde nicht lange fort sein, vielleicht nur einen Tag, möglicherweise auch zwei Tage, sollte es mit den Anschlüssen nicht klappen. In jedem Fall war es etwas, was geschehen musste. Er würde dem Patron hinterher alles erklären. Er zweifelte nicht daran, dass der Patron ihn verstehen würde, obschon er bestimmt wütend wäre. Er hatte auch erwogen, dem Obersten alles zu erzählen und ihn um 48 Stunden Urlaub zu bitten. Aber er war sich ganz sicher, dass der Oberst, obwohl er ein beliebter Offizier war, der zu seinen Männern hielt, wenn sie in Schwierigkeiten geraten waren, ihn nicht gehen lassen würde. Er würde die Sache mit Sylvie nicht verstehen, und Kowalski wusste, dass er sie ihm nicht erklären könnte. Er konnte nie etwas mit Worten erklären. Er seufzte tief, als er am Montagmorgen aller Frühe aufstand, um die Wache abzulösen. Der Gedanke, dass er sich zum ersten Mal in seinem Leben als Legionär unerlaubt von der Truppe entfernen würde, beunruhigte ihn außerordentlich. Die Viscount der Alitalia flog einen weiten Bogen über der unglaublich blauen Bucht und schwenkte dann zum Anflug auf den Flughafen Marignan ein. Sie landeten pünktlich auf die Minute, und da die Maschine unweit des Flughafengebäudes zum Stehen kam, begaben sich die Fluggäste zu Fuß zur Zollkontrolle in die Halle hinüber. Als die ersten Passagiere durch die geöffneten Glastüren traten, stieß ein kleiner, nahezu kahlköpfiger Mann den neben ihm stehenden Beamten der Passkontrolle unauffällig an. Großer Bursche, schwarze Baskenmütze, Heftpflaster. Dann schlenderte er weiter und gab den anderen Beamten die gleiche Personenbeschreibung. Als Kowalski an der Reihe war, blickte der Mann in der blauen Uniformjacke kaum auf. Er drückte seinen Stempel auf die gelbe Landekarte, nickte und bedeutete dem schwerfälligen großen Mann mit einer Handbewegung, dass er weitergehen könne. Selbst die Canebière, sonst die unermüdlich pulsierende Verkehrsader der Stadt, war wie ausgestorben. Kowalski brauchte eine halbe Stunde, um ein Taxi zu finden. Die meisten Fahrer hatten ihre Wagen irgendwo im Schatten abgestellt und hielten sie erst da. Die Adresse, die Jojo ihn genannt hatte, gab ein an der in Richtung Cassis aus der Stadt hinausführenden Hauptstraße gelegenes Haus an. Auf der Avenue de la Liberation bat er den Fahrer, ihn abzusetzen, weil er das letzte Stück zu Fuß gehen wollte. Kowalski sah dem in die Stadt zurückfahrenen Taxi nach, bis es aus der Sicht entschwunden war und machte sich auf den Weg. Er fand die Seitenstraße, die ihm von einem auf der Terrasse bedienenden Kaffeehauskellner, den er im Vorbeigehen befragt hatte, genannt worden war, sehr rasch. Der Wohnblock sah ziemlich neu aus und Kowalski dachte, dass sich das Geschäft mit dem fahrbaren Erfrischungsstand auf dem Bahnsteig für die Jojos gut entwickelt haben musste. Vielleicht hatten sie den Kiosk bekommen, mit dem Madame Jojo seit Jahren liebäugelte. Das würde die Verbesserung ihres Lebensstandards hinreichend erklären. Und für die kleine Sylvie war es in jedem Fall besser, in dieser Wohngegend aufzuwachsen als in der Nähe der Docks. Bei dem Gedanken an seine Tochter und die unsinnige Überlegung, die er ihretwegen soeben angestellt hatte, blieb er am Fuß der Treppe, die zu dem Wohnblock hinaufführte, stehen. Was hatte Jojo am Telefon gesagt? Eine Woche? Vielleicht vierzehn Tage? Das war doch nicht möglich. Er rannte die Treppe hinauf und las die Namensschilder an den Briefkästen, die in doppelter Reihe an der linken Wand der Eingangshalle befestigt waren. Auf einem Schild stand Dzibowski, Apartment 23. Er beschloss, nicht auf den Aufzug zu warten, denn die Wohnung lag im zweiten Stock. An der Tür zum Apartment 23 befand sich eine kleine weiße Karte, die in ein für das Namensschild vorgesehenes Rähmchen gesteckt war. In Schreibmaschinen-Schrift stand Dzibowski darauf. Die Tür war am Ende des Korridors und wurde von den Türen der Apartments 22 und 24 flankiert. Kowalski klingelte. Die Tür öffnete sich und aus dem Spalt heraus fuhr der Griff einer Spitzhack auf seinen Schädel nieder. Der Schlag riss ihm die Haut auf, prallte jedoch mit einem dumpfen Knall von seiner Schädeldecke ab. Gleichzeitig wurden zu beiden Seiten des Polen die Türen der angrenzenden Apartments 22 und 24 aufgerissen, aus denen eine Anzahl Männer herausstürzte. Alles das spielte sich in Bruchteilen von Sekunden ab. Kowalski sah rot. Ob schon seine Reaktionsfähigkeit sonst nicht die schnellste war, gab es eine Technik, die er wie kein zweiter beherrschte, die des Kämpfens. In der räumlichen Enge des Korridors war ihm aber weder seine Körpergröße noch seine überlegene Kraft von Vorteil. Seine Größe hatte lediglich verhindert, dass der niedersausende Stiel der Spitzhacke die beabsichtigte volle Wucht erreichte, bevor er seinen Kopf traf. Durch das Blut, das ihm über die Augen lief, sah er, dass vor ihm in der Tür zwei Männer standen und zwei weitere auf jeder Seite. Er brauchte Raum, um sich Bewegungsfreiheit zum Kämpfen zu verschaffen, und stürmte mit angewinkelten Ellbogen Stöße austeilen vorwärts in das Apartment 23. Der Mann, der unmittelbar vor ihm stand, taumelte unter dem Anprall zurück. Die anderen drängten von hinten nach und versuchten, ihn am Kragen und am Jackett zu packen. In die Wohnung vorgedrungen, zog er den Colt aus dem Achselhalfer, drehte sich auf dem Absatz um und feuerte in Richtung auf die Tür. Im gleichen Augenblick traf ihn ein heftiger Schlag am Handgelenk, und der Schuss wurde nach unten verrissen. Die Kugel zerschmetterte die Kniescheibe eines seiner Gegner, der mit einem schmerzerfüllten Schrei zu Boden ging. Aber nachdem ein weiterer Schlag auf das Handgelenk Kowalskis Finger gefühllos gemacht hatte, wurde ihm die Waffe entrissen. In der nächsten Sekunde warfen sich die fünf Männer auf den Polen und überwältigten ihn. Der Kampf hatte drei Minuten gedauert. Später erklärte ein Arzt, Kowalski müsse von unzähligen Schlägen mit den lederumwickelten Knüppeln am Kopf getroffen worden sein, bevor er schließlich das Bewusstsein verlor. Ein abprallender Schlag hatte ihm ein Stück Ohr weggerissen. Sein Nasenbein war gebrochen und sein Gesicht eine einzige blutige, verschwollene Masse. Der Anführer der Gruppe drehte den Polen auf den Rücken und hob sein geschlossenes Augenlid. Dann ging er zum Telefon hinüber, drehte eine Ortsnummer und wartete. »Wir haben ihn«, sagte er, noch immer schwer atmend, als sich die Dienststelle meldete. »Widerstand? Und ob er Widerstand geleistet hat?« »Einen Schuss hat er abgegeben. Gorinis Kniescheibe ist hinüber, kapett, er hat einen Tritt in die Eier bekommen und Visar ist noch bewusstlos.« »Was? Ja, der Pole lebt. Das war doch die Anweisung, oder? Sonst hätte er nicht so viel Unheil anrichten können.« »Na ja, verletzt ist er schon. Weiß ich nicht, er ist bewusstlos.« »Hör mal, wir brauchen keine grüne Männer, sondern zwei oder drei Krankenwagen, und zwar rasch.« Zwölf Stunden später lag Kowalski nach einer raschen Fahrt quer durch Frankreich auf der Pritsche einer Zelle, die sich in den Kasematten einer als Kaserne dienenden alten Befestigung außerhalb von Paris befand. Man hatte ihm das Blut vom Gesicht gewaschen und die Wunden am Ohr und an der Kopfhaut genäht. Ein Pflaster bedeckte die gebrochene Nase, und in dem offenen Mund, durch den der Atem rasselte, waren die Stümpfe zweier ausgeschlagener Schneidezähne zu sehen. Der Mann im weißen Kittel beendete seine Untersuchung, richtete sich auf und legte das Stethoskop in seine Tasche zurück. Er drehte sich um und nickte dem Mann zu, der hinter ihm stand und gegen die Tür pochte. Sie wurde geöffnet, und die beiden traten in den Gang hinaus. Oberst Roland lauschte der Prognose des Arztes, ohne eine Mine zu verziehen. »Wie lange?«, fragte er nur. Der Arzt zuckte mit den Achsen. »Es kann eine Woche dauern, bis auch nur ein erstes Zucken der Lieder einsetzt. So lange werden Sie sich schon gedulden müssen.« Aber der Arzt sollte sich getäuscht haben. Drei Tage später, am 10. August, öffnete Kowalski die Augen, und noch am gleichen Tag wurde er seinem ersten und einzigen Verhör unterzogen. Die letzten drei Tage nach seiner Rückkehr verbrachte der Schakal damit, seine Vorbereitungen für die bevorstehende Mission in Frankreich abzuschließen. Er steckte seinen auf den Namen Alexander James Quentin Duggan lautenden neuen Führerschein ein und ging zur Hauptgeschäftsstelle der Automobile Association ins Fähnumhaus, wo er sich auf den gleichen Namen einen internationalen Führerschein ausstellen ließ. In einem auf Reiseartikel spezialisierten Gebrauchtwarenladen erstand eine Anzahl zueinander passender Koffer aus gleichem Leder. In den ersten packte er die Kleidungsstücke, die es ihm gegebenenfalls ermöglichen sollten, sich als Pastor Perjensen aus Kopenhagen zu maskieren. Bevor er die Sachen in den Koffer legte, trennte er die Schildchen der dänischen Hersteller aus den drei in Kopenhagen gekauften Hemden heraus und nähte sie in das priesterliche Hemd, an dem runden hohen Kragen und dem schwarzen Plastron an, die er in London gekauft hatte. Zu diesen Kleidungsstücken packte er die Sachen, das Unterzeug, die Schuhe, die Socken sowie den schwarz-grauen leichten Anzug, mit denen er, wenn nötig, das äußere Bild des dänischen Geistlichen vervollständigen konnte. In den gleichen Koffer wanderten die Kleidungsstücke des amerikanischen Studenten Marty Schuheberg. Jeans, Sneakers, Socken, T-Shirts und Windjacke. Er schnitt das Futter des Koffers auf und versteckte die Pässe der beiden Ausländer, als die er sich eventuell würde ausgeben müssen, zwischen den doppelten Lederschichten, mit denen die Schmalseiten des Koffers verstärkt waren. Das dänische Buch über die französischen Kathedralen, die beiden Brillen, eine für den Dänen, eine für den Amerikaner, und die sorgfältig in Seidenpapier eingewickelten beiden Paare unterschiedlich getönter Kontaktlinsen sowie die Haarfärbemittel vervollständigten den Inhalt des Koffers. In den zweiten Koffer packte er die Schuhe, die Socken, das Hemd und die Hose, die er zusammen mit dem langen Militärmantel und dem Beret auf dem Flohmarkt in Paris erstanden hatte. In das Kofferfutter steckte er die falschen Papiere des älteren französischen Staatsbürgers André Martin. Dieser Koffer wurde nicht vollgepackt, sollte er doch in Kürze eine Anzahl schlanker Stahlröhren aufnehmen, die ein vollständiges Scharfschützengewehr nebst Munition enthielten. Den etwas kleineren dritten Koffer füllten die Kleidungsstücke Alexander Duggans. Schuhe, Socken, Unterzeug, Hemden, Krawatten, Taschentücher und drei elegante Anzüge. Im Futter dieses Koffers deponierte er mehrere Bündel zehn Pfundnoten im Gesamtwert von tausend Pfund, die er nach seiner Rücke aus Brüssel von seinem Privatkonto abgehoben hatte. Alle drei Koffer wurden vom Schakal sorgfältig abgeschlossen und die Schlüssel an seinem Schlüsselring befestigt. Den taubengrauen Anzug ließ er reinigen und bügeln und hängte ihn dann in den eingebauten Kleiderschrank seiner Wohnung. In der inneren Brusttasche des Anzugs befanden sich sein Pass, sein britischer wie auch sein internationaler Führerschein, und seine Brieftasche mit 100 Pfund in bar. In das letzte Gepäckstück einer elegante Reisetasche packte er Rasierzeug, Pyjama, Handtuch und Waschbeutel sowie seine letzten Erwerbungen, einen leichten Gurt aus feingewebtem Material, eine Zwei-Pfund-Tüte Gips, mehrere Rollen grober Baumwollener Binden, ein halbes Dutzend Rollen Leukoplast, drei Päckchen Watte und eine stumpfe, aber kräftige Schere. Die Reisetasche würde er als Handgepäck bei sich führen, denn bei Zollkontrollen auf den verschiedensten Flughäfen hat er wiederholt die Erfahrung gemacht, dass Reisetaschen im Allgemeinen nicht zu den Gepäckstücken gehören, die sich die Zollbeamten in geöffnetem Zustand vorführen lassen. Die Tarnungen als Pastor Jensen und Marty Schulberg stellten lediglich Vorsichtsmaßregeln dar, auf die er wahrscheinlich, so hoffte er wenigstens, nicht zurückgreifen brauchte, es sei denn, dass irgendetwas schief ginge und die Identität Alexander Duggans aufgegeben werden musste. Die André Martins dagegen war für das Gelingen seines Plans von entscheidender Bedeutung. Falls die anderen beiden nicht gebraucht wurden, konnte der Koffer, nachdem der Auftrag ausgeführt war, mit dem gesamten Inhalt in einer Gepäckaufbewahrung deponiert und dort zurückgelassen werden. Aber selbst dann, so überlegte er, mochte es sein, dass er sich als eine der beiden Personen würde tarnen müssen, um seine Flucht zu sichern. André Martins und das Gewehr konnten ebenfalls aufgegeben werden, sobald der Job erledigt war, da er für sie dann keine Verwendung mehr haben würde. Mit den letzten Anschaffungen und dem Packen der Koffer war die Planungs- und Vorbereitungsphase abgeschlossen. Jetzt wartete der Schakal nur noch auf das Eintreffen zweier Briefe, die für ihn das Signal zum Aufbruch bedeuteten. Der eine würde ihm die Pariser Telefonnummer bekannt geben, unter der er sich ständig über den Bereitschaftszustand, der den französischen Staatspräsidenten schützenden Sicherungskräfte informieren konnte, der andere, die ihm von Herrn Mayer in Zürich übermittelte schriftliche Benachrichtigungen enthalten, dass 250.000 Dollar auf sein dortiges Bankkonto überwiesen worden seien. Er verkürzte sich die Wartezeit damit, im Korridor seiner Wohnung einen möglichst glaubwürdig wirken, hinkenden Gang zu üben. Innerhalb von zwei Tagen lernte er so realistisch zu hinken, dass auch der kritischste Beobachter nicht mehr auf den Gedanken kommen konnte, er habe gar kein Bein oder Knöchelbruch. Der erste der beiden erwarteten Briefe traf am Morgen des 9. August ein. Der in Rom abgestempelte Umschlag enthielt folgende Botschaft. Ihr Freund kann unter molitor5901 kontaktiert werden. Melden Sie sich mit den Worten »I see, Chakall«. Die Antwort wird lauten »I see, by me«. Viel Glück. Der Brief aus Zürich kam erst am 11. August. Der Schakall grinste breit, als er die Bestätigung las, dass er, was auch kommen mochte, vorausgesetzt er ging bei der Sache nicht drauf, für den Rest seines Lebens ein reicher Mann sein würde. Und ein noch viel reicherer, wenn seine bevorstehende Mission in Frankreich erfolgreich war. Er bezweifelte nicht, dass er Erfolg haben würde. Nichts war dem Zufall überlassen worden. Er verbrachte den restlichen Vormittag jenes Tages am Telefon, um Flüge zu buchen, und legte das Datum seiner Abreise auf den nächsten Tag, den 12. August, fest. In dem Kellerraum war nur das schwere, aber kontrollierte Atmen der fünf hinter dem Tisch sitzenden Männer und das rasselnde Keuchen des Gefangenen zu hören, den man auf einen eichenden Stuhl gefesselt hatte. Die einzige Lichtquelle bildete eine einfache Bürotischlampe, aber die Birne war ungewöhnlich stark und hell, was die erstickende Hitze in dem Raum noch steigerte. Die Lampe war am linken Tischrand festgeklemmt und der verstellbare Schirm so gedreht, dass es Licht, den keine zwei Meter entfernt sitzenden Gefangenen direkt anstrahlte. Ein Streifen des Lichtkreises fiel auf die fleckige Tischplatte und beleuchtete hier und da Finger, die eine Zigarette hielten, von der blauer Rauch aufstieg, gelegentlich eine ganze Hand oder einen aufgestützten Unterarm. Oberkörper und Schultern der fünf in einer Reihe hinter dem Tisch sitzenden Männer blieben für den Gefangenen unsichtbar. Gepolsterte Lederriemen fesselten seine Fußgelenke eng an die Stuhlbeine. Jedes dieser Stuhlbeine war seinerseits mit einem L-förmigen Winkeleisen aus Stahl an den Fußboden geschraubt. Der Stuhl hatte Armlehnen, an welchen die Handgelenke des Gefangenen ebenfalls mit gepolsterten Lederriemen festgebunden waren. Hier ein weiterer Riemen umspannte seine Hüften und seinen massigen, behaarten Brustkorb. Die Polsterung der Riemen war schweißdurchnest. Abgesehen von den auf ihr liegenden Händen der fünf Männer war die Tischplatte fast leer. Die einzige sichtbare Besonderheit bildete ein in sie eingelassener Schlitz, dessen Messing beschlagene Ränder eine Anzahl Ziffern aufwiesen. Aus dem Schlitz ragte ein mit einem Bakelit-Knopf versehener, schmaler Hebel aus Messing heraus, der vorwärts und rückwärts bewegt werden konnte. Daneben befand sich ein simpler Schalter. Die rechte Hand des am Ende des Tisches sitzenden Mannes lag unmittelbar neben dem Schalter. Auf seinem Handrücken spriesten kleine schwarze Haare. Zwei Kabel verbanden Schalter und Hebel mit einem nahe den Füßen des gefesselten, auf dem Fußboden stehenden Transformator. Von dort führte eine mit Gummi isolierte, dickere, schwarze Leitung nur zu einer großen Steckdose, die an der Wand hinter der Gruppe angebracht war. In der gegenüberliegenden Ecke jenseits des Tisches saß ein Mann mit dem Gesicht zur Wand an einem Holztisch. Ein schwacher, grüner Lichtschein verriet, dass das vor ihm stehende Tonbandgerät eingeschaltet war, wenngleich die Spulen stillstanden. Alle Männer hatten die Ärmel ihrer durchgeschwitzten Hemden aufgekrempelt. Der Gestank nach Schweiß, kaltem Rauch, Metall und Erbrochenem war unerträglich, wurde jedoch von einem noch stärkeren Geruch übertroffen, dem der unverkennbaren Ausdünstung von Angst und Schmerz. Endlich beendete der Mann, der in der Mitte der Gruppe hinter den Tisch saß, das Schweigen. »Écoute, mon petit victor«, sagte er mit sanft überredender Stimme. »Du wirst uns schon noch alles erzählen. Vielleicht nicht jetzt gleich, aber irgendwann. Du bist ein tapferer Bursche, das wissen wir, wirklich, alle Achtung. Aber selbst du kannst nicht mehr lange durchhalten. Warum willst du es uns also nicht sagen? Du meinst, Oberst Rodin würde es dir verbieten, wenn er hier wäre? Aber er kennt sich doch aus in diesen Dingen. Er würde uns sagen, dass wir dir weitere Quälereien ersparen sollen. Du weißt doch selbst ganz genau, zuletzt reden sie immer. N'est-ce pas, victor? Keiner kann ewig so weitermachen, das hält niemand aus. Also warum nicht gleich reden, he? Und dann zurück ins Bett und schlafen, schlafen, schlafen. Niemand wird dich wecken. Der Mann auf dem Stuhl hob das schweißglänzende, zerschlagene Gesicht. Ob es an dem Blut unterlaufenen, von den Fußtritten der Korsen-Marseille-Hierungen Quetschungen im Gesicht oder am grellen Licht lag, dass er die Augen geschlossen hielt, war nicht zu erkennen. Eine Weile wandte er das Gesicht dem Tisch und der Dunkelheit vor ihm zu, während er den Mund öffnete und zu sprechen versuchte. Ein dünnes Rinnsal von blutigem Schleim erschien auf seiner Unterlippe und troff über den behaarten Oberkörper in die Pfütze von Erbrochenem, die sich in seinem Schoß gesammelt hatte. Er schüttelte den Kopf und ließ ihn wieder auf die Brust sinken. Vom Tisch her meldete sich die Stimme neuerlich. Victor, Ecoutmoor, du bist ein harter Mann, wir alle wissen das. Wir alle erkennen das auch an. Du hast den Rekord schon längst gebrochen. Jetzt kannst selbst du nicht mehr. Aber wir können noch, Victor. Und ob wir noch können. Wenn es sein muss, halten wir dich noch tagelang am Leben und bei Bewusstsein. Es gibt gewisse Drogen, Tyssel. Mit dem dritten Grad ist es vorbei, man ist heute technisch viel weiter. Also rede lieber jetzt als später. Wir verstehen das, musst du wissen. Wir kennen den Schmerz. Aber die kleinen Elektroden, Victor, die verstehen das leider ganz und gar nicht. Und die kennen nichts, die machen nur immer weiter, immer weiter. Wirst du es uns jetzt erzählen, Victor? Was tun die da in dem Hotel in Rom? Worauf warten sie? Der auf die Brust herabgesunkene große Kopf schwankte langsam von einer Seite zur anderen. Es war, als musterten die geschlossenen Augen erst die eine, dann die andere der beiden an seinen Brustwarzen befestigten kleinen, kupfernen Elektroden und schließlich die einzelne größere, deren gezackte Zähne sein Glied von beiden Seiten an der Eichel umfassten. Die Hände des Mannes, der gesprochen hatte, lagen schlank, weiß und friedlich vor ihm in dem Lichtstreifen, der von der Lampe her seitlich auf den Tisch fiel. Der Mann wartete noch ein wenig länger. Die Hände trennten sich voneinander und nur die rechte blieb, den Daumen gegen die Handfläche gedrückt, vier Finger gespreizt auf dem Tisch liegen. Am äußersten Ende der Tischplatte schob die Hand des am elektrischen Schalter sitzenden Mannes den Messinghebel auf der Skala von Ziffer 2 auf Ziffer 4 und nahm den Schalterknopf zwischen Daumen und Zeigefinger. Jetzt krümmte die Weite zur Mitte der langen Tischplatte verbliebene Hand die vier bis lang gespreizten Finger und hob und senkte dann einmal den Zeigefinger. Der elektrische Strom wurde eingeschaltet. Mit leisem Summen schienen die an dem gefesselten Mann befestigten und durch Drähte mit dem Schalter verbundenen kleinen Elektroden zum Leben zu erwachen. Der riesige Körper auf dem Stuhl bäumte sich wie durch Levitation auf und die Beine und Handgelenke spannten sich gegen die Riemen bis es schien als Schneider das Leder ungeachtet der Polsterm durch Fleisch und Knochen. Der Mund öffnete sich wie in fassungslosem Staunen und es dauerte eine halbe Sekunde bis der Schrei über die Lippen kam, der dann zu einem Schreien würde und nicht mehr aufhören wollte. Um 16.10. war Viktor Kowalskis Widerstand gebrochen und das Tonbandgerät begann zu laufen. Als er zu sprechen oder vielmehr unzusammenhängend zu stammeln anfing, unterbrach ihn die ruhige Stimme des Mannes hinter dem Tisch mit hartnäckiger Eindringlichkeit. »Warum sind Sie dort in dem Hotel, Viktor? Rudin, Montclair, Casson? Wovor haben Sie Angst? Wo sind Sie gewesen? Wen haben Sie gesehen? Und warum sehen Sie niemanden, Viktor? Sag uns das, Viktor. Warum Rom? Und vor Rom? Warum Wien? Wo in Wien? In welchem Hotel? Warum waren Sie dort, Viktor?« Als Kowalski nach 50 Minuten schließlich verstummte, fuhr die Stimme noch eine kurze Zeit lang fort, ihm Fragen zu stellen, bis es sich erwies, dass keine Antworten mehr kommen würden. Der Mann gab seinen Untergebenen ein Zeichen und das Verhör war beendet. Das Band wurde aus der Spule genommen und mit einem schnellen Wagen zum Hauptquartier des Aktionsdienstes nach Paris gebracht. Der strahlende Nachmittag, der die Pariser Bürgersteige erwärmt hatte, ging in eine goldfarbene Dämmerung über und um 21 Uhr wurde die Straßenbeleuchtung eingeschaltet. An den Ufern der Seine schlenderten wir an allen Sommerabenden Hand in Hand die Liebespaare und von den Kaffeeterrassen an den Cays klangen Stimmengewirr und Gläserklären herüber. Von dergleichen sommerlichen Unbeschwertheit war in einem engen Büro des Aktionsdienstes nahe der Porte de Lila nichts zu spüren. Drei Männer saßen dort um ein Tonbandgerät herum, das auf einem Tisch stand. Einer von ihnen stellte das Gerät auf Weisung eines zweiten wieder und wieder auf Playback, oder Rückspulen und erneuerlich auf Playback. Der zweite Mann hatte sich Kopfhörer aufgesetzt und lauschte mit vor Anstrengung gerunzelten Brauen dem Wirrwarr von Lauten und Geräuschen, das aus dem Kopfhörer drang. Eine Zigarette, deren Rauch seine Augen tränen machte zwischen den Lippen, gab er dem Mann am Tonbandgerät ein Fingerzeichen, sobald er eine Passage nochmals hören wollte. Zuweilen lauschte er eine Zehntelsekundenpassage ein halbes Dutzend Mal, bevor er den anderen aufforderte, das Tonband weiterlaufen zu lassen. Der dritte, ein jüngerer, blonder Mann, saß an einer Schreibmaschine und wartete auf das Diktat. Die Fragen, die in dem Keller unter der Festung gestellt worden waren, kamen klar und deutlich über den Kopfhörer. Die Antworten waren zusammenhangloser. Der Schreiber tippte die Aufzeichnung wie ein Interview, wobei die Fragen stets auf eine neue Zeile kamen, die mit dem Buchstaben F begann. Die Antworten standen auf der nächsten, jeweils mit einem A gekennzeichneten Zeile. Sie waren wirr, teilweise unverständlich und machten überall dort, wo sie keinerlei Sinn ergaben, den ausgiebigen Brauch von Gedankenstrichen erforderlich. Es war fast Mitternacht, als die drei Männer ihre Arbeit beendet hatten. Müde und zerschlagen standen sie auf und jeder von ihnen reckte sich in der ihm eigenen Weise, um die schmerzenden Muskeln zu entspannen. Eine der drei griff zum Telefon, verlangte eine Amtsleitung und wählte eine Ortsnummer. Ein anderer spulte das Band auf die ursprüngliche Rolle zurück, während der Schreiber die letzten Blätter aus der Maschine nahm, die Durchschläge aussortierte und die angehäuften Papiere in drei nach Seitenzahlen geordnete Exemplare des Geständnisses trennte. Das Original des Protokolls war für Oberst Roland bestimmt. Eine Kopie für die Akten und die zweite zur Anfertigung von zusätzlichen Fotokopien für Abteilungsleiter, falls der Oberst anordnete, dass sie von dem Inhalt des Protokolls in Kenntnis gesetzt werden sollten. Der Anruf erreichte Oberst Roland in dem Restaurant, in dem er mit Freunden und deren Ehefrauen zu Abend gegessen hatte. Er verabschiedete sich aufs Liebenswürdigst und saß wenig später in seinem Wagen, um ihn in raschem Tempo durch die noch immer überlebten Straßen in das, um diese Zeit stillere Cartier de Port de Lille zu fahren. Kurz nach ein Uhr morgens war er in seinem Büro, zog sich sein untadeliges dunkles Jackett aus, bestellte Kaffee beim Nachtdienst und klingelte nach seinem Assistenten. Das Original der Niederschrift von Kowalskis Geständnis wurde ihm zugleich mit dem Kaffee gebracht. Zunächst las er das 26-seitige Dossier rasch durch und versuchte dabei das Wesentliche dessen, was der geistesverwirrte Ex-Ligonier gesagt hatte, sogleich zu erfassen. Etwa in der Mitte des Protokolls fiel ihm irgendetwas auf, was ihn die brauen rundzeln ließ, aber er las ohne Unterbrechung weiter bis zum Ende. Die zweite Durchsicht erfolgte langsamer und sorgfältiger, wobei er jedem einzelnen Satz größere Aufmerksamkeit zuteilwerden ließ. Beim dritten Mal nahm er einen schwarzen Filzstück zur Hand und zog einen dicken Strich durch alle Passagen, die sich auf Sylvie, Leuko oder Leuke irgendwas, Indochina, Algerien, Jojo, Kovac, Korsen, Hunde und die Legion bezogen. Sie alle verstand er und sie interessierten ihn nicht. Das wirrige Stammel betraf zumeist Sylvie, zum Teil auch eine Frau namens Julie und beides war für Roland bedeutungslos. Als er alles das gestrichen hatte, war der Umfang der Aufzeichnung auf etwa sechs Seiten zusammengeschmolzen und Roland versuchte, aus den verbleibenden Passagen einen Sinn herauszulesen. Da war Rom. Die drei Führer waren in Rom. Nun, das wusste er ohnehin. Aber warum? Diese Frage war achtmal gestellt worden. Die Antwort hatte immer gleich gelautet. Sie wollten nicht gekidnappt werden. Einleuchtend genug, dachte Roland. Hatte er mit der ganzen Kowalski-Aktion nur seine Zeit verschwendet? Es gab da ein Wort, das der Legionär zweimal erwähnt oder vielmehr undeutlich gemurmelt hatte, als er auf diese acht gleichlautenden Fragen antwortete. Das Wort war geheim oder geheimnis. Das Adjektiv? Ihre Anwesenheit in Rom war alles andere als geheim. Oder hatte er das Substantiv gebraucht? Was für ein Geheimnis. Sie hatten also ein Geheimnis zu bewahren. Was für ein Geheimnis. Es schien mit irgendetwas zu tun zu haben, was sich in Wien abgespielt hatte. Das Wort Vienne tauchte dreimal auf. Aber Roland hatte zunächst angenommen, es müsse sich um die dreißig Kilometer südlich von Lyon gelegene Stadt Vienne handeln. Vielleicht war gar nicht die französische Provinzstadt, sondern die österreichische Hauptstadt gemeint. Sie hatten in Wien eine Zusammenkunft gehabt. Dann waren sie nach Rom gegangen und hatten Vorkehrungen gegen die Möglichkeit getroffen, gekidnappt und so lange verhört zu werden, bis sie ihr Geheimnis preisgaben. Das Geheimnis musste von Wien her rühren. Die Stunden verstrichen. Und bald waren die Zigarettenstummelin der als Aschenbecher dienen Granathülse nicht mehr zu zählen. Bevor der schmale Streifen von hellerem Grau sich über den düsteren Industrievororten abzuzeichnen begann, die östlich des Boulevard Mortier lagen, wußte Oberst Roland, dass er auf der richtigen Spur war. Einzelne Stücke fehlten noch. Fehlten sie wirklich, waren sie für immer verloren, seit er gegen drei Uhr morgens die telefonische Meldung entgegennahm, dass Kowalski nie mehr würde verhört werden können. Weil er tot war? Oder waren sie irgendwo in dem wirren Text dessen verborgen, was in Kowalskis bedrängtem Hirn vorging, als er die letzten Kraftreserven verbraucht hatte? Roland begann die Stücke des Puzzlespiels zu notieren, die er noch nicht hatte unterbringen können. Kleist. Ein Mann namens Kleist. Der Pole Kowalski hatte das Wort richtig ausgesprochen. Und Roland, der von der Kriegszeit her noch über einige Deutschkenntnisse verfügte, notierte es sich in der korrekten Schreibweise, obwohl es von dem französischen Schreiber falsch buchstabiert worden war. Handelte es sich überhaupt um eine Person oder um eine Örtlichkeit, eine Firma oder dergleichen? Er rief die Vermittlung an und gab Auftrag, im Wiener Telefonverzeichnis nach einer Person oder einer Örtlichkeit dieses Namens zu suchen. Die Antwort kam noch zehn Minuten. Es gab zwei Spalten mit dem Namen Kleist, allesamt Privatpersonen, ferner die Ewald-von-Kleist-Grundschule für Jungen und die Pension Kleist. Roland schrieb sich beide auf, und der Strich aber die Pension Kleist. Dann las er weiter. In dem Text kamen mehrere Hinweise auf einen Fremden vor, dem gegenüber Kowalski offenbar gemischte Gefühle hegte. Manchmal benutzte er das Wort Bon, wenn er von ihm sprach. Dann wieder nannte er ihn einen Fascheur, einen lästigen, zudringlichen Menschen. Kurz nach fünf Uhr morgens ließ sich Oberst Roland Tonband und Gerät bringen und verbrachte die nächste Stunde, damit das Band mehrmals abzuhören. Als er das Gerät schließlich abschaltete, stieß er einen stummen Fluch aus. Dann nahm er einen dünnen Kugelschreiber zur Hand und korrigierte in dem transkribierten Text eine Anzahl offenkundig auf Hörfehler zurückgehender Wörter. Kowalski hatte den Fremden nicht als Bon, sondern als Blanc bezeichnet. Und das Wort, das ihm über die blutigen, verschwollenen Lippen gekommen war, hieß nicht, wie der französische Schreiber notiert hatte, Faschör, sondern Foschör, was so viel wie Killer bedeutet. Von da ab war es leicht, den Sinn der wirren Aussage Kowalskis zu rekonstruieren. Das Wort Schakal, das, wo immer es auftauchte, gestrichen worden war, weil Roland es für ein Schimpfwort gehalten hatte, mit dem Kowalski seine Peiniger bedachte, bekam eine neue Bedeutung. Es wurde zum Decknamen des blonden Killers, der Ausländer war und mit den drei OAS-Bossen drei Tage vor ihrer Abreise nach Rom in der Pension Kleist gesprochen hatte. Roland konnte sich als selbst zusammenreimen, warum Frankreich in den letzten acht Wochen von einer Welle organisierter Banküberfälle und Juwelendiebstähler heimgesucht worden war. Der Blonde, wer immer er sein mochte, verlangte Geld für den Job, den er im Auftrag der OAS übernommen hatte. Auf der ganzen Welt gab es nur einen einzigen Job, der diese Art der Finanzierung erforderlich machte. Am späten Vormittag des gleichen Tages saß der Minister des Inneren an seinem Schreibtisch und starrte düster aus dem Fenster seines Arbeitszimmers in den sonnenbeschienenen runden Innenhof hinunter. Er hörte Papier rascheln und wandte sich auf seinem Drehstuhl wieder dem Schreibtisch zu. Durch den breiten Tisch von ihm getrennt schloss der Mann, der ihm gegenüber, saß das Dossier und legte es vor dem Minister auf den Schreibtisch. Die beiden Männer blickten einander stumm an. In der Stille war nur das Ticken der feuervergoldeten Uhr auf dem Kamin Simms und die gedämpft von der Place Beauvau herüberdringenden Straßengeräusche zu hören. Nun, was halten Sie davon? Kommissar Jean Ducré, Chef der persönlichen Sicherungsgruppe Präsident de Gaulle, war einer der hervorragendsten Experten Frankreichs in allen Fragen der Staatssicherheit, darunter insbesondere solchen, die den Schutz einer einzelnen hochgestellten Person vor Mordanschlägen betrafen. Das war der Grund, weshalb er diese Stellung inne hatte. Und das war auch der Grund, warum bis zu jenem Zeitpunkt sechs bekannt gewordene Mordverschwörungen gegen den Präsidenten entweder fehlgeschlagen waren oder rechtzeitig aufgedeckt werden konnten. Roland hat recht, sagte er schließlich. Seine Stimme war sachlich und unbeteiligt, als gäbe er das zu erwartende Ergebnis eines Fußballspiels bekannt. Wenn seine Vermutungen zutreffen, stellt die Verschwörung in der Tat eine ungewöhnlich ernste Bedrohung dar. Alle Karteien und Listen der französischen Sicherheitsbehörden, wie auch das ganze Netz der in die OAS eingeschleussten Agenten wären angesichts eines Außenseiters doch dazu eines Ausländers, der ohne Freunde und Kontakte ganz allein nur auf sich selbst gestellt arbeitet nutzlos. Wie Roland ganz richtig schreibt, er schlug die letzte Seite des vom Chef des Aktionsdienstes verfassten Berichts auf und las laut daraus vor, handelte sich um den denkbar gefährlichsten Plan, den man sich nur vorstellen kann. Bien, merci, Commissaire, dann werde ich den Präsidenten noch heute Nachmittag um eine Audienz ersuchen und ihn unterrichten. Die Stimme des Innenministers klang lebhaft und entschlossen. Ich brauche Sie nicht erst zu bitten, absolutes Stillschweigen über diese Angelegenheit zu wahren, bis ich Gelegenheit gehabt habe, dem Präsidenten die Lage darzulegen und er darüber entschieden hat, wie er die Sache gehandhabt wissen will. Kommissar Ducré stand auf und verließ das Arbeitszimmer des Innenministers, um in sein keine hundert Schritte entferntes auf der anderen Seite der Rue, vor Bourse und um regellegenes Büro im Palast zurückzukehren. Wieder allein las der Innenminister nochmals den Bericht durch. Er bezweifelte nicht, dass Rollands Einschätzung der Lage zutreffend war. Ducré's übereinstellende Beurteilung ließ ihm für eine lavierende Handhabung der Angelegenheit keinen Spielraum. Die Gefahr war da. Sie war ernst, unabwendbar und der Präsident musste ins Bild gesetzt werden. Diensthabender Offizier war an diesem Tag Oberstessert. Er erhob sich hinter seinem Schreibtisch. Monsieur le ministre, Kolonel. Frei deutete mit einer Kopfbewegung nach links auf die geschlossenen Doppeltüren mit den vergoldeten Türgriffen. Werde ich erwartet? Aber selbstverständlich, Monsieur le ministre. Tessert durchquerte den Raum, klopfte kurz an einer der Doppeltüren, öffnete sie und blieb auf der Schwelle stehen. Der Minister des Inneren, Monsieur le Président. Gedämpft waren Laute der Zustimmung von drinnen zu hören. Tessert trat einen Schritt zurück, lächelte dem Minister zu und Roger Frey ging an ihm vorbei in Charles de Gaulle's privates Arbeitszimmer. Mon cher Frey. Die hochgewachsene, dunkelgrau gekleidete Gestalt war hinter dem großen Schreibtisch hervorgetreten. Zur Begrüßung wurden beide Hände ausgestreckt. Monsieur le Président, mi respect. Er schüttelte die ihm gereichte Hand. Ich höre, mein lieber Frey, dass Sie mich in einer dringenden Angelegenheit sprechen wollen. Nun, was haben Sie mir zu sagen? Roger Frey holte Tiefluft. Der Tatsache wohlbewusst, dass de Gaulle langatmige Reden, sofern sie nicht von ihm selbst stammten, nicht schätzte, erklärte er kurz und bündig, weshalb er gekommen war. Während er sprach, wurde die Haltung des ihm gegenüber sitzenden Mannes immer abweisender. Der Innenminister beendete seinen Monolog, der kaum länger als eine Minute gedauert hatte, indem er Rollands und Ducris Kommentare erwähnte und schloss mit der Bemerkung. Ich habe den Bericht von Roland in meiner Aktenmappe. Über den Tischen weg streckte der Präsident stumm seinen Arm danach aus. Frey holte den Bericht hervor und reichte ihn hinüber. General de Gaulle las ungemein rasch. Er hatte die Lektüre des Roland-Berichtes in drei Minuten beendet, falte den sorgsam zusammen, legte die Hände übereinander und fragte. Nun, mein lieber Frey, was erwarten Sie von mir. Zum zweiten Mal holte Roger Frey tief Luft und stürzte sich in eine rasche Aufzählung der Maßnahmen, die er zu treffen beabsichtigte. Zweimal benutzte er die Wendung, meiner Auffassung nach, Monsieur le Président, wird es zur Abwendung dieser Gefahr unumgänglich sein. In der 33. Sekunde seines Vortrags verwendete er die Floskel, im Interesse Frankreichs, weiter kam er nicht. Der Präsident schnitt ihm das Wort ab. Im Interesse Frankreichs, mein lieber Frey, kann es gewiss nicht liegen, den Präsidenten der Republik vor der Drohung eines jämmerlichen Mietlings zurückweichen zu sehen, der, er machte eine Pause, in der seine Verachtung für den unbekannten Attentäter den Raum zu füllen schien, noch dazu ein Ausländer ist. Roger Frey begriff, dass er verloren hatte. Nein, so geht das nicht. Der Präsident war an diesem Punkt absolut unnachgiebig. Roger Frey wandte den Blick vom Fenster seines Arbeitszimmers weg, um ihn auf den Mann zu richten, dem seine Bemerkung galt. Unmittelbar nach seiner Rückkehr aus dem Élysée-Palast hat er seinen Chef de Cabignet, den Chef seines persönlichen Stabes, zu sich bestellt. Alexandre Sanguinetti war Corse und ebenfalls ein fanatischer Anhänger de Gaulle's. Das ist unmöglich, unmöglich, er ist unmöglich. Wir müssen sein Leben schützen und er lässt uns nicht. Ich könnte diesen Mann dingfest machen, diesen Schakal. Aber Sie sagen mir, wir dürfen keine Gegenmaßnahmen treffen. Was sollen wir tun? Darauf warten, dass er losschlägt? Bloß er rumsitzt und warten? Ich 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 nicht gesagt, dass es uns verboten sei, zu handeln, verbesserte Frei ihn. Ich sagte lediglich, wir dürfen nicht in aller Öffentlichkeit handeln. Die ganze Sache muss geheim bleiben und entsprechend gehandhabt werden. Es gibt also nur eine einzige Möglichkeit für uns. Die Identität des Mörders muss durch geheimzuhaltende Erkundigungen ermittelt, er selbst, wo immer er sich auffällt, sei es in Frankreich oder außerhalb des Landes, aufgespürt und dann sofort unschädlich Das, meine Herren, ist der einzige Weg, den wir beschreiten können. Der Minister des Inneren überblickte die im Beratungsraum seines Ministeriums tagende Versammlung, um die volle Bedeutung seiner Worte auf sie einwirken zu lassen. Er selbst mitgezählt waren insgesamt vierzehn Männer um den Konferenztisch versammelt. Das also ist die Situation, der wir uns gegenüber sehen, meine Herren, fuhr der Innenminister fort. Sie alle haben nun den Bericht gelesen, der vor Ihnen liegt, und Sie haben von mir gehört, welche beträchtlichen Einschränkungen der Präsident uns um der Würde Frankreichs Willen bei unseren Anstrengungen diese Gefahr für seine Person abzuwenden zur Auflage macht. Ich betone nochmals, dass absolute Geheimhaltung sowohl bei der Durchführung der Ermittlungen als auch bei allen weiterhin zu unternehmenden Schritten oberstes Gebot sein muss. Überflüssig zu sagen, dass Sie alle ohne Ausnahme zu striktem Stillschweigen verpflichtet sind, und mit keiner außerhalb dieses Raums befindlichen Personen, insofern sie nicht inzwischen offiziell in den Kreis der Mitwisser einbezogen wurde, über diese Angelegenheit sprechen dürfen. Ich habe Sie hergebeten, weil ich davon ausgehe, dass wir, was immer wir auch unternehmen, auf die Unterstützung und die Hilfsmittel aller hier vertretenen Abteilungen angewiesen sein werden, und ich Sie, als die Chefs dieser Abteilungen, über die absolute Vorrangigkeit dieser Angelegenheit nicht im Zweifel lassen möchte. Ihr hat jederzeit ihre uneingeschränkte persönliche Aufmerksamkeit zu gelten. Mit Ausnahme solcher Aufgaben, die den mit ihr verfolgten Zweck nicht erkennen lassen, dürfen keine im Zusammenhang mit dieser Angelegenheit sich ergebenen Aufträgern und ergebenen delegiert werden. Der Minister schwieg einen Augenblick. Zu beiden Seiten des Konferenztisches nickten einige der Herren nachdenklich. Andere hatten den Blick auf den Sprecher oder auf das vor ihnen liegende Dossier gerichtet. Abgesehen von Kowalski der tot ist und alles gesagt hat was er wusste viel war es nicht gibt es nur vier Männer denen die Identität dieses Schakals bekannt ist sagte Kommissar Ducré einer davon ist er selbst und die anderen drei halten sich in einem Hotel in Rom auf Wie wäre es wenn man versuchte einen von ihnen her zu schaffen Wieder schüttelte der Minister den Kopf Meine Anweisungen sind auch in diesem Punkt ganz eindeutig Menschenraub kommt nicht mehr in Frage Die italienische Regierung würde in eine ernste Krise geraten wenn der gleichen wenige Schritte von der Via Condotti entfernt vorfiele Wieder breitete sich Schweigen in dem Konferenzraum aus Nun meine Herren sagte der Minister Irgendwelche anderen Vorschläge Dieser Schakal muss aufgespürt werden So viel steht fest bemerkte der Konferenzteilnehmer wechselten stumme Blicke und da und dort zog man die Brauen hoch So viel steht allerdings fest murmelte der Minister Was wir hier versuchen ist einen Weg zu finden wie das innerhalb der uns auferlegten Beschränkungen geschehen soll Und auf dieser Basis können wir dann am besten entscheiden welche der hier vertreten Abteilungen zur Wahrnehmung dieser Aufgabe am geeignetsten erscheint Roger Frey sah massigen Gestalt Kommissar Bouviers am unteren Ende des Tisches ruhen Was meinen Sie Bouvier Sie haben sich noch nicht geäußert Der Detektiv nahm die Pfeife aus dem Mund brachte es fertig einen letzten übel riechenden Schwaden beizenden Rauch direkt in Obers St. Claires Gesicht wehen zu lassen und begann mit ruhiger Stimme wie jemand zu sprechen der ein paar simple Fakten aufzählt die ihm gerade durch den Kopf gegangen sind Herr Minister der SDECE kann diesen Mann nicht durch seine Agenten in der OAS ausfindig machen weil ja nicht einmal die OAS weiß wer ist der Aktionsdienst kann ihn nicht unschädlich machen weil er nicht weiß wen er unschädlich machen soll die DSD kann ihn nicht an der Grenze festnehmen weil sie nicht weiß welche Person sie abfangen sie suchen sollen die Polizei kann ihn nicht festnehmen weil sie nicht weiß wen sie festnehmen soll und das CAS kann ihn nicht jagen weil es keinen Schimmer hat wen es jagen soll die gesamte Organisation der Sicherheitskräfte Frankreich ist machtlos weil ihr ganz einfach ein Name fehlt mir scheint daher dass die erste Aufgabe ohne deren Lösung alle anderen Vorschläge sinnlos bleiben darin zu bestehen hat diesem Mann einen Namen zu geben mit einem Namen bekommt er ein Gesicht und mit dem Gesicht einen Pass und mit einem Pass können wir ein Ding festmachen aber den Namen herauszubekommen und das unterstrickter Geheimhaltung ist reine Detektivarbeit er verstummte wieder und klemmte sich neuerlich die Pfeife zwischen die Zähne was er gesagt hatte stimmte jedem der an dem Konferenz sitzenden Männer nachdenklich keiner Sanguinetti nickte stumm und wer Kommissar ist der beste Detektiv in Frankreich fragte der Minister schließlich Bouvier überlegte ein paar Sekunden lang und nahm dann die Pfeife wieder aus dem Mund Monsieur der beste Detektiv Frankreich ist mein eigener Stellvertreter Kommissar Claude Lebel lassen sie ihn holen sagte der Minister des Inneren Die Jagd Verwirrt und bestürzt verließ Claude Lebel eine Stunde später den Konferenzraum 50 Minuten lang hatte er ununterbrochen zugehört während der Minister ihn über die vor ihm liegende Aufgabe unterrichtete Bei seinem Eintreten war er gebeten worden am unteren Ende des Konferenztisches Platz zu nehmen und er hatte sich zwischen den Chef des CRS und seinen eigenen Chef Bouvier gesetzt Während er den Roland Bericht las hatten die anderen vierzehn Männer geschwiegen und er war sich der abschätzenden Blicke die ihn neugierig musterten bewusst gewesen Als er den Bericht aus der Hand legte begann die Frage warum sie ihn hatten rufen lassen ihn zu beunruhigen Dann sprach der Minister Es ging weder um eine Konsultation noch um irgendein Ansuchen Es war eine Verfügung der eine wortreiche Einweisung folgte Er könne ein eigenes Büro einrichten Er erhalte uneingeschränkten Zugang zu allen erforderlichen Informationen Ihm ständen die gesamten Hilfsmittel aller Organisationen zur Verfügung die von den an diesem Tisch sitzen Männer geleitet wurden Eine Limitierung für die entstehenden Kosten sei nicht vorgesehen Mehrfach wurde die Notwendigkeit absoluter Geheimhaltung wie sie das Staatsoberhaupt befohlen hatte hervorgehoben Lebell hörte zu und ihm sank der Mut Sie erwarteten nein verlangten das Unmögliche Er hatte nichts wovon er hätte ausgehen können Es gab kein Verbrechen noch nicht Es gab keine Spuren keine Hinweise und abgesehen von den drei Männern mit denen er nicht sprechen konnte gab es auch keine Zeugen Es gab nur einen Namen einen Decknamen und die ganze Welt die er nach diesem Mann absuchen konnte Nach der Besprechung Ministerium wurden die Kopien des Roland Berichtes eingesammelt und im Safe des Ministers eingeschlossen Einzig Libell erhielt die Erlaubnis ein Exemplar zu behalten und ließ sich das von Bouvier aushändigen Er hatte sich lediglich ausbedungen die Leiter der obersten Kriminalbehörden derjenigen Länder vertraulich um ihre Kooperation zu ersuchen deren Karteien vermutlich Unterlagen enthielten die über die Identität eines professionellen Killers wie die des Schakals Aufschluss zu geben vermochten Ohne die Möglichkeit zu solcher Zusammenarbeit erklärte er sei es zwecklos mit Erfahndung zu beginnen Nach einigem hin und her hatte der Minister seinem Ersuchen stattgegeben Und jetzt stand Libell in der Halle wo er auf Bouvier wartete während die Abteilungsleiter auf dem Weg zum Ausgang an ihm vorüber kamen Einige nickten ihm nur kurz zu und gingen rasch weiter Andere sahen sich zu einem mitfühlenden Lächeln veranlasst als sie ihm gute Nacht wünschten Einer der Letzten der den Konferenzraum verließ während sich Bouvier noch leise mit Max Fernet besprach war der aristokratische Oberst aus dem Élysée Palast Libell war der Name Saint-Claire de Villot Bon genannt worden als man ihn mit den Männern die an dem Konferenztisch saßen bekannt machte Der Oberst blieb vor dem kleinen dicklichen Kommissar stehen und sah ihn mit unverhohlenem Missfallen an Ich hoffe Kommissar dass sie mit ihren Ermittlungen Erfolg haben werden und das möglichst rasch sagte er Wir im Palast werden ihr Vorgehen sehr aufmerksam verfolgen Falls es ihnen nicht gelingen sollte diesen Bandit ein Ding fest zu machen dürfte das Folgen haben Er drehte sich auf dem Absatz um und stolzierte die Treppe zum Foyer hinunter Lebel sagte nichts blinzelte jedoch mehrmals ganz schnell Er war Leiter der Mordkommission einer der mächtigsten Polizeiorganisation Europas und zehn Jahre lang Detektiv in der Brigade Kriminelle der berühmten Police Judiciere Frankreichs gewesen Hinter seiner Sanftmut und der fast einfältig wirkenden Schlichtheit seines Auftretens verbarg sich die Schärfe eines geschulten Verstandes und die hartnäckige Weigerung sich bei der Ausführung eines Auftrags von irgendjemandem einschüchtern oder auch eine Irre machen zu lassen Er war von einigen der gefährlichsten Gangsterbosse Frankreichs bedroht worden die das rasche Blinzeln mit dem Lebel auf derartige Ansinnen zu reagieren pflegte Vorstell als Anzeichen dafür gedeutet hatten dass ihre Warnung beherzigt worden schätzt haben mussten Kommissar Lebel hatte sich darauf beschränkt auf die Bemerkung von Aubert Saint Clair wie ein abgekanzelter Schuhjunge mit einem raschen Blinzeln zu reagieren und nichts zu sagen aber das sollte ihn bei der Wahrnehmung der ihm übertragenen Aufgabe in keiner Weise beeinflussen Maurice Bouvier trat auf ihn zu als der letzte Mann den Konferenzraum verließ gibt es irgendjemanden den sie als gehilfen haben wollen ja Caron sagte Lebel der schon in der Mordkommission unter ihm gearbeitet hatte war seine rechte Hand geworden als er seinen neuen Posten als stellvertretender Chef der Brigade kriminell antrat ok sie sollen ihn haben sonst noch jemanden nein danke aber Caron muss eingeweiht werden bon und noch etwas von jetzt ab wird jeden Abend im Ministerium eine Sitzung stattfinden bei der sie die Herren über den jeweiligen Stand der Dinge auf dem laufen halten sollen beginnpunkt zehn Uhr oh Gott stöhnte Lebel kurz vor Mitternacht kam Obers Saint-Claire de Villoban nach Hause er schloss die Wohnungstür auf und hörte seine Geliebte die seit kurzem bei ihm zu Hause wohnte aus dem Schlafzimmer rufen bist du es Chérie ja Liebling natürlich bin ich es hast du dich einsam gefühlt was hat dich denn so lange aufgehalten fragte Jacqueline ich warte schon seit einer Ewigkeit auf dich Saint-Claire warf ihr einen tadelnden Blick zu nichts worüber du dir das Köpfchen zerbrechen solltest meine Liebe was hast du denn nichts ich dachte du wolltest geliebt werden du sagst mir überhaupt nichts ich darf dich ja nicht im Amt anrufen ich habe stundenlang hier gelegen und Angst gehabt dass dir etwas zugestoßen sein könnte du bist noch nie so spät heim gekommen ohne anzurufen mach Raoul Saint-Claire sah die mähne kastanienbraunen Haas von ihren Schultern herabgleiten und seinen Bauch einhüllen ließ sie zurückfallen und seufzte genießerisch die OAS scheint es noch immer auf den Präsidenten abgesehen zu haben sagte er heute Nachmittag ist die Verschwörung aufgedeckt worden wir mussten uns darum kümmern deswegen bin ich so spät gekommen es machte hörbar plopp als das Mädchen den Kopf wenige Zentimeter hob sei nicht albern Liebling die sind doch längst erledigt sagte sie und setzte ihre Tätigkeit fort das sind sie ganz und gar nicht sie haben jetzt einen ausländischen Killer engagiert der ihn umlegen soll au beiß mich nicht du eine halbe Stunde später war Obers Saint-Claire de Villobon eingeschlafen und erholte sich das Gesicht halb im Kissen vergraben sanft schnarchend von seinen Anstrengungen seine Licht von der Straße durch einen schmalen Spalt zwischen den Vorhängen hereindrang schwach erhellt wurde sie war entsetzt von dem was sie gehört hatte ob schon ihr von einer Verschwörung nichts bekannt gewesen war konnte sie sich die Folgen von Kowalskis Geständnis selbst ausmalen ohne sich zu rühren wartete sie bis das Leuchtzifferblatt des Reiseweckers neben dem Bett zwei Uhr anzeigte dann stand sie leise auf und zog die Telefonschnur aus der Steckdose im Schlafzimmer bevor sie zur Tür ging beugte sie sich über den obersten und war froh dass er nicht zu den Männer gehörte die es liebten ihre Bettgenossen im Schlaf zu umarmen er schnauchte noch immer als sie das Schlafzimmer verlassen hatte schloss sie leise die Tür ging durch das Wohnzimmer in die Halle und zog auch hier die Tür hinter sich zu von dem Apparat aus der auf dem Tisch in der Halle stand rief sie an der Molitor Nummer an sie musste ein paar Minuten warten bis sich eine verschlafene Stimme meldete sie sprach zwei Minuten lang so rasch sie konnte ließ sich bestätigen dass sie verstanden worden war und legte auf eine Minute später war sie wieder im Bett und versuchte ein zu schlafen während Paris der morgendämmerung entgegenschlief ging ein Schullehrer mittleren alters ruhelos im engen Wohnschlafzimmer einer muffigen kleinen Junggesellen Wohnung auf und ab als die Dämmerung über den östlichen Vorstädten anbrach setzte er sich schließlich und nahm eine der herumliegenden Zeitungen zur Hand sein Blick überflog nochmals den Bericht auf der Seite mit den Meldungen aus dem Ausland die Überschrift lautete OAS Chefs igeln sich in römischem Hotel ein nachdem er den Artikel ein letztes Mal gelesen hatte fasste er einen Entschluss schlüpfte in einen leichten Überzieher um sich gegen die frühmorgendliche Kühle das Hotel um dessen Nummer er sich handelte beim Namen zu nennen er wartete zwanzig Minuten lang bis die Verbindung hergestellt war es klickte ein paar Mal dann meldete sich eine müde Stimme auf Französisch hören sie sagte der Mann in Paris beschwörend ich habe nicht viel Zeit nehmen Sie Papier und Bleistift und schreiben Sie auf was ich Ihnen sage haben Sie also der Schakal ist aufgeflogen wiederholen Sie der Ende haben Sie das Rodin stieß eine Serie stummer Flüche aus und zerknüllte wütend den Zettel in seiner Hand ein schwachsinniger Idiot dieser verdammte Kowalski hier lag nun der Beweis vor dass er aus irgendeinem unerklärlichen Grund nach Frankreich zurückgekehrt oder auch in Italien ergriffen und nach Frankreich verschleppt worden war offenbar hatte er ausgepackt unter Druck selbstverständlich eines es hatte sofort zu geschehen der Schakal musste dringend gewarnt und veranlasst werden die Aktion abzubrechen Rodin war noch immer Troupier genug um keinen Mann auf eine Mission zu schicken für die jede Aussicht auf Erfolg geschwunden war er befahl den Legionär zu sich dem seit Kowalskis Verschwinden die Aufgabe übertragen worden war täglich das Hauptpost amt aufzusuchen um die für Monsieur Portier bestimmten Sendungen abzuholen und wenn nötig Ferngespräche zu führen Rodin instruierte den Mann sorgfältig um neun Uhr war der Legionär auf dem Postamt und meldete ein Ferngespräch mit London an es dauerte zwanzig Minuten bevor das Telefon am anderen Ende der Leitung zu läuten begann der Postbeamte wies dem Franzosen eine Zelle zu in die er das Gespräch gelegt hatte der Franzose hob den Hörer ab und lauschte dem jeweils von einer Pause gefolgten zweimaligen kurzen Summerton mit dem in England eine freie Leitung signalisiert wird bis sich nach einer Weile automatisch das Besetzt Zeichen einschaltete an diesem Morgen war der Schakal früh aufgestanden denn er wollte die Vormittags Maschine nach Brüssel nehmen am Abend zuvor hatte er die drei gepackten Koffer nochmals geöffnet und ihren Inhalt auf seine Vollständigkeit überprüft um 9.15 Uhr nahm er sein Gepäck auf ließ die Tür hinter sich ins Schloss fallen und ging in jeder Hand zwei Gepäckstücke die Treppen hinunter bis zur Ecke Adams Row und South Adley Street waren es nur ein paar Schritte als das Taxi anfuhr begann in seiner Wohnung das Telefon zu klingeln es 30 Minuten lang versucht habe mit der Londoner Nummer zu sprechen aber niemand abgenommen hätte was gibt's denn erkundigte sich Cassand der die Erklärung des Ligoniers mit angehört hatte die drei OAS Bosse saßen im Salon ihrer Hotel Suite Rudin zog ein Stück Papier aus der inneren Brusttasche und reichte es Cassand Cassand las es und reichte es Montclair weiter beide Männer sahen ihren zusammengezogenen Braun starrte Rudin zum Fenster hinaus auf die von gleißendem Sonnenlicht beschienenen Dächer Roms wann ist das gekommen fragte Cassand schließlich heute morgen erwiderte Rudin sie müssen ihn stoppen verlangte Montclair die werden halb Frankreich alarmiert haben sie werden halb Frankreich wegen eines hoch gewachsenen blonden Ausländers alarmiert haben bemerkte Rudin gelassen im August halten sich über eine Million Ausländer in Frankreich auf soweit wir wissen haben sie weder einen Namen noch einen Pass nach dem sie verhandeln können als Fachmann der er ist wird er vermutlich falsche Papiere besitzen die haben ihn noch lange nicht und es besteht durchaus die Möglichkeit dass er gewarnt wird wenn er Valmy anruft dann wird er es schon noch schaffen wieder heraus zu kommen wenn er Valmy anruft erhält er dazu ist Valmy nicht befugt seine weisung lautet information von dem mädchen zu empfangen und sie dem schakal weiterzugeben wenn er von ihm angerufen wird und genau das wird er tun und nichts anderes aber der schakal muss sich ja selbst sagen können dass alles vorbei ist sobald er Valmy angerufen hat wird er machen dass er aus Frankreich heraus kommt theoretisch schon sagte Rudin nachdenklich wenn er das tut muss er das geld zurückgeben für uns alle aber auch für ihn ist der Einsatz sehr hoch es hängt davon ab wie weit er auf seinen eigenen Plan vertraut halten sie es für möglich dass er noch eine Chance hat jetzt wo dies geschehen ist fragte Casson ehrlich gesagt nein sagte Rudin aber er ist ein Spezialist in gewisser Weise bin ich das auch es ist eine Frage der Einstellung die man hat oder nicht hat eine Aktion die man bis ins letzte selbst geplant hat bläst man nicht ohne weiteres ab dann pfeifen sie ihn doch in Gottes Namen zurück protestierte Casson das kann ich nicht erklärte Rudin ich würde es tun wenn ich könnte aber ich kann es nicht er ist abgereist er ist schon auf dem Weg er hat es ja so gewollt und genauso hat und ihn anweisen den Schakal zu instruieren dass die ganze Sache abgeblasen ist ich würde weil mir gefährden wenn ich das täte jetzt kann niemand den Schakal mehr aufhalten dazu ist zu spät kurz vor sechs Uhr morgens war Kommissar Lebel wieder in seinem Büro wo er Inspektor Caron vorfand der müde und überanstrengt aussehend in Hemdsärmen an seinem Schreibtisch saß Nichts sagte er Ich habe alles durchgesehen was an Unterlagen über die letzten zehn Jahre vorhanden ist Der einzige politische Killer aus dem Ausland der jemals hier zu operieren versuchte war Dugeldre und er ist tot Dann müssen wir also von den ausländischen Polizei Archiven ausgehen Genau das Und welche Anrufe haben sie vorgemerkt Caron nahm einen Zettel zur Hand auf dem eine Anzahl Namen untereinander geschrieben und links daneben die für die Gespräche jeweils vorgesehene Uhrzeit angegeben war Diese sieben sind angemeldet sagte er Sie fangen um sieben Uhr zehn mit dem Leiter der Mordkommission beim FBI an In Washington ist es dann ein Uhr morgens Um sieben Uhr 30 kommt Brüssel an die Reihe Danach Amsterdam um 7 Uhr 45 und schließlich Bonn um 8 10 Das Gespräch mit Johannesburg ist für 8 30 angemeldet und anschließend um 9 Uhr ist Scotland Ja dran Den Schluss macht Rom um 9 Uhr 30 Kurz nach 12 Uhr landete der Schakal auf dem Brüsseler Nationalflughafen Unweit des Bahnhofs fand er ein schmuddeliges kleines Hotel von der Sorte wie sie auf der ganzen Welt in der näheren Umgebung von Hauptbahnhöfen anzutreffen sind Er mietete ein Einzelzimmer für die Nacht zahlte den geforderten Preis mit dem belgischen Geld das er am Flughafen eingewechselt hatte im Voraus und trug den Koffer selbst in sein Zimmer hinauf Nachdem er die Tür abgeschlossen hatte ließ er das Waschbecken voll laufen legte Gipstüten und Bandagen bereit und machte sich an die Arbeit Es dauerte länger als zwei Stunden bis der Gipsverband getrocknet war Als er schließlich zum Aufbruch bereit war schob er den billigen Koffer unter das Bett überprüfte das Zimmer nochmals auf irgendwelche verräterischen Spuren die er zurückgelassen haben mochte schüttete den Inhalt des Aschenbechers aus dem Fenster und trat auf den Gang hinaus Er humpelte mühsam die Stufen hinunter und die Straße entlang bis zur nächsten Ecke an der sie eine Hauptverkehrsstraße kreuzte Innerhalb einer halben Minute Das Mädchen lächelte freundlich Schauen Sie doch bitte nach ob Sie ein auf den Namen Duggan ausgestelltes Ticket nach Mailand vorliegen haben das vor zwei Tagen von London aus gebucht wurde sagte er Sie sah die Liste mit den Buchungen für die Nachmittagsmaschine nach Mailand durch die in anderthalb Stunden startete Stimmt sagte sie strahlend Mr. Duggan das Ticket ist gebucht aber noch nicht bezahlt wollen Sie das gleich in der Reiseflughöhe Als Superintendent Brian Thomas gegen 15 Uhr das Büro des Assistant Commissioner verließ fühlte er sich schlechtweg hundsmiserabel Es gibt kaum etwas was einem Polizeibeamten ob er nun dem Sicherheitsdienst angehört oder nicht unheimlicher ist als das Gespenst des politischen Meuschenmörders Aber bei dem Auftrag den ihm sein Vorgesetzter soeben erteilt hatte existierte noch nicht einmal ein Name von dem er hätte ausgehen können Er rief zwei junge Kriminalinspektoren an von denen er wusste dass sie in einer kriminalwissenschaftlichen Studie arbeiteten deren Dringlichkeitsgrad niedrig eingestuft war und er öffnete ihnen dass sie alles stehen und liegen lassen und sich umgehend in seinem Büro einfinden sollten Er beschränkte sich darauf ihnen lediglich zu erklären wonach sie suchen sollten aber nicht warum Die Vermutung der französischen Polizei dass ein solcher Mannes darauf abgesehen haben könne General de Gaulle umzubringen brauchte nicht unbedingt mit der Durchsicht der Archive und Dossiers von Scotland Yards Sicherheitsdienst in Verbindung gebracht zu werden Die drei Männer räumten alle Papiere und Akten von den Tischen und gingen an ihre Arbeit Kurz nach 18 Uhr setzte die Maschine des Schakals zur Zwischenlandung auf dem Mailänder Flughafen Linate an Bei der Zollkontrolle machten sich dann mit Zinsen und Zinseszinsen die Mühen bezahlt die er aufgewendet hatte gleichsweise unverdächtigen Gerät zusammenzusetzen wie es Gehbehinderten als Stütze zu dienen pflegt Die Passkontrolle war eine reine Formalität Der Gepäckträger winkte ein Taxi herbei Er wurde mit einem großzügigen Trinkgeld belohnt und wenig später fuhr der Taxi Chauffeur den Schakal in raschem Tempo in die Mailänder Innenstadt Der Schakal bat den Taxifahrer ihn am Hauptbahnhof abzusetzen Im Taxi hat er die Stahlschere aus der Reisetasche geholt und in seine Jackentasche gesteckt Nachdem er den Gepäckträger entlohnt hatte humpelte er zur Bedürfnisanstalt für Männer hinüber wo er feststellen musste dass in der langen Reihe von Waschbecken nur eines in Betrieb war Er stellte den Koffer ab und wusch sich umständlich die Hände bis der einzige andere Benutzer die Bedürfnisanstalt verlassen hatte Der Schakal schloss sich rasch auf einem der Klosetts ein stellte den Fuß auf den Toilettensitz und säbelte zehn Minuten lang an dem Gipsverband herum bis dieser aufbrach und die darunter befindlichen Wattelagen sichtbar wurden die dem Fuß die verdickte Form eines in Gips gelegten Gelenkbruchs verliehen hatten Als die letzten Gipsreste von seinem Fuß entfernt waren zog er sich die seidene Socke und den leichten Mokassin an den er mit Leukoplast Streifen an der Innenseite seiner Wade befestigt hatte solange der Fuß in Gips gewesen war er sammelte die umherliegenden Wattelagen und Gipsreste auf und warf sie in das Klosettbecken nach zweimaligem Abziehen war alles weggespült dann legte er den Koffer auf den Klosettsitz und bettete das Bündel leichter Stahlröhren in denen sich das Gewehr befand in die Falten des Militär Mantels er zog die Innengurte fest um zu verhindern dass der Kofferinhalt durcheinander geschüttelt wurde und schloss den Deckel zwei Minuten später saß er bereits in einem Taxi das die Piazza Duga d'Osta in lebensgefälligem Tempo überquerte um ihn zum Hotel Continentale zu befördern in der pompösen Hotelhalle wandte er sich an den Empfangs Chef haben sie das Zimmer für Duggan reservieren lassen das vor zwei Tagen telefonisch von London aus bestellt wurde gegen 20 Uhr duschte und rasierte sich der Schakal in dem zu seinem Zimmer gehörenden Bad da der morgige Tag der 13. August anstrengend sein würde nahm sich der Schakal vor nach dem Dinner schon frühzeitig sein Zimmer aufzusuchen schaus sch sch Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Also gut, Schluss, sagte er und wandte sich vom Fenster ab. Wir haben alles getan, was wir tun konnten. Eine Person, die den in der Nachfrage gemachten Angaben entspricht, gibt es ganz einfach nicht. Die beiden jüngeren Männer hatten das gesichtete Material eingesammelt und schickten sich an, es in die Zentralkartei zurückzutragen. Beide wurden zu Hause von ihren Frauen erwartet und einer von ihnen sollte dieser Tage Familienvater werden. Er war bereits an der Tür. Der andere wandte sich mit nachdenklich gerunzelter Stirn um. Ich habe mir etwas durch den Kopf gehen lassen, während ich die Akten überprüfte. Wenn tatsächlich ein solcher Mann existiert und dieser Mann britischer Staatsbürger sein sollte, wird er doch sowieso nicht hier operieren. Ich meine, selbst ein Mann wie er muss irgendwo eine Basis haben, eine Art Buen Retiro, wo er sich sicher fühlen kann. Wahrscheinlich gilt er in seinem Land als ehrbarer Bürger. Worauf wollen Sie hinaus? Auf eine Art Dr. Jekyll und Mr. Hyde? So ungefähr, ja. Ich meine, wenn es einen professionellen Killer des Typs gibt, den wir zu ermitteln versucht haben, und er so viel Format hat, dass irgendwer sich veranlasst, sah, Nachforschungen von diesem Ausmaß in Gang zu setzen, die jemand von ihrem Dienstrang leitet, dann muss der gesuchte Mann schon ein Ass sein. Und wenn er das ist, auf seinem Gebiet, meine ich, muss er auch schon ein paar Aufträge dieser Art ausgeführt haben. Sonst wäre es mit seiner Reputation ja nicht weit her, oder? Reden Sie weiter, sagte Thomas, der ihm aufmerksam zugehört hatte. Nun ja, ich dachte nur, dass so ein Mann wahrscheinlich nur außerhalb seines Landes operiert. Solange alles nach Plan verläuft, würde er also die Aufmerksamkeit der internen Sicherungskräfte gar nicht auf sich ziehen. Vielleicht, dass der Geheimdienst irgendwann einmal von ihm Wind bekommen hat. Aber als sich der Inspektor verabschiedet hatte, ging Thomas die Idee, die ihm vorgetragen worden war, noch längere Zeit im Kopf herum. Er griff zum Telefon, das auf seinem Tisch stand, und verlangte eine Nummer. Barry Lloyd arbeitete beim Secret Intelligence Service, der gelegentlich SIS, manchmal auch einfach nur The Service, der Dienst, und in der Öffentlichkeit vielfach fälschlich MI6 genannt wurde. Die beiden Männer hatten sich zwischen acht und neun Uhr zu einem Bier in einem unten am Fluss gelegenen Pub verabredet. Sie sprachen eine Weile vom Rugby, aber Lloyd konnte sich ausrechnen, dass der Mann vom Sicherheitsdienst des Yard ihn nicht in einem am Flussufer gelegenen Pub hatte treffen wollen, um mit ihm über ein Spiel zu reden, für das die Saison erst in zwei Monaten begann. »Habe da übrigens so eine Art Problem, wissen Sie?«, begann Thomas. »Dachte, dass Sie mir vielleicht ein bisschen weiterhelfen könnten.« »Wenn ich kann«, sagte Lloyd. Thomas berichtete ihm von dem Ansuchen aus Paris und der Ergebnislosigkeit aller bisherigen kriminalpolizeilichen und sicherheitsdienstlichen Nachforschungen. »Merkwürdig«, sagte Lloyd, und blickte nachdenklich auf den Fluss hinaus. »Sie erinnern sich doch noch an den Fall Philby?« »Selbstverständlich.« »Das Thema ist in unserer Sektion immer noch tabu«, fuhr Lloyd fort. Im gleichen Monat, es war im Januar, wurde Trujillo, der Diktator der Dominikanischen Republik, auf einer einsamen Landstraße unweit von Riuda Trujillo ermordet. Den Berichten zufolge ist er von Partisanen umgebracht worden. Er hatte viele Feinde. Unser Mann wurde damals nach London zurückgerufen, und wir arbeiteten eine Weile im gleichen Büro, bis man ihn dann wieder hinausschickte. Er erzählte mir von dem Gerücht, dass Trujillos Wagen durch einen einzigen Gewehrschuss gestoppt worden sei, den ein Scharfschütze abgegeben haben soll, aus 120 Meter Entfernung. Durchschlug das kleine, dreieckige Fenster neben dem Fahrersitz das einzige, das nicht kugelsicher war. Der ganze Wagen war gepanzert. Der Schuss traf den Chauffeur in die Kehle, und er verlor sofort die Kontrolle über den Wagen. Das war der Augenblick, in dem die Partisanen in Aktion traten. Das Merkwürdige daran ist, dass es Gerücht besagte, der Schütze sei ein Engländer gewesen. Dieser Mann, von dem das Gerücht wissen will, kennt man seinen Namen? Keine Ahnung. Ich erinnere mich nicht. Wir hatten damals andere Dinge im Kopf, und ein karibischer Diktator war das Letzte, worüber wir uns Gedanken machten. Und dieser Kollege, der es Ihnen erzählte, hatte einen Bericht geschrieben. Muss er wohl. Das entspricht der üblichen Praxis. Aber es war nur ein Gerücht, verstehen Sie, nur ein Gerücht. Nichts, worauf man etwas hätte geben können. Wir befassen uns mit Fakten und stichhaltigen Informationen. Aber aktenkundig wird es doch sicher geworden sein, irgendwo. Ich nehme es an, sagte Lloyd. Niedrigste Dringlichkeitsstufe. Lediglich ein Gerücht, das damals da drüben in den Kneipen und Bars kursierte, muss überhaupt nichts besagen. Aber Sie könnten doch vielleicht rasch einen Blick in die alten Akten werfen und nachsehen, ob der Mann dort namentlich genannt ist. Lloyd trat von der Balustrade zurück. Sie fahren jetzt am besten nach Hause, sagte dem Superintendent. Falls Sie auf irgendetwas stoßen sollte, was in dieser Sache von Interesse sein könnte, rufe ich Sie an. Sie kehrten in das Pub zurück, stellten Ihre Biergläser ab und gingen zum Ausgang. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, sagte Thomas, als Sie sich trennten. Vermutlich werden sich keine Anhaltspunkte ergeben, aber auch nur die leiseste Chance dazu scheint mir schon im Versuch wert zu sein. Kurz nach Mitternacht rief Barry Lloyd Superintendent Thomas in dessen Wohnung in Chiswick an. Thomas war gerade im Begriff gewesen, die Nachttischlampe auszuknipsen, und hatte angenommen, dass der SAS-Mann ihn am anderen Morgen anrufen würde. Ich habe den Durchschlag des Berichts gefunden, von dem wir sprachen, sagte Lloyd. In gewisser Weise hatte ich recht. Es handelt sich tatsächlich nur um einen Routinebericht über ein Gerücht, das damals auf der Insel umging. Er hielt, kaum dass er eingegangen war, den Vermerk, keine Maßnahme erforderlich. Wie ich schon sagte, hatten wir zu der Zeit genügend andere Dinge um die Ohren. »Ist irgendein Name erwähnt worden?«, fragte Thomas leise, um seine neben ihm liegende Frau nicht im Schlaf zu stören. »Ja, ein gewisser Charles Calthrop, ein britischer Geschäftsmann, der etwa zu jenem Zeitpunkt verschwand. Er braucht mit der Geschichte nichts zu tun gehabt zu haben, aber das Gericht bringt seinen Namen damit in Verbindung. »Danke, Barry. Ich gehe der Sache gleich morgen früh nach.« Er legte den Hörer auf und knipste die Nachttischlampe aus. Der Schakal wurde wie immer gegen sieben Uhr dreißig wach, trank den ihm ans Bett servierten Tee, wusch, duschte und rasierte sich. Anschließend begab er sich auf die Suche. Nach anfänglichem Umherirren hatte er sich zu einem unweit der Garibaldi-Station befindlichen Arbeiterviertel durchgefragt, wo er in einer Nebenstraße nahe der Porta Garibaldi eine Reihe abschließbarer Garagen entdeckte. Das entsprach genau dem, was er gesucht hatte. Der Besitzer, der auch die Garage an der Straßenecke betrieb, vermietete ihm eine der Boxen. Die Miete für zwei Tage betrug 10.000 Lire und lag damit weit über dem üblicherweise geforderten Preis. Aber schließlich war die Mietdauer sehr kurz. Am frühen Nachmittag ließ er sich per Taxi zu einer kleinen, offenkundig nicht allzu gut gehenden Autoverleihfirma fahren, der er seinen Besuch von der Stadt aus telefonisch avisiert hatte. Er mietete einen zweisitzigen Alfa Romeo bei Jahr 1962 und erklärte beiläufig, dass er eine 14-tägige Italien-Rundfahrt zu unternehmen und den Wagen anschließend zurückzubringen gedenke. Auf seine vorsorgliche Anfrage bei der Automobile Association in London hatte er die Auskunft erhalten, dass es, da sowohl Frankreich als auch Italien der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft angehörten, keiner umständlichen Formalitäten bedurfte, um mit einem in Italien polizeilich gemeldeten Wagen nach Frankreich zu fahren, vorausgesetzt die Wagenpapiere, der Leihvertrag und die Versicherungspolize waren in Ordnung. Kurz nach der T-Zeit war er wieder in der kleinen Nebenstreise bei der Porta Garibaldi und fuhr den Wagen in die Garage. Zwei Stunden lang war er damit beschäftigt, die dünnen Stahlröhren, die das zerlegte Gewehr enthielten, sorgfältig mit den inneren Flanschen des Chassis zu verlöten. Einer der Gründe, weshalb er sich für einen Alfa entschieden hatte, war die Tatsache, dass der Wagen, wie er schon in London beim Studium italienischer Automobilkataloge hatte feststellen können, ein solides Stahlchassis mit tiefen, seitlichen Flanschen besaß. Die in dünnen Leinenhüllen steckenden Stahlröhren befestigte er mit Stahldraht im Flansch und den Draht löte der überall dort fest, wo er das Chassis berührte. Sein Overall war ölverschmiert und seine Hände schmerzten vom Festzurren des Stahldrahts. Aber die Arbeit war getan. Die Stahlröhren waren so gut wie nicht zu entdecken und würden zudem bald von Staub und Schlamm überkrustet sein. 24 Stunden nach seiner Ankunft in Mailand war er wieder in seinem Hotelzimmer, erholte sich unter der Dusche von den Anstrengungen des Tages und badete seine schmerzenden Hände in kaltem Wasser, bevor er sich zum Abendessen anzog. Auf dem Weg zur Bar, wo er seinen gewohnten Campari mit Soda trank, ging er zur Rezeption, bad um Ausstellung seiner Rechnung, um sie nach dem Abendessen begleichen zu können, und gab Weisung, am folgenden Morgen bereits um 5.30 Uhr mit einer Tasse Tee geweckt zu werden. In sein Büro zurückgekehrt bestellte Thomas sechs der besten Kriminalinspektoren von Scotland Yard's Special Branch zu sich. Thomas wies sie ausführlich ein, verpflichtete sie zu absoluter Geheimhaltung und nahm die ganze Zeit über unaufhörlich Anrufe entgegen. Es war kurz nach 18 Uhr, als das Finanzamt die Steuerakte von Charles Harold Calthrope gefunden hatte. Einer der Detektive wurde sofort losgeschickt, um die Akte mit allen Unterlagen abzuholen. Die restlichen Männer setzten sich, mit Ausnahme dessen, der zu Calthrope's Adresse entsandt worden war, um bei den Nachbarn und Inhabern umliegender Ladengeschäfte Erkundigungen über den Mann einzuziehen, an die Telefone und begannen, eine Reihe fernmündlicher Anweisungen durchzugeben, die mit der weiteren Ermittlung zusammenhingen. Im Fotolabor wurden Abzüge von der Reproduktion, die nach dem vor vier Jahren für den Passantrag aufgenommenen Foto hergestellt worden war, angefertigt und jedem der sechs an der Ermittlung beteiligten Inspektoren ausgehändigt. Der Inspektor, der bei Calthrope's Nachbarn Erkundigungen angestellt hatte, war zurückgekehrt. Er hatte eine Nachbarin angetroffen, die als Berufstätige den ganzen Tag über nicht zu Hause gewesen war. Die Frau gab an, Mr. Calthrope sei vor einigen Tagen verreist und habe erwähnt, dass er nach Schottland fahren wolle. Auf dem Rücksitz seines vor dem Haus geparkten Wagens glaubte die Frau etwas bemerkt zu haben, was wie eine zerlegbare Angelrute aussah. Eine zerlegbare Angelrute. Superintendent Thomas überkam ein plötzliches Fröst, denn auch schon es im Büro warm war. Als der Kriminalinspektor seinen Bericht beendet hatte, trat einer seiner Kollegen ein. Super? Was gibt's? Mir ist gerade etwas eingefallen. Ja. Sprechen Sie französisch? Nein, Sie? Ja, meine Mutter war Französin. Der Killer, nach dem die PJ fahndet, hat doch den Decknamen Chakal, stimmt's? Na und? Nun, Chakal heißt auf Französisch Chakal. C-H-A-C-A-L. Fällt Ihnen nichts auf? Vielleicht ist es auch bloß Zufall. Aber der Bursche muss seiner Sache schon verdammt sicher sein, wenn er sich einen Decknamen zulegt, der aus den ersten drei Buchstaben seines Vornamens und den ersten drei Buchstaben seines Nachnamens besteht. Donnerwetter, sagte Thomas und nieste heftig. Dann griff er nach dem Telefon. Das Treffen im Innenministerium begann erst kurz nach 22 Uhr, weil der Wagen des Ministers auf der Rückfahrt von einem diplomatischen Empfang durch den Verkehr aufgehalten worden war. Sobald der Minister Platz genommen hatte, bedeutete er den Anwesenden mit einer Geste, dass die Sitzung beginnen könne. Als Libell sein Bericht verlesen hatte und von den vor ihm liegenden Dossiers aufblickte, waren vierzehn Augenpaare auf ihn gerichtet, deren Mehrzahl ihn kalt und herausfordernd ansah. »Allo, rien?«, fragte Oberst Roland. »Nein, nichts«, räumte Libell ein. »Keine der uns gegebenen Hinweise scheint irgendwelche Resultate zu erbringen.« »Ist das alles, was bei Ihrer reinen Detektivarbeit herausgekommen ist?«, fragte Saint-Claire sarkastisch und musterte Bouvier und Libell mit kalter Verachtung. »Meine Herren«, sagte der Innenminister, mit Bedacht die Pluralform gebrauchend, damit beide Polizeikommissare sich angesprochen fühlten. »Das sieht ja ganz danach aus, als seien wir wieder auf den Ausgangspunkt zurückgeworfen.« »Das fürchte ich in der Tat«, entgegnete Libell. »Bouvier warf sich für ihn in die Bräsche.« »Mein Kollege fahndet praktisch ohne jeglichen Hinweis und ohne auch nur einen einzigen Anhaltspunkt zu haben, nach einem Verbrecher, der vom Typ her kaum zu greifen ist. Diese Sorte pflegt für Ihr Geschäft keine Werbung zu betreiben und auch Ihre Adresse nicht zu hinterlassen.« »Darüber sind wir uns durchaus im Klaren, mein lieber Kommissar«, bemerkte der Minister eisig. »Die Frage ist nur...« Es klopfte an der Tür. Der Minister runzelte die Stirn, er hatte Anweisungen gegeben, die Sitzung nur im dringenden Ausnahmefall zu stören. »Herein!« Mit verlegenem Gesicht erschien einer der Portiers des Ministeriums im Türrahmen. »Mis excuse, Monsieur le Ministre. Telefon für Kommissar Libell aus London.« Er spürte den schweigenden Unwillen der Sitzungsteilnehmer und versuchte, sich zu rechtfertigen. »Es ist dringend«, wurde gesagt. Libell stand auf. »Wollen Sie mich bitte entschuldigen, meine Herren?« Nach einer Viertelstunde kam er zurück. Die Atmosphäre in dem Konferenzzimmer war noch so feindselig wie zuvor und die Auseinandersetzung darüber, was als nächstes zu tun sei, in seiner Abwesenheit offenbar fortgesetzt worden. Aubert Sinclair hatte sich in bitteren Anklagen ergangen und war durch Libells Rückkehr unterbrochen worden. Als der Kommissar seinen Platz wieder einnahm, schwieg auch er. Der kleine Kommissar hielt einen Umschlag in der Hand, auf dessen Rückseite er sich etwas notiert hatte. »Meine Herren, ich glaube, wir haben den Namen des gesuchten Mannes«, sagte er. Eine halbe Stunde später verließen die Teilnehmer das Konferenzzimmer in geradezu euphorischer Stimmung. Als Libell ihnen berichtet hatte, was ihm aus London gemeldet worden war, hatten sie einen kollektiven Seufzer der Erleichterung ausgestoßen, der sich wie eine Lokomotive anhörte, die nach langer Fahrt ihre Endstation erreicht hat. Jeder der Männer wusste, dass er von jetzt ab zumindest etwas würde tun können. Innerhalb einer halben Stunde hatte man sich darüber geeinigt, wie man, ohne der Presse gegenüber auch nur ein Wort verlauten zu lassen, ganz Frankreich nach einem Mann namens Cawthrop durchkämmen, ihn aufspüren und, wenn nötig, unschädlich machen konnte. Falls er noch nicht in Frankreich eingetroffen war, so spielte das keine Rolle. Bis zu seiner Ankunft würde absolutes Stillschweigen gewahrt werden. Umso sicherer konnte man ihn, wenn er kam, sofort fassen. Diese erbärmliche Kreatur, der Bursche, der sich Cawthrop nennt, ist praktisch schon ein toter Mann, berichtete Oberst Raoul Saint-Claire de Villoban seiner Geliebten, die mit ihm im Bett lag in der gleichen Nacht. Als es Jacqueline endlich gelungen war, ihm zu einem verspäteten Höhepunkt zu verhelfen, damit er einschlief, schlug die Uhr unter dem Glassturz Mitternacht und der 14. August war angebrochen. Superintendent Thomas lehnte sich in seinem Schreibtischsessel zurück und musterte die sechs Kriminalinspektoren, die er nach Beendigung seines Gesprächs mit Paris von ihren bisherigen Aufgaben entbunden und auf neue angesetzt hatte. Die Turmuhr vom nahen Big Ben schlug Mitternacht. Es dauerte eine Weile, bis ein Richter geweckt und der Hausdurchsuchungsbefehl unterschrieben war. In den ersten Morgenstunden, als Thomas in seinem Schreibtischsessel eingenickt war und Claude Lebel in seinem Büro starken schwarzen Kaffee schlürfte, durchsuchten zwei Agenten von Scotland Yard's Special Branch Colthrobs Wohnung. Beide waren Experten. Sie begannen mit den Schubladen, deren Inhalt sie auf ein Betttuch leerten und eingehend untersuchten. Als alle Schubladen ausgeräumt waren, nahmen sie sich den Schreibtisch vor, um festzustellen, ob er Geheimfächer enthielt. Als sie sämtliche Möbel, Kissen, Polster und Matratzen sowie die Mäntel und Anzüge in den Schränken Stück für Stück untersucht hatten, konzentrierten sie sich auf die Fußböden, Wände und Zimmerdecken. Um sechs Uhr morgens war die Wohnung wieder tadellos aufgeräumt. Die Nachbarn standen im Hausflur, beratschlagten flüsternd und blickten argwöhnisch auf die geschlossene Tür der Colthrobschen Wohnung. Als sie sich öffnete und die beiden Kriminalinspektoren erschienen, verstummten sie. Einer der beiden Beamten trug einen Koffer, in dem sich Colthrobs Privatkorrespondenz sowie seine persönlichen Dokumente und Papiere befanden. Er verließ das Haus, setzte sich in den vor der Tür wartenden Polizeiwagen und ließ sich zu Thomas in den Yard fahren. Thomas hatte ein paar Minuten mit der Sichtung der als Colthrobs Wohnung mitgenommenen Papiere und Unterlagen verbracht, als der Kriminalinspektor aus der auf dem Fußboden des Büros ausgebreiteten Dokumentensammlung ein kleines blaues Buch herausgriff, zum Fenster ging und die Seiten im Licht der eben aufgehenden Sonne überflog. »Sehen Sie sich das an, Super!« sagte er und deutete auf einen Stempel, der die aufgeschlagene Seite des Passes in seiner Hand schmückte. »Hier! Repubblica de Dominica, Aeroporto Rio da Trujillo, Dezember 1960, Entrada!« »Er war also da!« »Das ist unser Mann!« Thomas ließ sich den Pass geben, warf einen Blick auf das darin befindliche dominikanische Visum und starrte dann aus dem Fenster. »Allerdings, das ist er,« sagte er schließlich. »Aber macht es Sie nicht stutzig, dass wir seinen Pass haben?« »Oh, dieser Hund!« fluchte der Inspektor, als er begriffen hatte. »Sie sagen es,« bemerkte Thomas, »der seinerseits nur äußerst selten Kraftausdrücke zu gebrauchen pflegte. »Wenn er nicht auf seinem eigenen Pass reist, unter welchen Namen reist er dann?« »Reichen Sie mir das Telefon herüber und verbinden Sie mich mit Paris.« Zur gleichen Stunde hatte der Schakal Mailand bereits ein gutes Stück weit hinter sich gelassen. Auf der Straßenkarte war die Entfernung bis zur französischen Grenze bei Ventimiglia mit rund 210 Kilometer angegeben, und er hatte bereits ein Gutteil der von ihm auf eine Fahrzeit von zwei Stunden geschätzten Strecke zurückgelegt. Der Straßenverkehr und die Hitze hatten beträchtlich zugenommen, als er um zehn Minuten vor acht die verschlafenste aller Grenzstationen Frankreichs erreichte. Nach einer halbstündigen Wartezeit in der Fahrzeugschlange wurde er aufgefordert, vor der Zollbaracke vorzufahren. Der Polizeibeamte, der ihm den Pass abgenommen und eine Weile darin herumgeblättert hatte, murmelte »En moment, monsieur« und ging in die Baracke. Nach ein paar Minuten kehrte er mit einem Mann in Zivilkleidung, der seinen Pass in der Hand hielt, zurück. »Bonjour, monsieur.« »Bonjour.« »Ist es Ihr Pass?« »Ja.« Neuerliches Durchblättern des Passes. »Was ist der Zweck Ihrer Reise nach Frankreich?« »Ich will an die Côte d'Azur fahren.« »Der Wagen gehört Ihnen?« »Nein, das ist ein Mietwagen.« »Ich hatte geschäftlich in Italien zu tun und es ergab sich überraschend, dass ich erst in einer Woche wieder in Mailand sein muss. Deswegen habe ich mir den Wagen geliehen, um die Zeit zu nutzen, einen Ausflug nach Frankreich zu machen.« »Ich verstehe.« »Kann ich die Wagenpapiere sehen?« Der Schakal reichte ihm den internationalen und den britischen Führerschein, den Leihvertrag und die beiden Versicherungspolizen. Der Beamtin Zivil prüfte die Dokumente eingehend. »Haben Sie Gepäck, Monsieur?« »Ja, drei Stück im Kofferraum und eine Reisetasche.« »Bringen Sie bitte alles zur Zollkontrolle in die Baracke.« Der Polizist half dem Schakal beim Ausladen des Gepäcks und fasste auch mit an, als er es in die Zollstation schaffte. Bevor er von Mailand abgefahren war, hatte er den alten Militärmantel, die abgetragene Hose und die Schnürstiefel von André Martin, dem nicht existenten Franzosen, dessen Papier in das Futter des dritten Koffers eingenäht waren, zu einem Bündel zusammengerollt und in die hintere Ecke des Kofferraums geschoben. Die Kleidungsstücke aus den beiden anderen Koffern waren auf alle drei verteilt worden. Die Medaillen befanden sich in seiner Jackentasche. Zwei Zollbeamte untersuchten jedes Gepäckstück, während der Schakal das übliche Formular für englische Touristen, die nach Frankreich einreisen, ausfüllte. Nichts von dem, was sich in den Koffern befand, erregte besondere Aufmerksamkeit. Aus dem Augenwinkel sah der Schakal, dass draußen vor dem Fenster ein weiterer Beamter den Kofferraum und den Kühler des Alpha untersuchte. Glücklicherweise schaute er nicht unter den Wagen. Er entrollte den Militärmantel und die Hose, die er im Kofferraum verstaut hatte, und betrachtete sie mit deutlichem Abscheu. Offenbar nahm er jedoch an, der Mantel sei zum Bedecken der Kühlerhaube in kalten Winternächten bestimmt, und legte die Kleidungsstücke, die auch bei unterwegs etwa vorzunehmenden Reparaturen vernutzen sein mochten, in den Kofferraum zurück. Als der Schakal das Formular ausgefüllt hatte, waren die beiden Zollbeamten dabei, die Kofferdeckel zu schließen. Sie nickten dem Beamten in Zivil zu, der seinerseits die Einreisekarte zur Hand nahm, die darauf vermerkten Eintragung mit den Angaben im Pass verglich, und diesen dem Schakal zurückgab. In seinem Londoner Büro rührte Superintendent Thomas in dem starken schwarzen Kaffee, den er sich hatte heraufbringen lassen, und fuhr sich mit der Hand über sein stoppeliges Kinn. Ihm gegenüber saßen die beiden Kriminalinspektoren, die beauftragt waren, Carlthrobs derzeitigen Aufenthaltsort ausfindig zu machen. Die drei Männer warteten auf die zur Unterstützung angeforderten sechs Sergeants des Sicherheitsdienstes, die Thomas von ihren üblichen dienstlichen Obliegenheiten befreit hatte. Kurz nach neun Uhr waren alle zur Stelle, und Thomas begann, ihnen die nötigen Anweisungen zu geben. Wir fahnen nach einem Mann. Es ist nicht erforderlich, dass sie wissen, warum wir das tun. Erforderlich ist einzig und allein, dass wir ihn fassen, und das so rasch wie möglich. Wir wissen inzwischen, oder glauben doch zu wissen, dass er sich gegenwärtig im Ausland aufhält, und zwar unter falschem Namen und mit gefälschten Papieren. Hier, sagte er, und überreichte jedem von ihnen einen vergrößerten Abzug der Reproduktion, die nach dem Foto auf Carlthrobs Passantrag angefertigt worden war. So sieht er aus. Vermutlich wird er sein Äußeres jedoch durch maskenbildnerische Tricks verändert haben. Sie, meine Herren, werden jetzt zum Passamt fahren und sich eine vollständige Liste aller kürzlich gestellten Passanträge geben lassen. Nehmen Sie sich zunächst die letzten hundert Tage vor. Wenn Sie nichts gefunden haben, gehen Sie nochmals um hundert Tage zurück. Es wird, weiß Gott, kein Vergnügen für Sie sein, aber ich kann es Ihnen nicht ersparen. Er schilderte Ihnen kurz die üblichste Methode, wie man sich falsche Papiere beschafft. Es war in der Tat diejenige, deren sich der Schakal bedient hatte. Und schloss, Wichtig ist vor allem, dass Sie sich nicht mit Geburtsurkunden zufrieden geben. Überprüfen Sie die Totenscheine. Wenn Sie einen Passantrag finden, den ein Mann gestellt hat, der nicht mehr am Leben ist, dürfte es sich bei dem Betrüger vermutlich um den Gesuchten handeln. Und jetzt vorwärts, meine Herren, an die Arbeit. Kurz nach elf erreichte der Schakal das Stadtzentrum von Cannes. Er hielt nach einem ihm zusagenden Luxushotel Ausschau und nachdem er ein paar Minuten lang herumgefahren war, steuerte er in den Vorhof des Majestic. Er kämmte sich rasch das winzerzauste Haar und betrat das Foyer. Zu dieser Tageszeit lagen die meisten Hotelgäste am Strand und die Halle war menschenleer. Sein eleganter, leichter Anzug und sein selbstbewusstes Auftreten machten ihn auf den ersten Blick als englischen Gentleman kenntlich. Und dem Hotelpagen, den er fragte, wo die Telefonzellen seien, kam es gar nicht in den Sinn, die Brauen hochzuziehen. Die Dame hinter dem Tresen, der die Telefonzentrale vom Eingang zur Garderobe trennte, blickte auf, als er auf sie zutrat. »Bitte verbinden Sie mich mit Paris, Molitor 5901«, sagte er. Wenige Minuten später wies ihm eine Telefonzelle zu, deren schalldichte Tür er hinter sich schloss. »Hallo? Issi Chakal. Issi Valmi. Gott sei Dank, dass Sie anrufen. Seit zwei Tagen haben wir versucht, Sie zu erreichen. Wer den Engländer durch das Fenster der Telefonzelle beobachtet hätte, würde ihn erstarren und die Stirnrunzeln gesehen haben. Während des etwa zehn Minuten dauernden Gesprächs blieb er zumeist stumm. Nur gelegentlich, wenn er eine knappe Zwischenfrage stellte, bewegten sich seine Lippen. Aber es beobachtete ihn niemand. Die Telefondame war in die Lektüre eines Liebesromans vertieft und sah erst wieder auf, als der hochgewachsene Engländer vor ihr stand und durch seine dunkle Brille auf sie hinabstarrte. Sie las die Gebühren für das Gespräch von dem am Klappenschrank angebrachten Zähler ab und nahm den geforderten Betrag entgegen. Der Chakal trank ein Kännchen Kaffee auf der Terrasse, von der aus man auf die Croisette und das in der Sonne glitzernde Meer hinausblickte, an dessen Strand sich braungebrannte Sommerfrischler tummelten und balgten. Nachdenklich zog er an seiner Zigarette. Der Chakal zog Bilanz. Zwar hatte ihn Walmy dringend geraten, auszusteigen und so rasch wie möglich heimzufahren, aber er hatte auch zugeben müssen, dass er von Rodeur nicht ermächtigt worden war, die Aktion abzublasen. Was er dem Chakal zu berichten gewusst hatte, bestätigte dessen Vermutungen über die Lachsheit der OAS in Sicherheitsfragen. Aber er wusste etwas, was sie nicht wussten und auch die französische Polizei nicht ahnen konnte. Dass er unter falschem Namen reiste, einen auf den falschen Namen ausgestellten echten Pass in der Tasche trug und darüber hinaus noch drei weitere gefälschte ausländische Personalausweise mitsamt den dazu passenden Verkleidungen in Reserve hatte. Eine ungefähre Personenbeschreibung war alles, wovon die französische Polizei ausgehen konnte. Hochgewachsen, blond, ausländischer Nationalität. Mehr wusste dieser Kommissar, den Walmy erwähnt hatte, Lebel hieß er, nicht von ihm. Es musste Tausende und Abertausende von Ausländern geben, die sich im August in Frankreich aufhielten und dieser Beschreibung entsprachen. Sie konnten sie unmöglich alle verhaften. Ein weiterer Vorteil für ihn lag in der Tatsache, dass die französische Polizei nach einem Mann verhandelte, der den Pass Charles Calthrops ausdrug. Sollte sie nur. Er war Alexander Duggan und das konnte er jederzeit nachweisen. Jetzt, wo Kowalski tot war, wusste niemand mehr, auch Rodin nicht, wer er war und wo er sich aufhielt. Er war endlich ausschließlich und ganz allein auf sich selbst gestellt und genau das war es, was er von Anfang an gewollt hatte. Dessen ungeachtet hatten die Risiken zweifellos zugenommen. Da die Tatsache, dass ein Anschlag bevorstand, aufgedeckt worden war, würde er es jetzt mit einem ganzen System zusätzlicher Sicherheitsvorkehrungen aufnehmen müssen. Die Frage war, ob sein bis ins einzelne festgelegter Mordplan sich unter diesen Umständen noch als ausführbar erwies. Je länger er darüber nachdachte, desto überzeugter war er, dass dies der Fall sei. Kommissar Lebell saß an seinem Schreibtisch und fühlte sich, als habe er in seinem ganzen Leben noch nie geschlafen und auch keine Aussicht mehr es jemals zu tun. Auf dem Feldbett in der Ecke schnarchte Lucien Caron, der die ganze Nacht hindurch die mit der Überprüfung der eingegangenen Einreise- und Meldeformulare angelaufene Fahndung nach Charles Cawthrope geleitet hatte. Bei Anbruch der Dämmerung war er von Lebell abgelöst worden. Superintendent Thomas' Anruf vom gleichen Morgen hatte die Hoffnung auf eine rasche Ergreifung des Killers praktisch zunichte gemacht. Die Teilnehmer der abendlichen Lagebesprechung waren noch nicht darüber unterrichtet worden, dass sich die Verfolgung der Spur Carthrops vermutlich als Fehlschlag erweisen dürfte. Das würde er ihnen heute Abend um zehn Uhr beibringen müssen. Und wenn er bis dahin keinen anderen Namen als Ersatz für Carthrope nennen konnte, hatte er neuerliche Ausfälle von Seiten St-Clairs und die St-Clairs und die stummen Vorwürfe der anderen Konferenzteilnehmer zu gewärtigen. Der Mann, nachdem die Polizeibehörden zweier Länder jetzt fahndeten, hatte beschlossen, die Grande Corniche mit ihren ewigen Verkehrsstauungen links liegen zu lassen. In dem beruhigenden Bewusstsein der Sicherheit, das ihm der angenommene und in seinem Pass vermerkte Name Duggan verschaffte, entschied er sich dafür, von der Küste aus gemächlich nach Norden durch die Alp-Maritim und weiter in die hügelige Landschaft Burgunst zu fahren. Er hatte keine sonderliche Eile, denn der für den Anschlag festgesetzte Tag war noch nicht gekommen. Auch war er etwas früher als ursprünglich geplant in Frankreich eingetroffen. Bei Einbruch der Dämmerung erreicht er die kleine Stadt Gabb. Er hätte auch nach Grenoble weiterfahren können. Aber da kein Grund zur Eile bestand und die Aussichten, im Ferienmonat August ein Hotelzimmer zu bekommen, in einer kleinen Stadt günstiger waren, sah er sich nach einem ländlichen Hotel um. Knapp außerhalb des Städtchens fand er das Hotel du Gerv, welches ehedem einem der Herzöge von Savoyen als Jagdhaus gedient und sich das eher rustikale Behaglichkeit und ländlicher Tafelfreuden bewahrt hatte. Das Abendessen wurde in einem holzgetäfelten Raum eingenommen, der eine panoramaartige Aussicht auf die bewaldeten Abhänge bot, die vom Schrillen der Zikaden widerhalten. Die Luft war warm, und erst als der Hauptgang abgetragen wurde, machte einer an einem Einzeltisch speisende Dame, die ein weit ausgeschnittenes, ärmelloses Kleid trug, den Maître d'Hotel darauf aufmerksam, dass es jedoch ein wenig kühl sei, und bat ihn, die Fenster zu schließen. Der Schakal wandte sich um, als er gefragt wurde, ob er etwas dagegen habe, wenn das Fenster, an dem er saß, zugemacht würde. Er warf einen Blick auf die Dame. Es war eine ausgesprochen hübsche Frau. Sie mochte in den späten Dreißigern sein und hatte füllige, weiche Arme und einen tief angesetzten, vollen Busen. Mit einem flüchtigen Nicken gab er dem Maître sein Einverständniskund und neigte dann, den Blick der hinter ihm sitzenden Frau suchend, leicht den Kopf. Sie reagierte mit einem kühlen Lächeln. Als der Schakal sein Fruchteis löffelte, hörte er, wie die hinter ihm sitzende Dame den Maître, der sie als Madame la Baron titulierte, mit befehlsgewohnt leiser Stimme wissen ließ, dass sie ihren Kaffee in der Halle zu nehmen wünsche. Wenig später bat auch der Schakal, ihm den Kaffee in der Halle zu servieren und begab sie auf den Weg dorthin. Der Anruf aus dem Somerset House erreichte Superintendent Thomas um 22.15 Uhr. Es war der mit der Leitung der Sonderkommission beauftragte dienstältere Inspektor, der anrief. Seine Stimme klang müde, aber zuversichtlich. Hoffte er sich, ich und seine Kollegen doch mit dem, was er zu melden hatte, von der Mühsal zu erlösen, weitere hunderte und aberhunderte Namen von Passantragstellern auf die Möglichkeit überprüfen zu müssen, dass es auf sie ausgestellte Totenscheine gab. Alexander James Quentin Duggan, verkündete er, als Thomas sich gemeldet hatte. Was ist mit ihm? fragte Thomas. Geboren am 3. April 1929 in Samborn-Fishley in der St. Marcus-Gemeinde. Beantragte in der üblichen Weise und auf dem üblichen Formular am 14. Juli dieses Jahres einen Pass. Der Pass wurde am darauf folgenden Tag ausgestellt und am 17. Juli an die auf dem Antragsformular angegebene Adresse geschickt. Wird sich vermutlich um eine Deckadresse handeln. Warum? fragte Thomas. Er liebte es nicht, wenn man ihn warten ließ. Weil Alexander James Quentin Duggan am 8. November 1931 bei einem Verkehrsunfall in seinem Heimatdorf im Alter von zweieinhalb Jahren ums Leben kam. Wiederum kam der Anruf mitten in der Konferenz. Kommissar Lebel hatte erklärt, dass sich Cawthrope mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht unter eigenem Namen in Frankreich aufhalte, es sei denn, er habe sich in einem Fischerboot an Land geschmuggelt oder die Grenze an einer unbewachten Stelle überschritten. Er persönlich glaube jedoch nicht, dass ein Mann vom Fach dergleichen je tun würde, denn bei jeder Razzia oder Ausweiskontrolle könne er festgenommen werden, weil sein Pass keinen Einreisestempel aufwies. Auch war kein Charles Cawthrope unter seinem eigenen Namen in irgendeinem französischen Hotel abgestiegen. Wollen Sie damit sagen, dass er schon in Frankreich, ja womöglich bereits hier in Paris sein kann? Der Gedanke, dass der Killer möglicherweise keinen Kilometer von ihnen entfernt und der Anschlag auf das Leben des Präsidenten auf seinem Zeitplan für morgen vorgesehen war, machte jedem von ihnen heillose Angst. Die Gemüter hatten sich noch nicht wieder beruhigt, als Lebel ans Telefon gerufen wurde. Diesmal blieb er länger als 20 Minuten weg. Als er wiederkam, referierte er seinerseits weitere zehn Minuten lang vor einer gespannt lauschenden Runde, was ihm soeben aus London gemeldet worden war. »Was machen wir jetzt?«, fragte ihn der Minister, als er geendet hatte. In seiner bedächtig gelassenen Art gab Lebel seine Anweisungen, wie ein General, der seine Truppen aufmarschieren lässt. Und keine der im Raum anwesenden Männer die ausnahmslos höhere Ränge begleiteten als er, macht auch nur den geringsten Versuch, irgendwelche Einwände zu erheben. »Das also ist die Situation«, schloss er. »Wir werden eine auf das gesamte Staatsgebiet ausgedehnte, ebenso diskret wie umfassend gehandhabte Fahne nach Carthrope alias Duggan in seiner neuen Tarnung veranstalten, während die britischen Polizeibehörden die Passagierlisten der Fluggesellschaften, Kanalfähren und so weiter überprüfen. Wenn Sie ihn lokalisieren, werden Sie ihn, sofern er auf britischem Boden angetroffen wird, festnehmen oder aber, sollte er England bereits verlassen haben, und sofort benachrichtigen. Lokalisieren wir ihn dagegen, wird er, wenn er sich in Frankreich aufhält, sofort verhaftet. »Machen wir ihn in einem dritten Land ausfindig, können wir entweder abwarten, bis er sich nichtsahnend anschickt, die Grenze zu überschreiten und ihn dabei fassen, oder uns für eine andere Art des Vorgehens entscheiden. Zu dem Zeitpunkt freilich wird meine Aufgabe, den Mann zu finden, bereits abgeschlossen sein. Bis dahin jedoch wäre ich allerdings dankbar, wenn Sie, meine Herren, sich weiterhin an meine Empfehlungen hielten. Der Affront war so unerhört, die gelassene Selbstverständlichkeit, mit welcher der kleine Kommissar seinen Anordnungen Nachdruck zu verleihen, verstand, so überzeugend, dass niemand etwas zu sagen wagte. Sie nickten nur. Selbst Saint-Claire hielt den Mund. Erst als er kurz nach Mitternacht heimkam, fand er ein aufmerksames Publikum für seinen Wutausbruch über diesen lächerlichen Petit-Bourgeois, diese kümmerliche Polizistenseele, die Recht behalten hatte, während sich die qualifiziertesten Experten des Landes ausnahmslos getäuscht hatten. Seine Geliebte lauschte verständnisinnig und volle Mitgefühl, während sie ihm, der Beuchlings auf dem Bett lag, mit kundiger Hand den Nacken massierte. Es begann schon zu dämmern, als er endlich eingeschlafen war und sie sich in die Halle schleichen konnte, um ein kurzes Telefongespräch zu führen. Superintendent Thomas blickte auf die beiden Passanträge und zwei Fotografien, die im Lichtkreis der Tischlampe auf der Schreibunterlage ausgebreitet waren. Gehen wir alles noch einmal rasch durch, sagte er, okay? Ja, Sir, erwiderte der neben ihm sitzende Dienstältesteinspektor. Gut. Cawthrop, Größe 5 Fuß 11 Zoll, stimmt's? Ja, Sir. Duggan, Größe 6 Fuß. Erhöhte Absätze, Sir. Mit spezial angefertigten Schuhen kann man sich bis zu 5, 6 Zentimeter größer machen. Im Showgeschäft tun das eine Menge Leute. Im Übrigen schaut einem bei der Passkontrolle niemand auf die Füße. Also gut, räumte Thomas ein. Schuhe mit erhöhten Absätzen. Cawthrop, Haarfarbe braun. Das besagt nicht viel, denn die kann ebenso gut hellbraun wie Kastanienbraun sein. Nach dem Foto zu urteilen hat er dunkelbraunes Haar. Bei Duggan steht auch Haarbraun. Aber es sieht aus, als sei es hellblond. Das stimmt, Sir. Auf Fotos sieht Haar jedoch meistens dunkler aus, als es ist. Es hängt davon ab, von wo das Licht kommt und so weiter. Außerdem könnte er es heller getönt haben, um Duggan zu werden. Mag sein. Cawthrops Augenfarbe braun. Duggan, Augenfarbe grau. Kontaktlinsen, Sir. Kein Problem. Okay. Cawthrop ist 37, Duggan im April 34 geworden. Er musste 34 werden, erklärte der Inspektor. Weil der echte Duggan, der kleine Junge, der mit zweieinhalb Jahren ums Leben kam, im April 1929 geboren wurde. Daran konnte nichts geändert werden. Und ein 37-Jähriger, dessen Alter im Pass mit 34 angegeben ist, erregt keinen Verdacht. Man glaubt dem, was im Pass steht. Thomas betrachtete die beiden Fotos. Cawthrops Gesicht wirkte schwerer, voller, wie das eines eher untersetzten Mannes. Aber um Duggan zu werden, konnte er sein Äußeres verändert haben. Vermutlich hatte er es bereits verändert, bevor er mit den OAS-Chefs zusammentraf. Und es seite er bei dem veränderten Äußeren belassen. Auch während der Zeit, in der er seinen Pass beantragte. Männer wie er mussten in der Lage sein, monatelang unter der Tarnung einer zweiten Identität zu leben, wenn sie der Identifizierung entgehen wollten. Eben dieser klugen Vorsicht und gewissenhaften Sorgfalt verdankte Cawthrop vermutlich, dass sein Name in keiner Polizeiakte der Welt zu finden war. Hätte es nicht dieses Gerücht gegeben, das vor ein paar Jahren Westindien kursierte, wäre man nie auf ihn gekommen. Aber von jetzt ab war er Duggan. Gefärbtes Haar, getönte Kontaktlinsen, schlankere Figur und überhöhte Absätze. Es war Duggans Personenbeschreibung, die er nebst Passnummer und Foto zur Übermittlung nach Paris in den TEDx-Raum bringen ließ. Lebelle würde das Material, er blickte auf seine Armbanduhr, schätzungsweise gegen zwei Uhr morgens erhalten. Madame la Baron de la Chalonière blieb vor ihrer Zimmertür stehen und drehte sich zu dem jungen Engländer um, der sie dorthin begleitet hatte. Im Halbdunkel des Korridors konnte sie sein Gesicht nicht genau erkennen. Es war nur ein aufgehellter Fleck im Schatten. Der Abend war recht amüsant gewesen, und sie hatte sich noch nicht entschieden, ob sie ihn vor ihrer Tür beenden sollte oder nicht. Die Frage beschäftigte sie schon seit einer Stunde. Einerseits war sie, obwohl sie Liebhaber gehabt hatte, eine achtbare, verheiratete Frau. Sich von wildfremden Männern verführen zu lassen, sobald sie allein in einem Hotel übernachtete, zählte nicht zu ihren Gewohnheiten. Andererseits war sie in einer Verfassung, in der sie sich Anfechtungen weniger denn je gewachsen fühlte, und ehrlich genug, sich das selbst einzugestehen. Ihre Ehe, das war ja seit Jahren klar, bestand nur noch auf dem Papier. Denn der Baron lebt in Paris und war zu sehr damit beschäftigt, den kleinen Mädchen nachzustellen, als dass er den Sommer auf dem Schloss verbracht hätte. Beim Café, den sie in der Hotelhalle nahm, hatte sie sich über ihre Zukunft Gedanken gemacht und unversehens den Wunsch verspürt, sich von jemandem sagen zu lassen, dass sie eine Frau sei und eine schöne dazu, und nicht bloß Madame la Baron. In genau diesem Augenblick war es dann geschehen, dass der Engländer auf sie zutrat, um sie zu fragen, ob er, da sie allein in der Halle waren, seinen Kaffee bei ihr trinken dürfe. Er hatte sie überrumpelt, und sie war ganz einfach zu überrascht gewesen, um Nein zu sagen. In der nächsten Sekunde hätte sie sich am liebsten geohrfeigt, aber schon zehn Minuten später bedauerte sie es kaum mehr, ihn nicht abgewiesen zu haben. Schließlich war er ihrer Schätzung nach zwischen 30 und 35, also im denkbar besten Alter. Ob schon Engländer, sprach er fließend Französisch. Er sah recht gut aus und konnte amüsant sein. Seine geschickten Komplimente hatten ihr wohlgetan, und sie hatte ihn sogar zu weiteren ermuntert. Es war fast Mitternacht geworden, ehe sie aufstand und erklärte, andern Tags in aller Frühe aufbrechen zu müssen. Er hatte sie die Treppe hinauf begleitet und vor dem Fenster im Zwischenstock auf die bewaldeten Berghänge hinausgedeutet, die vom hellen Mondlicht beschienen wurden. Sie waren stehen geblieben, um einen Blick auf die schlafende Landschaft zu werfen. Als sie sich vom Fenster wegwandte, musste sie feststellen, dass seine Augen nicht auf die Aussicht, sondern auf das tiefe Tal zwischen ihren Brüsten gerichtet waren, deren Haut im Mondlicht alabasterweise erschien. Er hatte gelächelt, als er ertappt worden war, und, indem er seine Lippen ihrem Ohr näherte, geflüstert, beim Mondlicht wird auch der wohlerzogenste Mann zum Halbwilden. Verstimmung vortäuschend, obschon sie die unverfrorene Bewunderung des Fremden in eine angenehme Erregung versetzte, hatte sie sich auf dem Absatz umgedreht, um die restlichen Stufen zu ihrer Etage hinaufzusteigen. Das war ein reizender Abend, Monsieur. Die Hand auf der Türklinke fragte sie sich, ob der Mann sie wohl zu küssen versuchen würde. In gewisser Weise erhoffte sie es. Vielleicht lag es nur am Wein oder an dem feurigen Kalberdoss, den er zum Kaffee bestellt hatte. Vielleicht auch an der Szene im Mondlicht. Jedenfalls war ihr bewusst, dass sie mit einem solchen Ende des Abends nicht gerechnet hatte. Sie fühlte, wie sich die Arme des Fremden um sie legten und seine Lippen sich unvermittelt auf ihre pressten. Das muss aufhören, sagte ihr eine innere Stimme. Eine Sekunde später erwiderte sie den Kuss mit noch geschlossenen Lippen. Der Wein hatte sie ein bisschen benommen gemacht, ja, es musste die Wirkung des Weins sein. Sie spürte, wie seine Arme sich fester um sie legten, kraftvolle Arme, mit harten Muskeln. Ihr Schenkel wurde gegen ihn gedrückt und durch den Satin ihres Kleides fühlte sie die arrogante Härte seines Gliedes. Sie zog ihr Bein schnell zurück und presste es gleich darauf wieder gegen ihn. Eine bewusste Entscheidung gab es gar nicht. Die Gewissheit, dass sie ihn haben wollte zwischen ihren Schenkeln in ihrem Schoß die ganze Nacht war urplötzlich gekommen. Als sie merkte, dass seine Hand hinter ihr zur Türklinke tastete, löste sie sich aus der Umarmung und ohne sich von ihm abzuwenden, trat sie einen Schritt in ihr Zimmer zurück. Er folgte ihr und schloss die Tür. Der Schakal wachte auf, als die Sonne schon hoch über den Hügeln stand und einen weiteren sommerlich heißen Tag ankündigte. Kurz nach halb elf fuhr er im Alpha ins Städtchen, um von der Post aus ein Ferngespräch mit Paris zu führen. Als er zwanzig Minuten später das Postamt verließ, hatte er es offenkundig eilig. Dann fuhr er zum Hotel du Kerf zurück und verlangte seine Rechnung. Der Portier, der den Wirt in der Rezeption abgelöst hatte, sagte wenig später aus, der Engländer habe nervös gewirkt. Er schien in großer Eile gewesen zu sein und habe mit einem neuen Hundertfondschein gezahlt. Was er nicht erwähnte, weil er es nicht bemerkt hatte, war die Tatsache, dass der Engländer in seiner Abwesenheit, er war in das Geschäftszimmer gegangen, um den Schein zu wechseln und hatte das Gästebuch, in das er die Namen der für jenen Tag erwarteten Gäste eintragen wollte, offen liegen lassen, die Eintragung überflogen hatte. Der Engländer hatte eine Seite zurückgeschlagen und sich die hinter den Namen von Madame la Baron de la Chalonière angegebene Adresse, Haute Chalonière, Corrèze, gemerkt. Lebel lauschte gespannt und sah Caron dann triumphierend an. Er legte die Hand auf die Sprechmuschel. Wir haben ihn. Er ist gestern Abend im Hotel du Kerf in Gabb abgestiegen und hat offenbar vor, zwei Tage dort zu bleiben. Er nahm die Hand von der Muschel und sprach weiter mit Lyon. Hören Sie, Kommissar, ich kann Ihnen jetzt nicht erklären, warum wir diesen Mann fassen wollen. Sie müssen es mir schon abnehmen, dass es wichtig ist. Sie machen jetzt Folgendes. Es war 16.50 Uhr, als Sie sich dem umstellten Hotel du Kerf näherten. Begleitet von Caron, der einen geladenen und entsicherten M.A.T. 49 Schnellfeuerkarabiner unter dem über seinen rechten Arm gelegten Regenmantel trug, ging Claude Lebel zum Haupteingang. Von seinem Empfangschef herbeigerufen, trat der Hotelbesitzer aus dem Büro und beantwortete Carons Fragen, während er misstrauische Blick auf das unförmige Bündel warf, das dieser unter dem Arm trug. Lebel hörte zu und ließ enttäuscht die Schultern hängen. »Meinen Sie wirklich, dass er uns entwischt ist, Chef?« Lebel nickte. »Darüber gibt es wohl keinen Zweifel. Aber er hat sich doch für zwei Tage angemeldet. Halten Sie es für möglich, dass der Hotelbesitzer mit ihm oder einer Decke steckt?« »Nein.« »Seine Angestellten und er sagen die Wahrheit.« »Der Schakal hatte sich irgendwann heute Vormittag anders überlegt und Reiß ausgenommen. Die Frage ist, wohin er gefahren sein kann und ob er schon weiß, dass wir wissen, wer er ist.« »Aber wie sollte er das? Das kann er doch gar nicht wissen. Das muss ein Zufall sein.« »Hoffen wir es, mein lieber Lucien.« »Hoffen wir es.« Colette de la Chalonière hatte sich im Bett aufgesetzt, um ihren Morgenkaffee auszutrinken. Vom Schlosshof her drang das Rattern eines Automobils herauf. Sie band sich den Hausmantel zu und trat ans Fenster. Drei Koffer und eine Reisetasche waren abgeladen worden und daneben stand ein Mann. Sie erkannte ihn an dem metallischen Glanz des blonden Haars und lächelte freudestrahlend über das ganze Gesicht. »Du Bestie. Du schöne, primitive Bestie. Du bist mir nachgefahren.« Sie eilte ins Badezimmer, um sich anzukleiden. Als sie an die Treppenbrüstung trat, hörte sie von der Halle her stimmen. Ernestine fragte, was Monsieur wünsche. »Madame Labarone, Elela?« Im nächsten Augenblick kam Ernestine, so schnell ihre alten Beine sie zu tragen, vermochten die Treppe heraufgelaufen. »Ein Herr fragt nach Ihnen, Madame.« An jenem Freitag war die allabendliche Besprechung im Innenministerium kürzer als üblich. »Wir müssen von zwei Möglichkeiten ausgehen,« erklärte Lebel einer schweigenden Zuhörerschaft. Entweder glaubt er sich noch immer unverdächtigt und seine Abreise vom Hotel du Kerf war eine vorher nicht geplante Handlung, mit der er dem Anlaufen unserer Aktion rein zufällig zuvor kam. Dann besteht für ihn kein Grund, nicht seelenruhig unter dem Namen Duggan in Hotels abzusteigen. In diesem Fall muss er früher oder später entdeckt werden. Oder aber, er hat auf irgendeine Weise Wind davon bekommen, dass wir ihm auf der Spur sind und sich entschlossen, sich so durchzuschlagen. Sollte das der Fall sein, gibt es wiederum zwei Möglichkeiten. Entweder er hat keine weiteren Rollen parat, in die er schlüpfen kann. Dann kommt er nicht weit, ohne sich in einem Hotel einzuschreiben oder eine Grenzstation zu passieren. Oder er hat eine weitere gefälschte Identität vorbereitet und bereits angenommen. In diesem Fall ist er nach wie vor ungemein gefährlich. Aber es gibt keinen Grund zur Annahme, dass er damit rechnet, entdeckt zu werden, bevor er in die Nähe des Präsidenten gelangt ist, wandte St. Clair ein. Warum sollte er derart weitgehende Vorsitzmaßregeln getroffen und eine zweite oder womöglich noch mehrere Tarnrollen vorbereitet haben? Weil er ganz offenbar grundsätzlich derart weitgehende Vorsitzmaßregeln zu treffen pflegt, sagte Lebel. Tät er das nicht, hätten wir ihn inzwischen längst gefasst. Wenn er auch nur einen Funken Verstand hat, sagte St. Clair, macht er das, aus Frankreich herauskommt, solange er noch am Leben ist. Ich wünschte, er täte uns den Gefallen, bemerkte Lebel, als die Sitzung beendet und er wieder in sein Büro zurückgekehrt war, zu Caron. Aber ich glaube nicht daran. Einstweilen ist er noch ganz schön lebendig, bei bester Gesundheit, in Freiheit und bewaffnet. Drei Tage lang war die Spur unauffindbar geblieben und bei jeder abendlichen Besprechung hatte sich die Meinung, der Schakal habe Frankreich still und heimlich verlassen, mehr und mehr durchgesetzt. Auf der Konferenz vom 19. August war es nur noch Lebel, der weiterhin die Ansicht vertrat, der Killer halte sich noch immer irgendwo in Frankreich verborgen, warte dort ab, bis der richtige Zeitpunkt für ihn gekommen sei. Der richtige Zeitpunkt wozu, höhnte St. Clair. Das Einzige, worauf er warten kann, wenn er sich tatsächlich noch auf französischem Boden aufhält, ist eine Gelegenheit, in Richtung Grenze zu fliehen. In dem Augenblick, wo er sich aus seinem Versteck hervorwagt, fassen wir ihn. Rund um den Tisch erhob sich beifälliges Gemurmel von Seiten all derjenigen Konferenzteilnehmer, die zu dem Schluss gekommen waren, dass die Polizei versagt und Bouviers Diktum, die Lokalisierung des Killers sei reine Detektivarbeit, sich als Irrtum erwiesen hatte. Lebel schüttelte eigensinnig den Kopf. Die unablässige Nervenanspannung, der fortgesetzte Mangel an Schlaf und nicht zuletzt die Notwendigkeit, sich selbst und seinen Stab gegen die ständigen Nadelstiche und Vorwürfe von Männern verteidigen zu müssen, die ihre hohen Posten weniger ihrer einschlägigen Erfahrung als vielmehr ihrer parteipolitischen Richtung verdankten, hatten ihn ermüdet und erschöpft. Er wusste sehr wohl, dass er erledigt war, wenn er sich täuschte. Dafür würden einige von den Männern, die an diesem Tisch saßen, schon sorgen. Und wenn er sich nicht täuschte? Wenn der Schakal es nach wie vor auf den Präsidenten abgesehen hatte? Wenn er durch die Maschen des Netzes schlüpfte und bis zu seinem Opfer vordrang? Es war ihm klar, dass die in dieser Runde versammelten, dann verzweifelt nach einem Prügelknaben suchen würden. Und den würde er abgeben. So oder so war seine Laufbahn als Polizeibeamter zu Ende. Es sei denn, es sei denn, es gelang ihm, den Mann aufzuspüren und an der Tat zu hindern. Natürlich hatte er keine Beweise, nur die merkwürdige innere Gewissheit, mit der er diesen Herren natürlich nicht kommen dürfte, dass der Mann, den er jagte, ebenfalls ein Profi war, der seinen Auftrag ausführen würde, koste es, was es wolle. In den acht Tagen, die er diese Geschichte nun am Hals hatte, war er allmählich dazu gelangt, vor dem Mann mit dem Mördergewehr, der sein Vorhaben bis ins Einzelne durchdacht und dabei alle nur denkbaren Eventualitäten eingeplant zu haben schien, eine Art widerwilliger Hochachtung zu empfinden. Worauf weiß ich nicht, entgegnete Lebel. Aber er wartet auf etwas oder wartet irgendetwas ab, einen bestimmten Tag vielleicht. Ich habe das Gefühl, meine Herren, dass sich das Thema Schakal für uns noch nicht erledigt hat. Warum ich dieses Gefühl habe, kann ich freilich selber nicht erklären. Gefühl, muckierte sich St. Clair, einen bestimmten Tag. Kommissar, Sie lesen offenbar zu viele romantische Abenteuergeschichten, aber wir haben es nicht mit der Romantik zu tun, sondern mit der Wirklichkeit. Der Mann hat sich aus dem Staub gemacht, mehr gibt es darüber nicht zu sagen. Er lehnte sich im Sessel zurück und lächelte selbstgewiss. Hoffentlich haben Sie recht, sagte Lebel leise. In diesem Fall darf ich Sie, Monsieur le Ministre, bitten, mich von der Leitung der Ermittlungen zu entbinden und wieder meine normalen kriminalpolizeilichen Obliegenheiten wahrnehmen zu lassen. Der Minister sah ihn unschlüssig an. Glauben Sie, es hat Sinn, die Ermittlungen fortzusetzen, Kommissar? fragte er. Besteht Ihrer Meinung nach noch immer Gefahr? Was die zweite Frage anlangt, so kann ich darauf nur sagen, ich weiß es nicht. Hinsichtlich der ersten bin ich der Meinung, dass wir mit den Nachforschungen so lange fortfahren sollten, bis wir unserer Sache absolut sicher sind. Also gut, meine Herren, ich wünsche, dass der Kommissar seine Ermittlungen fortsetzt und wir weiterhin jeden Abend zusammenkommen, um es von ihm laufend berichten zu lassen. Vorerst jedenfalls noch. Jacqueline streifte die schmalen Träger ihres dünnen Unterhemdchens von den Schultern und ließ den durchsichtigen Stoff auf ihre Hüften hinabgleiten, um die er sich in weichen Falten schmiegte. Sie spannte die Armmuskeln an, damit sich das Tal zwischen ihren Brüsten zu einem tiefen Spalt verengte und zog den Kopf ihres Liebhabers an ihren Busen. Erzähl mir alles, gurrte sie. Auch am Morgen des 21. August war der Himmel so strahlend und klar wie schon an den vorangegangenen vierzehn Tagen der hochsommerlichen Hitzewelle. Nur mit seinem Morgenmantel bekleidet stand der Schakal im Arbeitszimmer des Barons am Fenster und meldete sein allmorgendliches Routinegespräch mit Paris an. Er hatte seine Geliebte nach einer weiteren wilden Liebesnacht oben ihrem Zimmer schlafen zurückgelassen. Als die Verbindung mit Paris hergestellt war, meldete er sich wie gewohnt mit »Issi, Schakal!« »Issi, Valmi!« sagte die heisere Stimme am anderen Ende der Leitung. »Die Dinge sind wieder in Bewegung geraten!« Er lauschte zwei Minuten lang angespannt und stellte nur ab und zu eine knappe Zwischenfrage. Dann legte er mit einem abschließenden »Merci« den Hörer auf und griff nach Zigaretten und Feuerzeug in seine Taschen. Da war etwas gewesen, weswegen ihn das Gespräch beunruhigte. Etwas, was ihn hätte stutzig machen sollen. Es war ihm zunächst gar nicht aufgefallen, aber als er jetzt an seine Zigarette zog, kam es ihm zum Bewusstsein. Kurze Zeit, nachdem er den Hörer aufgenommen hatte, war ein leises Klicken in der Leitung vernehmbar gewesen. Bei den Telefongesprächen der letzten drei Tage hat er nichts dergleichen gehört. In Colettes Zimmer gab es zwar einen Nebenanschluss, aber sie hatte bestimmt ganz fest geschlafen, als er aufstand. Bestimmt. Er drückte die Zigarette aus und warf den Stummel zum offenen Fenster auf den Kiesboden hinaus. Dann drehte er sich abrupt um, rannte lautlos auf bloßen Füßen die Treppe hinauf und stürmte ins Schlafzimmer. Der Telefonhörer war auf die Gabel zurückgelegt worden. Der Garderobenschrank stand offen, die drei geöffneten Koffer und sein Schlüsselring lagen auf dem Fußboden. Die Baronin hockte ihn mitten des Durcheinanders auf den Knien und starrte ihn mit weit aufgerissenen Augen an. Um sie herum lag eine Anzahl schlanker Stahlröhren, deren zum Verschluss der offenen Enden bestimmte Kappen abgenommen worden waren. Aus einer der Röhren ragte das Zielfernrohr heraus, aus einer anderen die Mündung des Schalldämpfers. Sie hielt etwas in den Händen, etwas, das sie voll Schrecken angestarrt hatte, als er eintrat. Sekundenlang blieben beide stumm. Der Schakal fasste sich zuerst. Du hast mitgehört. Ich, ich wollte wissen, mit wem du jeden Morgen telefonierst. Ich dachte, du schläfst. Nein, ich werde immer wach, wenn du aufstehst. Dieses, dieses Ding, das ist ein Gewehr, eine Mordwaffe. Es war mehr eine Feststellung als eine Frage und doch drückte sich darin die unsinnige Hoffnung aus, er könne erklären, dass es sich um etwas anderes, etwas ganz Harmloses handelte. Er sah auf sie hinunter und zum ersten Mal bemerkte sie, dass sich die grauen Flecken in seinen Augen vermehrt und deren Ausdruck wie mit einem wolkigen Schleier überzogen hatten. Sein Blick war kalt und leblos geworden und sie hatte das Gefühl, als starre eine Maschine sie an. Sie richtete sich zögernd auf und ließ den Gewehrlauf scheppern zu Boden fallen. Du willst ihn umbringen, flüsterte sie. Du bist einer von den OAS-Leuten. Du brauchst dies hier, um de Gaulle damit zu töten. Dass er ihr nicht antwortete, war Antwort genug. Sie wollte zur Tür stürzen. Er fing sie mühelos ein und schleuderte sie quer durch den Raum, setzte ihr mit drei raschen Schritten nach und warf sie aufs Bett. Auf das zerwühlte Laken gestreckt öffnete sie den Mund, um zu schreien. Ein Hieb mit dem Handrücken auf die Halsschlageader wirkte den Schrei ab, noch bevor er aus ihrem Mund gedrungen war. Dann packte der Schakal mit seiner Linken ihr Haar und drehte ihr den Kopf mit dem Gesicht nach unten über die Bettkante. Ein Ausschnitt aus dem Teppichmuster war das Letzte, was sie wahrnahm, bevor der Handkantenschlag mit voller Wucht auf ihren Nacken niederfuhr. Der Schakal ging zur Tür, um zu lauschen, aber von unten drang kein Laut herauf. Er brauchte fünf Minuten, um sich in dem ans Schlafzimmer angrenzenden Bad zu waschen und zu rasieren. Anschließend nahm er seine Schere zur Hand und verbrachte weitere zehn Minuten damit, sein langes, blondes Haar sorgfältig hochzukämmen und es gute fünf Zentimeter kürzer zu schneiden. Als dann bürstete er genügend Färbemittel hinein, um ihm die eisengraue Haarfarbe eines älteren Mannes zu verleihen. Die Feuchtigkeit des Färbemittels erlaubte es ihm schließlich, es genau in der Weise zu bürsten, wie es auf dem Foto in Pastor Jensens Pass, den er vor sich auf das Bord über dem Waschbecken gelegt hatte, zu sehen war. Zu guter Letzt setzte er sich die Kontaktlinsen ein. Er spülte alle Spuren des Färbemittels fort, wischte das Waschbecken sorgfältig aus, nahm sein Rasierzeug und kehrte ins Schlafzimmer zurück. Der nackten Leiche auf dem Bett gönnte er keinen weiteren Blick. Zehn Kilometer außerhalb Tülls warf der Schakal den Koffer mit seinen englischen Kleidungsstücken und den Pass Alexander Duggans in eine Schlucht. Der Koffer segelte über das Brückengeländer und verschwand krachend im dichten Unterholz am Fuß des Wasserfalls. Nach kurzem Suchen hatte er den Bahnhof von Tüll gefunden und parkte den Wagen drei Straßen weiter an unauffälliger Stelle. Er trug seine beiden Koffer und die Reisetasche zum 800 Meter entfernten Bahnhofsgebäude und trat an den Fahrkartenschalter. »Einmal zweite Klasse Paris, bitte« sagte er und blickte über den Rand seiner Brille hinweg durch das kleine Gitterfenster, hinter dem der Bahnangestellte saß. »Wie viel macht das?« »97 neue Franc, Monsieur.« »Und wann bitte geht der nächste Zug?« »Um 11.50 Uhr. Sie haben fast eine Stunde Zeit. Es gibt ein Restaurant am Ende des Bahnsteigs. Bahnsteig 1 nach Paris. Je vous en prie.« Der Schakal nahm sein Gepäck auf und begab sich zur Sperre. Die Karte wurde gelocht, er ergriff wiederum seine Koffer und trat auf den Bahnsteig. Eine blaue Uniform versperrte ihn den Weg. »Au Papier, s'il vous plaît.« Der Mann vom CRS war sehr jung und gab sich alle Mühe, gestrenger drein zu blicken, als seine Jahre es ihm erlaubten. Er trug einen Schnellfeuerkarabiner, dessen Riemen er über die Schulter gehängt hatte. Der Schakal setzte nochmals sein Gepäck ab und zeigte den dänischen Pass vor. Der CRS-Mann blätterte ihn durch, ohne auch nur ein Wort lesen zu können. »Vous êtes Danois?« »Pardon?« »Vous, Danois?« Er tippte auf den Pass. Der Schakal strahlte und nickte hoch erfreut. »Danske, ja, ja!« Der CRS-Mann reichte ihm den Pass zurück und deutete mit einem Kopfnicken zum Bahnsteig. Ohne sich noch weiter für den dänischen Geistlichen zu interessieren, wandte er sich dem nächsten Reisenden zu, der durch die Sperre trat. Um 18.30 Uhr rief Claude Lebel Kommissar Valentin aus Paris an. »Alors, Valentin?« »Noch nichts«, antwortete Valentin. »Seit dem späten Vormittag haben wir alle Straßen und Wege, die aus der Gegend herausführen, blockiert. Ich habe Streifen losgeschickt, damit sie die Straßen der Umgebung nach ihm absuchen. Augenblick mal. Eben kommt gerade eine neue Meldung.« Lebel konnte Valentin mit jemandem im Hintergrund reden, hören, der sehr schnell sprach. Dann meldete sich Valentins Stimme wieder am Apparat. »Himmel, Herrgott, was wird denn hier nur gespielt? Es ist ein Mord passiert.« »Wo?« fragte Lebel mit sofort erwachtem Interesse. »Auf einem Schloss in der Umgebung. Die Meldung ist gerade eben vom Dorfpolizisten durchgegeben worden. Wer ist das Opfer?« »Die Schlossherrin. Warten Sie. Eine Baronin de la Chalonnière.« Caron sah Lebel blass werden. »Valentin, hören Sie zu. Das war er. Ist er schon aus dem Schloss entkommen?« Wieder gab es eine kurze Beratung im Polizeikommissariat von Egleton. »Ja«, sagte Valentin dann. »Er ist heute Morgen im Wagen der Baronin weggefahren, ein kleiner Renault. Der Gärtner hat die Leiche gefunden, aber erst heute Nachmittag. Er hatte gedacht, die Baronin schlief noch. Dann ist er durchs Fenster geklettert und hat sie entdeckt. »Haben Sie die polizeilichen Kennzeichen und die Beschreibung des Wagens?« fragte Lebel. »Ja.« »Dann geben Sie Großalarm. Zur Geheimhaltung besteht keine Notwendigkeit mehr. Jetzt machen wir regelrecht Jagd auf einen Mörder. Ich werde sofort Alarm für das gesamte Staatsgebiet auslösen lassen. Aber versuchen Sie unbedingt, die Spur noch in der Nähe des Tatorts aufzunehmen, wenn Sie irrigen können. Sehen Sie zu, dass Sie auf jeden Fall seine generelle Fluchtrichtung feststellen. Wird gemacht. Jetzt können wir richtig loslegen. Lebel hängte ein. Mein Gott, ich werde alt. Der Name der Baronin stand auf der Gästeliste des Hotel du Kerf für die Nacht, die der Schakal dort verbracht hat. Der Renault wurde von einem Verkehrspolizisten 1930 in Tüll in einer Nebenstraße entdeckt. Das war 1945, als er sich im Kommissariat zurückmeldete und 19.55 Uhr als Tüll sich mit Valentin in Verbindung setzte. Um 20.05 Uhr rief der Kommissar der Auvergne Lebel an. Etwa 500 Meter vom Bahnhof entfernt, berichtete er. Haben Sie einen Fahrplan zur Hand? Ja, es müsste hier irgendwo einer vorhanden sein. Um welche Zeit ist der Morgenzug nach Paris von Tüll abgefahren und wann kommt er an der Garde aus der Litz an? Beilen Sie sich, Mann, um Gottes Willen, beeilen Sie sich! Am anderen Ende der Leitung fand ein hastiger Disput statt. Nur zwei Züge täglich, sagte Valentin. Der Morgenzug ging um 11.50 Uhr von Tüll ab und ist in Paris um, Augenblick, das werden wir gleich haben, um 20.10 Uhr. Lebel ließ Tüll in der Leitung hängen. Er rief Caron zu, rasch mitzukommen und stürzte zur Tür hinaus. Pünktlich auf die Minute dampfte der 20.10 Uhr Express in die Halle der Garde aus der Litz. Er war kaum zum Stillstand gekommen, als den ganzen glitzernden Zug entlang auch schon die Türen aufgestoßen wurden und die Reisenden auf den Bahnsteig einströmten, um dort von wartenden Verwandten und Freunden begrüßt zu werden oder den Torbogen zuzustreben, die aus der Wandelhalle zu den Taxis führten. Zu ihnen zählte auch ein hochgewachsener, grauhaariger, geistlicher in steifem, weißem Kragen. Er erreichte den Taxistand als einer der ersten und verstaute seine drei Gepäckstücke im Fond eines Mercedes-Benz-Diesel. Der Fahrer schaltete die Uhr ein und fuhr langsam die abschüssige Auffahrt hinunter, die in einem halbkreisförmigen Bogen auf das Ausfahrttor zuführte. Chauffeur und Fahrgast fiel ein wehklagender Heulton auf, der das Stimmgewirr der Reisenden, die sich eines Taxis zu bemächtigen versuchten, bevor sie an der Reihe waren, teils untermalte, teils übertönte. Als das Taxi die Straße erreicht hatte und kurz anhielt, bevor es in den Verkehr einscherte, brausten drei Streifenwagen und zwei geschlossene Mannschaftswagen durch das Einfahrtstor und stoppten vor dem Haupteingang des Bahnhofs. Na, die Brüder sind ja wieder ganz schön in Fahrt heute Abend, sagte der Taxifahrer. Wohin soll's denn gehen, Monsieur Labbé? Der Geistliche nannte ihm die Adresse eines kleinen Hotels am Quai des Grands Augustins. Um 21 Uhr war Claude Lebel wieder in seinem Büro, wo er einen Zettel mit der Nachricht vorfand, dass Kommissar Valentin vom Kommissariat in Tüll um seinen Rückruf bette. In fünf Minuten war die Verbindung hergestellt. Während Valentin berichtete, machte sich Lebel Notizen. Haben Sie Fingerabdrücke am Wagen abgenommen? fragte er. Selbstverständlich, auch im Schloss, in dem Zimmer, hunderte von Abdrücken, alle übereinstimmend. Schaffen Sie sie so rasch wie möglich her. Wird gemacht. Wollen Sie, dass ich ihn auch den CAS-Mann vom Bahnhof in Tüll hinaufschicke? Nein, nicht nötig. Mehr, als er uns bereits gesagt hat, wird er ohnehin nicht zu berichten haben. Vielen Dank für alles, Valentin. Sie können Ihre Leute nach Hause schicken, er ist jetzt in unserem Bereich. Wir werden die Sache von hier aus handhaben. Sind Sie sicher, dass es der dänische Geistliche ist? fragte Valentin. Es könnte auch eine zufällige Übereinstimmung sein. Nein, sagte Lebel, er ist es, verlassen Sie sich darauf. Er hat einen seiner Koffer weggeworfen. Wahrscheinlich werden Sie ihn irgendwo zwischen Laot-Chalonniere und Tüll auffinden. Achten Sie besonders auf die Flüsse und die Schluchten. Aber die anderen drei Gepäckstücke stimmen allzu genau mit der Beschreibung überein. Er ist es garantiert. Ein Pfaffer also diesmal, bemerkte er bitter zu Caron, als er den Hörer aufgelegt hatte. Ein dänischer Geistlicher. Name unbekannt, der CAS-Mann konnte sich nicht mehr erinnern, was im Pass stand. Der menschliche Faktor, immer wieder der menschliche Faktor. Ein Gärtner ist zu ängstlich, um nachzusehen, warum seine Arbeitgeberin sechs Stunden verschläft. Ein Polizeibeamter weiß nicht mehr, auf welchen Namen ein Pass ausgestellt war. Eins kann ich Ihnen sagen, Lucien, dies ist mein letzter Fall. Ich werde alt, alt und langsam. Lassen Sie meinen Wagen vorfahren, ja? Es ist mal wieder Zeit für die Abendvorstellung. Die Besprechung im Ministerium verlief in einer gespannten, ja gereizten Atmosphäre. Vierzig Minuten lang lauschten die Konferenzteilnehmer Libelles Bericht. Kurz und gut, erklärte Saint-Claire eisig, als Libell geendet hatte. Der Killer ist jetzt in Paris, unter einem neuen Namen und mit einem neuen Gesicht. Sie scheinen wiederum versagt zu haben, mein lieber Kommissar. Heben wir uns die gegenseitigen Anschuldigungen und Vorwürfe verspäte auf, meine Herren, schaltete sich der Minister ein. Wie viele Dänen übernachten heute in Paris? Vermutlich einige Jahrhundert, Monsieur le Ministre. Können wir sie überprüfen? Erst morgen früh, wenn die Meldeformulare in die Präfektur gebracht werden, antwortete Libelles. Ich werde veranlassen, dass jedes Hotel um Mitternacht, um zwei und um vier Uhr morgens kontrolliert wird, erklärte der Polizeipräfekt. Als Beruf wird er in der entsprechenden Spalte Pasto angeben müssen, wenn er den Hotel Brotier nicht misstrauisch machen will. Die Minden der Konferenzteilnehmer hältten sich auf. Er wird vermutlich einen Schal über seinen Priester Kragen tragen oder ihn abnehmen und sich als Mister Sohn zu eintragen, bemerkte Libell. Mehrere Herren bedachten ihn mit ärgerlichen Blicken. Angesichts dieser Situation scheint nur eines noch übrig zu bleiben, meine Herren, sagte der Minister. Ich werde den Präsidenten um eine weitere Unterredung ersuchen und ihn dringend bitten, jedwedes Erscheinen inzwischen wird morgen in aller Frühe jeder in Paris registrierte Däne persönlich überprüft werden. Kann ich mich was das betrifft auf Sie verlassen, Kommissar? Und Sie, Monsieur le Préfet de Police? Libell und Papon nickten. Das wäre dann wohl alles, meine Herren. Was mich wirklich ärgert, sagte Libell, als er wieder in seinem Büro war zu Garant, ist, dass sie nicht von der Meinung abzubringen sind, es läge alles bloß an seinem Glück und an unserer Dummheit. Nun ja, Glück hat er in der Tat gehabt, aber er ist auch teuflisch schlau. Und wir haben viel Pech gehabt und auch manchen Fehler gemacht, ich habe sie gemacht. Aber da ist noch etwas. Zweimal haben wir ihn nur um Stunden verfehlt. Einmal ist er uns im letzten Augenblick entwischt. Jetzt bringt er seine Geliebte um und verschwindet aus dem Schloss. Und beinemale hatte ich am Abend zuvor den Teilnehmer der Besprechung im Ministerium erklärt, wir hätten ihn so gut wie gefasst und mit seiner Verhaftung könne innerhalb der nächsten zwölf Stunden gerechnet werden. Lucien, mein Lieber, ich glaube, ich komme nicht drumherum von meinen uneingeschränkten Machtbefugnissen Gebrauch zu machen und einen kleinen Telefonabhördienst einzurichten. Er lehnte sich ans Fensterbrett und blickte über die gemächlich dahinfließende Seine hinweg zum Quartier Latins hinüber, dessen strahlende Lichter sich im Wasser spielten. 300 Meter von ihm entfernt stand ein anderer Mann am offenen Fenster und starrte nachdenklich in die sommerliche Nacht hinaus und zu dem wuchtigen Gebäudekomplex der Police Judiciaire hinüber, der sich vor den angestrahlten Türmen von Notre-Dame dunkel abzeichnete. Der Mann trug schwarze Beinkleider und Schuhe sowie einen seigenen Rollkragenpullover, der sein darunter befindliches weißes Hemd und das schwarze Plastron bedeckte. Er rauchte eine englische King-size Filter Zigarette und sein junges Gesicht kontrastierte auffallend mit dem eisgrauen Haarschopf, der es kränkte. Während die beiden Männer einander über das Wasser der Seine hinweg nichts an und an blickten, begannen die Pariser Kirchenglocken den 22. August einzuleuten. Das Ende Claude Lebel verbrachte eine schlechte Nacht. Gegen halb zwei, er war gerade eingeschlafen, rüttelte Caron ihn wach. Entschuldigen Sie, Chef, aber mir kommt gerade eine Idee. Dieser Schakal, also der hat doch einen dänischen Pass, nicht wahr? Lebel nickte. Nun, den muss er schließlich von irgendwoher bekommen haben. Entweder ist er gefälscht oder er hat ihn gestohlen. Und da der Gebrauch dieses Passes für ihn mit einem Wechsel der Haarfarbe verbunden war, scheint er ihn gestohlen zu haben. Lässt sich hören, weiter. Und was macht ein Däne, wenn ihm sein Pass abhanden gekommen oder gestohlen worden ist? Ganz klar, er geht auf sein Konsulat. Lebel schlug die Decke zurück und stand vom Feldbett auf. Manchmal, mein lieber Lucien, habe ich das Gefühl, dass Sie es noch weit bringen werden. Verbinden Sie mich mit Superintendent Thomas in seiner Privatwohnung und dann mit dem dänischen Generalkonsul in Paris, in dieser Reihenfolge. Die nächste Stunde verbrachte er damit, beide Herren telefonisch dazu zu überreden, aufzustehen und sich in ihre diesbezüglichen Büros zu begeben. Er selbst legte sich gegen drei Uhr morgens wieder aufs Feldbett. Um vier weckte ihn ein Anruf der Polizeipräfektur, der ihn davon unterrichtete, dass mehr als 980 von dänischen Besuchern ausgefüllte Meldeformulare um Mitternacht und um zwei Uhr morgens eingesammelt worden waren und gegenwärtig nach den Gesichtspunkten dringend verdächtig, verdächtig und sonstige sortiert wurden. Um sechs, er war noch immer wach und trank gerade Kaffee, um es auch zu bleiben, riefen die Fernmeldeingenieure von der DST an, denen er kurz nach Mitternacht seine Weisungen enthalten hatte. Ein Gesprächs war von ihnen abgehört worden. Er nahm einen Wagen und fuhr mit Caron durch die frühmorgendlichen Straßen ins Hauptquartier der DST. In einem im Keller des Gebäudes untergebrachten Fernmeldelabor hörten sie sich eine Bandaufnahme an. Sie begann mit einem lauten Klicken, dem eine Anzahl schwirrender Geräusche, die klangen als wähle jemand eine siebenstellige Nummer, dann der Summton der Telefonklingel und schließlich das Klicken, mit dem der Hörer abgenommen wurde, folgten. Eine heisere Stimme sagte, Hallo? Eine weibliche Stimme sagte, Is sie Jacqueline? Die Männerstimme antwortete, Is sie Valmy? Die Frau sagte, Sie wissen, dass er als dänischer Geistlicher getarnt ist. Sie überprüfen im Lauf der Nacht die Meldeformulare aller Dänen und sammeln die Anmeldungen um zwölf, zwei und vier Uhr in den Hotels ein. Anschließend werden sie jeden einzelnen Dänen vernehmen. Ein paar Sekunden herrschte Schweigen. Dann sagte der Mann, Merci. Er hängte ein und die Frau ebenfalls. Die Bell starrte auf die langsam rotierende Bandspule. Sie wissen die Nummer, die sie angerufen hat? fragte er den Ingenieur. Ja, wir können es aufgrund der Zeit errechnen, welche die Wählscheibe braucht, um sich auf Null zurückzudrehen. Die Nummer war Molitor 5901. Haben Sie die Adresse? Der Mann reichte ihm einen Zettel. Die Bell warf einen Blick darauf. Kommen Sie, Lucien. Wir wollen Monsieur Valmy einen Besuch abstatten. Um sieben Uhr pochte es an die Wohnungstür. Der Schulmeister kochte sich gerade einen Kaffee. Er runzelte die Stirn, drehte die Gasflamme kleiner und ging quer durchs Wohnzimmer zur Tür, um zu öffnen. Vier Männer standen ihm gegenüber. Er wusste, wer sie waren und was sie wollten, ohne dass man es ihm hätte sagen müssen. Die beiden Polizisten in Uniform sahen aus, als würden sie sich gleich auf ihn stürzen, aber der freundlich dreinblickende kleine Mann bedeutete ihnen mit einem Wink sich nicht einzumischen. Wir haben ihr Telefon abgehört, sagte er. Sie sind Valmy. Dem Schulmeister war keinerlei Gefühlsregung anzumerken. Er wich einen Schritt zurück und ließ die vier eintreten. Darf ich mich anziehen? fragte er. Ja, selbstverständlich. Er brauchte nur wenige Minuten, um sich unter den Augen der beiden uniformierten Polizeibeamten Hemd und Hose überzuziehen. Den Pyjama hatte er darunter anbehalten. Der junge Beamte in Zivil war im Türrahmen stehen geblieben, während der ältere in der Wohnung umherging und die überall aufgeschichteten Stöße von Büchern und Zeitschrift in Augenschein nahm. Es wird eine Ewigkeit dauern, bis all dies hier durchgesehen und aufgenommen ist, Lucien, sagte er. Der junge Mann im Türrahmen nickte. Ist Gott sei Dank nicht Sache unsere Abteilung. Sind Sie soweit? fragte der kleine Mann den Schulmeister. Ja. Dann bringen Sie ihn zum Wagen hinunter. Der Kommissar blieb allein in der Wohnung zurück, nachdem Valmy abgeführt worden war und blätterte in den Papieren, an denen der Schulmeister offenbar am Abend zuvor gearbeitet hatte. Es waren jedoch alles korrigierte Schulaufgaben. Der Mann schien vorwiegend von zu Hause aus operiert zu haben. Er würde den ganzen Tag in der Wohnung verbleiben müssen, um das Telefon zu bedienen, falls der Schakal sich meldete. Es war zehn Minuten nach sieben, als es klingelte. Lebell starrte den Apparat ein paar Sekunden lang unschlüssig an. Dann streckte er die Hand aus und nahm den Hörer ab. Hallo? Isi Schakal? Lebell überlegte verzweifelt. Isi Valmi, sagte er. Es entstand eine Pause. Ihm fiel nichts ein, was er sonst noch hätte sagen können. Was gibt es Neues? fragte die Stimme am anderen Ende der Leitung. Nichts. Sie Seine Stirn hatte sich mit feinem Schweiß bedeckt. Alles hing davon ab, dass der Mann noch ein paar Stunden länger dort blieb, wo er jetzt war. Es klickte in der Leitung und dann war nichts mehr zu hören. Lebell legte den Hörer auf und rannte die Treppe hinunter zum Wagen, der vor dem Haus auf ihn wartete. Zurück in mein Büro, rief er dem Fahrer zu. Der Schakal stand in der Telefonzelle im Foyer eines kleinen Hotels am Seineufer und starrte konsterniert durchs Glasfenster hinaus. Nichts? Sie mussten die Leiche im Schloss entdeckt und den verschwundenen Renault aufgefunden haben. Sie mussten. Er verließ die Telefonzelle und durchquerte mit langen Schritten das Foyer. Meine Rechnung bitte, rief er dem Empfangschef im Vorbeigehen zu. Ich bin in fünf Minuten wieder unten. Der Anruf von Superintendent Thomas kam um sieben Uhr dreißig, als Lebell gerade sein Büro betrat. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, sagte der britische Detektiv. Ich habe Stunden gebraucht, um die dänischen Konsularbeamten wach zu kriegen und dazu zu bewegen, in ihr Büro zurückzukehren. Sie hatten vollkommen recht. Am 14. Juli hat ein dänischer Pastor den Verlust seines Passes gemeldet. Er vermutete, dass er ihm aus seinem Hotelzimmer im Londoner West entgestohlen wurde, konnte es aber nicht beweisen. Zur Erleichterung des Hotelmanagers hat er keine Beschwerde eingelegt. Name Pastor Per Jensen, wohnhaft in Kopenhagen. Personenbeschreibung 1,80 groß, Augenblau, Haargrau. Das ist er. Danke, Superintendent. Die Bell hängte ein. Verbinden Sie mich mit der Präfektur, rief er Caron zu. Um 8.30 hielten vier geschlossene Mannschaftswagen vor dem Hotel am Quai de Grand Augusta. Die Polizeibeamten durchstöberten Zimmer 37, bis es aussah, als sei es von einem Typhoon verwüstet worden. Tut mir leid, Monsieur le commissaire, erklärte der Besitzer dem übernächtigt aussehenden Detektiv, die Razzia leitete. Pastor Jensen ist vor einer Stunde abgereist. Der Schakal hat ein Taxi angehalten und sich zur Gardos der Litz, an der er gestern angekommen war, zurückfahren lassen, weil sich die Suche nach ihm inzwischen auf einen anderen Stadtteil konzentriert haben würde. Er gab den Koffer, in dem sich das Gewehr, der Militärmantel und die anderen Bekleidungsstücke des fiktiven Franzosen André Martin Befanden in der Gepäckaufbewahrung ab und behielt lediglich den Koffer mit der Kleidung und den Papieren des amerikanischen Studenten Marty Schuberg sowie die Reisetasche, in die er die zum Make-up benötigten Artikel gesteckt hatte, bei sich. Mit diesen beiden Gepäckstücken und noch immer im schwarzen Anzug, unter dem er jedoch einen Rollkragenpullover trug, der den steifen weißen Kragen und das schwarze Plastron verdeckte, betrat er ein schäbiges kleines Hotel gleich um die Ecke vom Bahnhof. Der Portier ließ ihn das Meldeformular selbst ausfüllen und war zu träge, die Eintragung, wie es die Vorschrift bestimmte, mit den Angaben im Pass zu vergleichen. Oben in seinem Zimmer begann der Schakal sofort, sich Gesicht und Haare herzurichten. Der graue Farbton wurde mit Hilfe eines Lösemittels herausgewaschen und das jetzt wie der blonde Haar kastanienbraun gefärbt. Die blauen Kontaktlinsen brauchten nicht entfernt zu werden, aber die goldgerenderte Brille wurde durch eine schwere Hornbrille ersetzt. Die schwarzen Schuhe, die Socken, das Hemd, das Plastron und der Anzug des Geistlichen wanderten zusammen mit dem Pass von Pastor Jensen aus Kopenhagen in den Koffer. Stattdessen zog er die Socken, die Jeans, das T-Shirt, die Sneakers und die Windjacke des amerikanischen College Boys aus Syracuse im Stadt New York an. 年前 ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Er nahm ein Taxi, ließ sich zur Ecke des Boulevards Saint-Michel und der Rue de la Uchette fahren und tauchte in den engen Gassen des vorwiegend von Studenten und anderen jungen Leuten bewohnten Quartier Latins unter. Als er in einer verrauchten Gastwirtschaft an einem der hinteren Tische Platz gefunden hatte, um ein billiges Mittagessen einzunehmen, begann er sich zu fragen, wo er die Nacht verbringen würde. Er bezweifelte nicht, dass seine Rolle als Pastor Jensen von Lebel inzwischen aufgedeckt worden war und gab Marty Schuberg nicht mehr als vierundzwanzig Stunden. Verfluchter Hund, dieser Lebel, dachte er wütend. Lächelte jedoch sofort, als die Kellnerin ihm strahlend die Karte rechte. Danke, Honey. Um zehn Uhr setzte sich Lebel nochmals mit Thomas in Verbindung. Seine Bitte entlockte diesem ein leises Stöhnen, aber er gab die Zusage, dass er alles tun würde, was in seiner Macht stünde. Als das Gespräch beendet war, bestellte Thomas den dienstältesten Inspektor, der in der vergangenen Woche in die Fahndung eingeschaltet gewesen war, zu sich. Setzen Sie sich, sagte er. Die Franzmänner haben sich nochmals gemeldet. Er scheint ihnen wiederum entwischt zu sein. Jetzt ist er irgendwo in Paris und sie befürchten, dass er eine weitere falsche Identität parat hat. Wir beide werden der Reihe nach alle hiesigen Konsulate anrufen und um eine Liste sämtlicher Pässe bitten, die seit dem 1. Juli von Ausländern als verloren oder gestohlen gemeldet wurden. Die Konsulate afrikanischer und asiatischer Staaten können sie auslassen. Beschränken Sie sich auf die europäischen und amerikanischen Länder und nehmen Sie noch Australien und Südafrika hinzu. In jedem einzelnen Fall muss die Körpergröße des Passinhabers aufgenommen werden. Alle Männer über 1,70 sind verdächtig. Los geht's. Die tägliche Besprechung im Ministerium war auf 14 Uhr vorverlegt worden. Lebel erstattete wie immer in seiner nüchternen, monotonen Weise Bericht. Die Reaktion der Konferenzteilnehmer war alles andere als freundlich. Verflucht, rief der Minister mitten im Vortrag aus. Der Hund hat aber auch wirklich teuflisches Glück. Nein, Monsieur le Ministre, das hat nichts mit Glück zu tun. Oder doch nur sehr wenig. Er ist laufend über unsere Maßnahmen informiert worden, in jeder Phase. Das ist auch der Grund, weshalb er Gab in solche Eile verlassen hat und sich nach dem Mord an der Frau in La Otchalonier gerade noch rechtzeitig, bevor das Netz sich um ihn zusammenzog, aus dem Staub machen konnte. Abend für Abend habe ich in diesem Kreis über den jeweiligen Stand der Ermittlungen referiert. Dreimal standen wir kurz davor, ihn zu fassen. Heute Morgen war es die Verhaftung Valmies und meine Unfähigkeit, Valmies Stimme am Telefon zu imitieren, die ihn veranlasse, das Hotel überstürzt zu verlassen und eine andere Identität anzunehmen. Aber in den beiden anderen Fällen ist er am frühen Morgen, nachdem ich dieser Versammlung Bericht erstattet hatte, gewarnt worden. Eisiges Schweigen herrschte in dem Konferenzzimmer. Ich glaube, mich zu erinnern, bemerkte der Minister schließlich in spürbar befremdetem Tonfall, dass sie schon einmal etwas derartiges erwähnten. Ich hoffe, Sie können das begründen, Kommissar. Statt zu antworten, stellte Libelle ein batteriebetriebenes Tonbandgerät auf den Tisch und betätigte den Startknopf. In dem Schweigen, das im Konferenzraum herrschte, klangen die Stimmen der mitgeschnittenen telefonischen Unterhaltung metallisch und harsch. Als das Gespräch beendet war, starten alle Konferenzteilnehmer das auf dem Tisch stehende Gerät an. Aubert Saint-Claire war aschgrau geworden, und seine Hände zitterten leicht, als er seine Papiere zusammenraffte. »Wessen Stimme war das?«, fragte der Minister schließlich. Libelle schwieg. Saint-Claire erhob sich zögernd, und alle Blicke richteten sich auf ihn. »Ich bedauere, Ihnen sagen zu müssen, Monsieur le Ministre, dass es die Stimme einer Freundin von mir war. Sie wohnt gegenwärtig bei mir. Verzeihen Sie.« Er verließ das Konferenzzimmer, um in den Élysée-Palast zurückzukehren und seinen Abschied einzureichen. Rings um den Tisch starrten die Zurückgebliebenen auf ihre Hände. »Als dann, Kommissar«, ließ sich die jetzt wieder ganz ruhige Stimme des Ministers vernehmen, »fahren Sie bitte fort.« Libelle berichtete weiter und erwähnte seine an Superintendent Thomas in London gerichtete Bitte, jeden dort in den letzten fünfzig Tagen gemeldeten Passdiebstahl oder Verlust zu überprüfen. »Ich hoffe«, schloss er, »noch heute Abend eine kurze Liste mit vermutlich nicht mehr als zwei, drei Fällen zu erhalten, die auf die Beschreibung passen, welche wir vom Schakal haben. Sobald ich sie in Händen halte, werde ich die Behörden der Heimatländer dieser Touristen, denen in London der Pass abhandengekommen ist, um Fotos der Betreffenden bitten. Denn wir können sicher sein, dass der Schakal inzwischen nicht mehr wie Cawthrop oder Duggan oder Jensen aussieht, sondern so, wie es eine neue Identität erfordert. Wenn alles klappt, habe ich morgen Mittag die Fotos. »Ich meinerseits«, sagte der Minister, »kann Ihnen von der Unterredung berichten, die ich mit Präsident de Gaulle hatte. Er hat sich rundheraus geweigert, von seinem Programm für die nächsten Tage auch nur im Geringsten abzugehen und sich auf diese Weise der Gefahr, die ihm droht, zu entziehen. Das war, ehrlich gesagt, kaum eines zu erwarten. In einem Punkt habe ich den Staatspräsidenten jedoch zu einer Konzession bewegen können. Das strikte Gebot der Geheimhaltung wurde, zumindest in dieser Hinsicht, aufgehoben. Der Schakal ist jetzt ein regulärer Mörder. Er hat die Barone de la Chalonière bei einem Einbruch, der ihrem Schmuck galt, auf ihrem Schloss umgebracht. Es wird vermutet, der sei nach Paris geflohen ist und sich dort verborgen hält. Haben wir uns verstanden, meine Herren? Das ist es, was wir der Presse gegenüber rechtzeitig zur Veröffentlichung in den Nachmittagsblättern, zumindest aber den Spätausgaben verlautbaren werden. Sie, Kommissar, sind ermächtigt, die Presse, sobald sie sich, was seine neue Identität oder die Wahl zwischen zwei, drei möglichen Identitäten betrifft, mit denen er sich jetzt tankt, ganz sicher sind, diesen Namen oder diese Namen zu nennen. Das ermöglicht es, den Morgenblättern die Story mit einem neuen Aufhänger zu aktualisieren. Also, das wäre es dann für heute. Kommissar Lebel, alles, was wir von Ihnen wollen, ist ein Name, eine Personenbeschreibung und eine Fotografie. Danach gebe ich ihm höchstens noch sechs Stunden, die er auf freiem Fuß ist. Genau genommen haben wir noch drei Tage, sagte Lebel, der längere Zeit Gedanken verloren aus dem Fenster gestarrt hatte. Seine Zuhörer schauten ihn perplex an. Woher wollen Sie das wissen? fragte Max Fernet. Lebel blinzelte mehrmals ganz rasch. Ich muss um Entschuldigung bitten. Es war schon sehr dumm von mir, das nicht eher zu erkennen. Seit einer Woche ist mir klar, dass der Schakal einen Plan besitzt und den Tag für die Ermordung des Präsidenten längst bestimmt hat. Warum hat er sich, als er Gap verließ, nicht sofort als Pastor Jensen verkleidet? Warum ist er nicht nach Valence gefahren und hat gleich den Expresszug nach Paris genommen? Warum hat er sich, nachdem er nach Frankreich eingereist war, noch eine ganze Woche lang die Zeit vertrieben? Nun, warum? fragte jemand. Weil er sich für einen bestimmten Tag entschieden hat, sagte Lebel. Er weiß, wann er losschlagen wird. Kommissar Ducré, hat der Präsident heute, morgen oder am Samstag irgendwelche Verpflichtungen außerhalb des Palastes? Ducré schüttelte den Kopf. Und was ist für Sonntag, den 25. August, vorgesehen? fragte Lebel. Rund um den langen Tisch war ein Seufzen vernehmbar, das klang, als sei ein Windstoß in ein Getreidefeld gefahren. Der Befreiungstag natürlich, rief der Minister aus. Genau, sagte Lebel. Er ist wahrhaftig kein schlechter Psychologe, unser Schakal. Er weiß, dass es einen Tag im Jahr gibt, den General de Gaulle niemals irgendwo anders als in Paris verbringen wird. Es ist sozusagen sein großer Tag. Und dieser Tag ist es, auf den der Mörder gewartet hat. In dem Fall, erklärte der Minister zuversichtlich, haben wir ihn. Ohne seine Informationsquelle findet er keinen Winkel in ganz Paris, wo er sich verstecken könnte. Keine Gemeinschaft von Paris, die ihm, und sei es unwissentlich, Unterschlupf und Schutz gewähren würde. Wir haben ihn. Kommissar Lebel, nennen Sie uns den Namen dieses Mannes. Claude Lebel stand auf und ging zur Tür. Die anderen erhoben sich ebenfalls und waren im Begriff, sich zum Essen zu begeben. Oh, ähm, sagen Sie mir doch eines, rief der Minister Lebel nach. Wie sind Sie eigentlich darauf gekommen, das Telefon in Oberst St. Claires Privatwohnung abzuhören? Ich bin nicht darauf gekommen, sagte er, und habe deswegen gestern Nacht bei Ihnen allen das Telefon anzapfen lassen. Guten Tag, meine Herren. Am gleichen Nachmittag um fünf Uhr kam dem Schakal, als er, eine dunkle Brille, wie sie hier jedermann trug, vor den Augen, bei einem Glas Bier auf einer Café-Terrasse an der Place de L'Odéon saß die rettende Idee. Er verdankte sie dem Anblick zweier Männer, die auf dem Bürgersteig vorbeischlenderten. Er zahlte sein Bier, stand auf und ging. Hundert Meter weiter fand er, was er suchte. Ein Schönheitssalon für Damen. Er betrat den Laden und tätigte ein paar Einkäufe. Es war zwanzig Uhr, als Lebel der Anruf aus London durchgestellt wurde. Superintendent Thomas' Stimme klang müde. Es war kein leichter Tag für ihn gewesen. Einige Konsulate hatten sich entgegenkommend gezeigt, andere in der Zusammenarbeit als ungemein schwierig erwiesen. Von Frauen, Schwarzen, Asiaten und Männern unter 1,70 abgesehen, waren in den letzten fünfzig Tagen insgesamt acht ausländischen Touristen die Pässe in London abhandengekommen oder gestohlen worden, berichtete er. Sorgfältig hatte er sich die Namen, die Passnummern und Personenbeschreibungen der Betreffenden notiert. »Lassen Sie uns zunächst diejenigen eliminieren, die nicht in Frage kommen«, schlug er Lebel vor. »Drei haben ihren Pass zu einem Zeitpunkt verloren, zu dem der Schakal alias Duggan nachweislich nicht in London war. Wir haben Flugbuchungen und Schiffspassagen ebenfalls bis zum 1. Juli anschließlich überprüft. Offenbar ist er am 18. Juli mit der Abendmaschine nach Kopenhagen geflogen. Laut BEA hat er in Brüssel an ihrem Schalter für ein Ticket bar gezahlt und am 6. August abends die Maschine zurück nach England genommen. »Ja, das dürfte stimmen«, sagte Lebel. »Wir haben festgestellt, dass er auf dieser Reise auch in Paris gewesen ist, vom 22. bis zum 31. Juli. »Als er weg war«, sagte Thomas, »sind also drei Pässe gestohlen oder verloren worden. Die können wir ausschließen, ja?« »Ja«, sagte Lebel. »Von den übrigen fünf Passinhabern ist eine extrem groß, mehr als sechs Fuß sechs Zoll, das heißt also in ihrer Sprache über zwei Meter. Abgesehen davon ist der Italiener und seine Größe daheim Pass in Zentimetern angegeben. Jeder französische Zollbeamte würde es lesen können und den Unterschied sofort bemerken, es sei denn, der Schakal ginge auf Stelzen. »Sie haben recht, das muss ja ein Riese gewesen sein. Der Mann kommt nicht in Frage. Was ist mit den anderen vier?« »Tja, der eine ist enorm dick, wiegt 242 Pfund, fast zweieinhalb Zentner also. Der Schakal müsste seinen Anzug so auswartieren, dass er kaum noch darin gehen könnte.« »Kann also ebenfalls ausgeschlossen werden«, sagte Lebel. »Wer sonst noch?« »Einer ist Norweger, der andere Amerikaner«, sagte Thomas. Auf beide passt die Beschreibung. Hochgewachsen, breitschültrig, zwischen zwanzig und fünfzig. Zwei Dinge sprechen dagegen, dass der Norweger ihr Mann sein könnte. Zum einen ist er blond, und ich glaube nicht, dass der Schakal, nachdem er als Duggan aufgeflogen ist, zu seiner eigenen Haarfarbe zurückkehren würde. Damit sähe er Duggan allzu ähnlich. Zum anderen hat der Norweger seinem Konsul gemeldet, der Pass müsse ihm abhandengekommen sein, als er bei einer Bootsfahrt mit seiner Freundin auf dem Serpentine-Teich im Hyde Park in voller Kleidung ins Wasser gefallen sei. Er schwört, dass der Pass in seiner Brusttasche gesteckt habe, als er hineinfiel und nicht mehr drin war, als er 15 Minuten später an Land kletterte. Der Amerikaner dagegen hat gegenüber der Polizei im Londoner Flughafen unter Eid erklärt, dass ihm seine Reisetasche mit dem darin befindlichen Pass gestohlen wurde, als er in der Haupthalle nur einmal kurz in eine andere Richtung schaute. Was meinen Sie? »Schicken Sie mir rasch alle Angaben über den Amerikaner. Ich lasse mir sein Foto vom Passamt in Washington kommen. Und seien Sie nochmals für Ihre Unterstützung bedankt.« Am gleichen Tag fand abends um 10 Uhr eine zweite Sitzung statt. Es war die bisher kürzeste. Eine Stunde zuvor hatten alle Abteilungen des Staatssicherheitsapparates bereits Fotokopien mit der genauen Personenbeschreibung des wegen Mordes gesuchten Amerikaners Marty Schuberg erhalten. Eine Fotografie hoffte man noch vor dem nächsten Morgen zu erhalten, rechtzeitig für die ersten Ausgaben der Abendblätter, die um 10 Uhr vormittags an den Kiosken erschienen. Der Minister erhob sich. Meine Herren, als wir uns das erste Mal hier zusammensetzten, schlossen wir uns Kommissar Bouviers Auffassung an, dass die Identifizierung des unter dem Decknamen der Schakal bekannten Mörders im Wesentlichen die Aufgabe eines Detektivs sei. In der Rückschau erweist sich nur, wie richtig diese Einschätzung gewesen war. Wir können von Glück sagen, dass wir in den vergangenen 10 Tagen über die Dienste Kommissar Lebelz verfügten. Ungeachtet des dreimaligen Wechsels der Identität des Mörders, von Cawthrope zu Duggan, von Duggan zu Jensen und von Jensen zu Schuberg, und trotz des fortgesetzten Geheimnisverrats, der in diesem Raum seinen Ausgang nahm, ist es gelungen, den gesuchten Mann zu identifizieren und ihn innerhalb der Stadtkanzel von Paris zu lokalisieren. Wir schulden ihm Dank. Er verneigte sich leicht vor Lebel, der verlegend reinblickte. Jetzt aber, fuhr der Minister fort, ist die Reihe an uns. Wir wissen seinen Namen, haben seine Personenbeschreibung und seine Passnummer sowie seine Nationalität sind uns ebenfalls bekannt. In wenigen Stunden werden wir auch sein Foto haben. Ich bin zuversichtlich, dass wir den Mann mit Hilfe der Ihnen zur Verfügung stehenden Mittel und Kräfte rasch fassen. Schon jetzt ist jeder Polizeibeamt in Paris, jeder CAS-Mann und jeder Detektiv unterrichtet. Noch vor dem Morgengrauen, spätestens aber ab morgen Mittag, wird der Gesuchte sich nirgendwo mehr verborgen halten können. Und nun lassen Sie mich Ihnen nochmals danken, Kommissar Lebel, und Sie von der schweren Bürde befreien, die Ihnen mit dieser Ermittlung auferlegt war. In den kommenden Stunden werden wir nicht mehr auf Ihre unschätzbare Hilfe angewiesen sein. Ihre Arbeit ist getan und gut getan. Ich danke Ihnen. Er wartete geduldig. Lebel blinzelte rasch ein paar Mal und stand auf. Er nickte der Versammlung mächtiger Männer, die über Tausende von Untergebenen und Millionen Francs zu bestimmen hatten, kurz zu. Sie erwiderten seinen Gruß mit einem freundlichen Lächeln. Er wandte sich um und verließ den Raum. Zum ersten Mal seit zehn Tagen ging Kommissar Lebel zum Schlafen nach Hause. Als er den Schlüssel ins Schloss steckte und von seiner Frau die ersten Vorwürfe zu hören bekam, schlug es Mitternacht, und der 23. August war gekommen. Eine Stunde vor Mitternacht betrat der Schakal die Bar. Sie war so dunkel, dass er ein paar Sekunden lang weder die Ausmaße noch die Form des Raums abzuschätzen vermochte. Linke Hand erstreckte sich die Theke vor einer erleuchteten Reihe von Spiegeln und Flaschen. Als die Tür sich hinter ihm schloss, starrte ihn der Barmixer mit unverholener Neugier an. Die Unterhaltung an den Tischen nahe der Tür war verstummt, während die Gäste den Schakal musterten, und die plötzliche Stille dehnte sich rasch bis in die Tiefe des Raums aus, als den etwas weiter entfernt sitzenden Kunden die Blicke ihrer Begleiter auffielen und sie sich ihrerseits umdrehten, um die athletische Gestalt an der Tür in Augenschein zu nehmen. Ein paar geflüsterte Bemerkungen wurden ausgetauscht. Hier und dort war kokettes Kichern und leises Lachen vernehmbar. Der Schakal erspähte einen freien Barhocker und drängte sich zwischen der Theke zur Linken und der Reihe kleiner Tische zur Rechten hindurch, um darauf Platz zu nehmen. Das erregte Getuschel in seinem Rücken entging ihm nicht. »Oh, Rugal Mursa, diese Muskeln. Darüber könnte ich glatt den Verstand verlieren.« Der Barmixer eilte vom anderen Ende der Theke herbei, um seine Order entgegenzunehmen und ihn näher betrachten zu können. Seine karminroten Lippen verzogen sich zu einem koketten Lächeln. »Bonsoir, Monsieur.« Hinter dem Schakal wurde mehrstimmiges Prusten und Kichern laut. »Donne-moi un Scotch.« Der Barmixer tänzelte entzückt davon. »Ein Mann, ein Mann, ein echter Mann. Oh, was für ein tolles Gerangel das heute Abend noch geben würde. Er konnte die Petite voll im hinteren Raum der Bar bereits ihre Krallen schärfen sehen. Die meisten warteten auf ihre festen Freier, aber einige waren nicht verabredet und daher noch zu haben. »Dieser neue Junge würde gewiss Furore machen«, dachte der Barmixer. Der Schakal hatte seine Windjacke ausgezogen und als er jetzt nach dem Drink griff, den ihm der Barmixer servierte, spielte seine Schulter- und Rückenmuskulatur unter dem engen T-Shirt. Kurz vor Mitternacht begannen die Freier aufzukreuzen. Sie nahmen an den hinteren Tischen Platz, musterten die Umsitzenden und winkten wiederholt den Barmixer zu sich heran, um sich flüstern mit ihm zu bereiten. Der Schakal traf seine Wahl kurz nach Mitternacht. Zwei der Männer im hinteren Teil der Bar schauten seit einiger Zeit zu ihm herüber. Sie saßen an verschiedenen Tischen und warfen einander zwischendurch giftige Blicke zu. Beide waren sie mittleren Alters. Der eine war feist und hatte winzig kleine, in konzentrische Fettpolster gebettete Augen und Speckfalten im Nacken, die ihm über den Kragen quollen. Der andere war dürr, wirkte elegant, hatte den Hals eines Geiers und eine ausgedehnte Glatze unter den quer über den Schädel geklebten, spärlichen Haarsträhnen. Er trug einen vorzüglich geschneiderten Anzug mit engen Hosenbeinen und einer Jacke, aus deren Ärmelspitzen besetzte Manschetten hervorschauten. Um den Geierhals hatte er ein locker geknotetes Foulartuch geschlungen. Wird sicher was mit Kunst, mit Mode oder Haarmode zu tun haben, schätzte der Schakal. Der Schakal nahm sein Glas, verließ seinen Platz an der Bar und schlenderte zu dem alten Bo hinüber. »Erlauben Sie, dass ich mich zu Ihnen setze?«, fragte er. »Man belästigt mich.« Der Kunstvollhergerichtete fühlte sich so geschmeichelt, dass ihm fast die Sinne zu schwinden drohten. Der Schakal und sein Begleiter verließen die Bar nach ein Uhr. Ein paar Minuten zuvor hatte der besorgte väterliche Freund, dessen Name Jules Bernard war, seinen Schützling gefragt, wo er wohne, und dieser ihm verschämt gestanden, dass er keine Unterkunft habe und überdies völlig pleite sei. Was Bernard betraf, so wagte er seinem Glück kaum zu trauen. »Das treffe sich gut«, erklärte er seinem jungen Freund. Er nämlich besäß eine schöne Wohnung, hübsch eingerichtet und wundervoll ruhig gelegen. Er lebe allein, niemand störe seinen Frieden, und mit den Nachbarn im Haus vermeide er jeden Kontakt, denn er habe in dieser Beziehung schlechte Erfahrungen gemacht. Er wäre entzückt, wenn der junge Martin für die Dauer seines Pariser Aufenthaltes bei ihm wohnen würde. Unter eindringlichen Beteuerungen überschwänglicher Dankbarkeit hatte der Schakal die Einladung angenommen. Unmittelbar bevor sie aufbrachen, war er rasch auf die Toilette, es gab nur eine gegangen, und wenige Minuten später mit dick untermalten Augen, gepuderten Wangen und karminrot gefärbten Lippen zurückgekehrt. Bernard hatte ganz entsetzt reingeblickt, aber nichts gesagt, solange sie sich in der Bar befanden. »In dieser Aufmachung solltest du nicht herumlaufen«, protestierte er, als sie auf die Straße hinaustraten. »Du siehst damit aus wie all die anderen grässlichen Pupen da drinnen. Du bist ein sehr gut aussehender Junge und hast es nicht nötig, dir das Zeug ins Gesicht zu schmieren.« »Tut mir leid, Jules. Ich dachte, du fändest mich hübscher so. Wenn wir nach Hause kommen, wische ich's mir gleich ab.« Wieder versöhnt führte Bernard den Schakal zu seinem Wagen. Er erklärte sich bereit, seinen neuen Freund zunächst zur Gare Dusterlitz zu fahren, damit er sein Gepäck abholte, bevor sie in Bernards Wohnung gingen. An der ersten Kreuzung wurden sie von einem Polizisten gestoppt. Als der Beamte sich zum linken Vorderfenster hinunterbeugte, knipste der Schakal die Innenbeleuchtung an. Der Polizist starrte sechzig Sekunden lang entgeistert in den Wagen und zog dann angewidert den Kopf zurück. »Alleh!«, befahl er, ohne die Insassen eines weiteren Blicks zu würdigen, und murmelte. »Salpide«, als der Wagen anfuhr. Kurz vor dem Bahnhof wurden sie nochmals angehalten und zum Vorweisen ihre Papiere aufgefordert. Der Schakal kicherte verführerisch. »Ist das alles, was ihr wollt?«, fragte er schelmisch. »Mach, dass ihr weiterkommt«, sagte der Polizist und trat zur Seite. »Provoziere sie doch nicht so«, warnte ihn Bernard Sottovoce. »Du bringst uns noch ins Gefängnis.« Der Schakal löste seinen Koffer und die Reisetasche am Gepäckschalter aus, ohne dabei Schlimmerem als dem verächtlichen Blick des diensttunenden Beamten zu begegnen, und verstaute beide Gepäckstücke im Kofferraum des Wagens. Auf der Fahrt zu Bernards Wohnung wurden sie wiederum angehalten. Diesmal waren es zwei CRS-Männer, ein Sargent und ein Gemeiner, die wenige hundert Meter vor dem Haus, in dem Bernard wohnte, auf einer Straßenkreuzung standen und die Ausweise aller Fahrzeuginhaber kontrollierten. Der Gemeine trat an das rechte Fenster, blickte dem Schakal ins Gesicht und zuckte zurück. »Oh mein Gott, wohin wollt ihr denn, ihr zwei beiden?« »Na, was glaubst du wohl, Süßer?« Der CRS-Mann verzog angewidert das Gesicht. »Schiebt ab, ihr geilen Pupen! Los, weiterfahren!« »Sie hätten sie nach ihren Ausweispapieren fragen sollen«, hielt ihm der Sargent vor, als der Wagen sich entfernte. »Aber Sargent«, winkte der Gemeine ab, »wir suchen nach einem Burschen, der eine Baronin erst um und dumm gefügelt und dann totgeschlagen hat, und nicht nach zwei schwulen Tumpen.« Um zwei Uhr morgens betraten Bernard und der Schakal die Wohnung. Der Schakal bestand darauf, im Wohnzimmer auf der Couch zu schlafen, und Bernard erhob keine Einwände, wenngleich er es nicht lassen konnte, durch die Schlafzimmertür zu spähen, als der junge Amerikaner sich auszog. Es würde offenkundig einer geduldigen, aber konsequenten Taktik bedürfen, um den durchtrainierten Studenten aus dem Staat New York zu verführen. In der Nacht sah sich der Schakal in der mit weibisch-betulichem Geschmack dekorierten, im Übrigen aber hochmodern eingerichteten Küche um, und inspizierte die Lebensmittelvorräte im Kühlschrank. Er kam zu dem Schluss, dass sich eine Person mit den vorhandenen Lebensmitteln drei Tage lang ernähren konnte. Für zwei reichten sie jedoch nicht. Am Morgen wollte Bernard frische Milch holen, aber der Schakal beharrte darauf, dass er es vorziehe, seinen Kaffee mit Dosenmilch zu trinken. So verbrachten sie den Vormittag in der Wohnung. Der Schakal schaltete den Fernseher ein, um die Mittagssendung des Nachrichtendienstes zu sehen. Die erste Meldung betraf die Jagd nach dem Mörder der Baronin de la Channoniere, deren Leiche vor 48 Stunden aufgefunden worden war. Jules Bernard schrie entsetzt auf. »Oh, Brutalität kann ich nicht ertragen«, erklärte er. Im nächsten Augenblick erschien in Großaufnahme ein Gesicht auf dem Bildschirm. Ein gut geschnittenes junges Gesicht mit kastanienbraunem Haar und Hornbrille. Wie der Nachrichtensprecher sagte, handele es sich um das des Mörders eines amerikanischen Studenten namens Marty Schuberg. »Hatte irgendjemand diesen Mann gesehen oder Kenntnis von seinem gegenwärtigen Aufenthaltsort erlangt?« Sachdienliche Hinweise nahm jedes Polizeikommissariat entgegen. Bernard, der auf dem Sofa saß, drehte sich um und blickte auf. Sein letzter Gedanke war, dass der Sprecher sich geirrt haben musste, denn er hatte gesagt, Schubergs Augen seien blau. Aber die auf ihn hinunterstarrenden Augen über den stählenden Fingern, die ihm die Kehle zu drücken, waren grau. Wenige Minuten später schloss der Schakal den eingebauten Garderobenschrank in der Diele, hinter dessen Türjue Bernard mit gebrochenen Augen, verzerrten Gesichtszügen und Heraushängen der Zunge ins Dunkel starrte. Der Schakal richtete sich auf eine zweitägige Wartezeit ein, nahm ein Magazin aus dem Zeitschriftenständer im Wohnzimmer und machte es sich bequem. In diesen zwei Tagen wurde ganz Paris gründlicher durchkämmt als je zuvor in seiner Geschichte. Jedes Hotel, vom elegantesten und teuersten bis hinunter zur schäbigsten Absteige, wurde von Polizeibeamten aufgesucht. Jede Gästeliste wurde überprüft. Jede Pension, jedes Boardinghaus, jede Herberge, Zimmer für Zimmer durchsucht. Bars, Restaurants, Nachtclubs, Kabaretts und Cafés wurden von Ratzien heimgesucht, bei denen Detektive, Kellnern, Barmixern und Rausschmeißern das Foto des Gesuchten vorhielten. Die Häuser und Wohnungen aller polizeinotorischen OAS-Sympathisanten wurden durchsucht. Man sistierte mehr als 70 junge Männer, die unleugbar eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Mörder aufwiesen, um sie nach langwierigen Verhören mit den in solchen Fällen üblichen Entschuldigungen wieder freizulassen. Und das auch nur, weil sie allesamt Ausländer waren und Ausländer höflicher behandelt werden mussten als Einheimische. Auf den Straßen, in Taxis und Bussen wurden Hunderttausende zum Vorweisen ihrer Papiere aufgefordert, auf allen Ausfallstraßen Sperren errichtet und Nachtvögel alle 500 Meter angehalten und nach dem Ausweis befragt. Am 24. August bekam Claude Libel, der in seiner alten Strickjacke und geflickten Hosen in seinem Garten gewerkelt hatte, spätnachmittags einen Anruf aus dem Innenministerium. Der Minister bestellte ihn zu einer Unterredung in sein privates Arbeitszimmer. Um 18 Uhr holte ihn ein Wagen ab. Libel bekam einen Schreck, als er den Minister sah. Der dynamische Chef des gesamten französischen Sicherheitsapparats wirkte müde und abgespannt. Er schien innerhalb der letzten 48 Stunden merklich gealtert zu sein, und um die Augen hatte der Mangel an Schlaf viele feine Linien eingezeichnet. Er forderte Libel auf, in dem Sessel vor seinem Schreibtisch Platz zu nehmen und setzte sich seinerseits auf den Drehstuhl, von dem er sonst gern mit einer halben Wennung nach links auf die Plaspe Wur hinausblickte. Heute freilich schaute er kein einziges Mal aus dem Fenster. »Wir können ihn nicht finden«, sagte er unvermittelt. »Er ist verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt.« »Wir sind überzeugt, dass die ORS-Leute ebenso wenig wie wir wissen, wo er ist.« Er schwieg, seufzte und richtete den Blick auf den ihm gegenüber sitzenden kleinen Detektiv, der mehrmals blinzelte, aber nichts sagte. »Ich glaube, wir haben uns nie richtig klargemacht, was für ein Mann das ist, den Sie da die letzten beiden Wochen hindurch verfolgt haben. Was meinen Sie?« »Er ist hier, irgendwo«, sagte Lebel. »Was ist für morgen vorgesehen?« Der Minister sah aus, als leide er körperliche Schmerzen. »Herr Präsident weigert sich, das vorgesehene Programm für die nächsten Tage auch nur im Geringsten abzuändern. Ich habe heute Morgen mit ihm gesprochen, er war höchst ungehalten. Also bleibt es morgen bei dem bereits veröffentlichten Veranstaltungsprogramm. Um zehn Uhr wird er die ewige Flamme unter dem Arc de Triomphe neu entfachen. Um elf die heilige Messe Notre-Dame besuchen, um zwölf Uhr dreißig in Mont-Valerien vor dem Schrein der Märtyrer der Résistance stille Einkehr halten und anschließend zum Lunch in den Élysée-Palast zurückfahren. Nach dem Mittagsschlaf folgt am Nachmittag noch eine weitere Veranstaltung. Die Überreißung der Medaille de la Liberation an zehn Veteranen der Widerstandsbewegung, deren Verdienste um die Sache der Résistance damit eine späte Anerkennung erfahren sollen. Das wird sich um 16 Uhr auf dem Platz vor der Garment-Parnasse abspielen. Er hat den Ort selbst ausgesucht. Wie Sie wissen, haben die Ausschachtungsarbeiten für den neuen Bahnhof, der 500 Meter vom Alten entfernt gebaut wird, bereits begonnen. Wo jetzt noch die Bahnhofsgebäude stehen, soll ein Geschäftshochhaus nebst Shoppingcenter errichtet werden. Wenn die Bauarbeiten nach Plan verlaufen, dürfte dies der letzte Befreiungstag sein, an dem die Fassade des Alten Bahnhofs noch steht. »Welche Sicherungs- und Absperrungsmaßnahmen sind vorgesehen?«, fragte Lübelle. »Nun, mit dieser Frage haben wir uns alle gemeinsam ausgiebig befasst. Die Menge soll bei sämtlichen Kundgebungen sehr viel weiter als bisher üblich vom Schauplatz der jeweiligen Zeremonie entfernt bleiben. Einige Stunden vor Beginn jeder Veranstaltung werden zunächst die Sperregitte errichtet und dann innerhalb des abgeriegeln Gebiets alle Häuser und Hinterhäuser von oben bis unten durchsucht, Torwege und Innenhöfe inspiziert und selbst die Gullis in Augenschein genommen. Vor und während der Feierlichkeiten postieren wir auf jedem benachbarten Dach bewaffnete Beobachter, die die gegenüberliegenden Dächer und Fenster ständig im Auge behalten. Außer den Kabinettsmitgliedern, den Mitgliedern des Senats und der Deputiertenkammer sowie natürlich den unmittelbaren Teilnehmern an den Feierlichkeiten darf niemand die Absperrung passieren. Wir haben diesmal außerordentlich weitgehende Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Selbst die Gesimse, sowohl im Kirchenschiff als auch an der Außenfront von Notre-Dame, werden bis unter das Dach und zwischen den Türmen mit Polizeibeamten besetzt sein. Sämtliche Priester, die an der Messe teilnehmen, sollen auf Waffen durchsucht werden. Dasgleichen die Mästine und Chorknaben. Für den Fall, dass er sich als Sicherheitsbeamter tarnen sollte, werden beim Morgengrauen besondere Abzeichen an alle Polizei- und CRS-Kräfte ausgegeben. In den letzten 24 Stunden ist der Citroën, in dem der Präsident fahren wird, heimlich mit kugelsicheren Scheiben ausgerüstet worden. Ich muss Sie übrigens bitten, hierüber kein Sterbenswörtchen verlauten zu lassen. Der Präsident darf davon nichts wissen. Er wäre außer sich, wenn es ihm zu Ohren käme. Wie immer wird Marou ihn fahren, und er ist angewiesen, ein rascheres Tempo als sonst zu nehmen für den Fall, dass unser Freund versuchen sollte, auf den fahrenden Wagen zu schießen. Die Cree hat ein Aufgebot besonders hochgewachsene Offiziere und Beamter mobilisiert, die sich, ohne dass es dem General auffällt, möglichst eng um ihn scharen werden. Unabhängig davon soll ausnahmslos jeder, der sich ihm auf 200 Meter nähert, durchsucht werden. Das wird uns todsicher Ärger mit dem diplomatischen Chor einbringen, und die Presse droht bereits mit einem Aufstand. Sämtliche Presse- und Diplomatenausweise werden morgen in aller Frühe überraschend gegen Neue ausgetauscht, damit sich der Schakal nicht unter diese Leute schmuggeln kann. Überflüssig zu sagen, dass die Polizei angewiesen ist, jeden, der mit einem Paket oder einem länglichen Gegenstand unter dem Arm angetroffen wird, sofort abzuführen. Nun, Kommissar, haben Sie darüber hinaus irgendwelche Vorschläge zu machen? Lebel überlegte einen Augenblick, wobei er wie ein Schuhjunge, der sich seinem Direktor gegenüber zu rechtfertigen sucht, seine Hände abwechselnd rieb und zwischen die Knie steckte. In der Tat empfand er als Polizeibeamter, der sich von unten heraufgedient und sein Leben damit verbracht hatte, Gesetzesbrecher zur Strecke zu bringen, indem er seine Augen ein bisschen weiter aufsperrt als andere Leute, manche Errungenschaften der Fünften Republik durchaus eindrucksvoll. Ich glaube nicht, sagte er schließlich, dass er das Risiko eingehen wird, eventuell selbst bei der Sache draufzugehen. Er ist Söldner, er tötet für Geld. Er will mit heiler Haut davonkommen und sein Geld genießen. Und er hat seinen Plan bis ins Einzelne ausgearbeitet, als er in der letzten Juliwoche auf seiner Erkundungsreise hier war. Wenn er die Erfolgschancen seines Vorhabens oder die Fluchtmöglichkeiten auch nur im Geringsten bezweifelte, wäre er längst aus der Sache ausgestiegen. Er muss also noch irgendetwas in petto haben. Er konnte von selbst darauf kommen, dass es einen Tag im Jahr gibt, den Tag der Befreiung. An welchem ist dem General der eigene Stolz, gleichgültig welche Gefahr für sein Leben damit verbunden sein mag, strikt verbietet, zu Hause zu bleiben. Er dürfte sich auch darüber im Klaren sein, dass die Sicherungsmaßnahmen, besonders seit uns seine Anwesenheit zur Kenntnis gelangt ist, so sehr verstärkt worden sind, wie Sie, Monsieur le Ministre, es soeben geschildert haben. Und doch hat er nicht aufgegeben. Le Bell stand auf und begann höchst protokollwidrig im Arbeitszimmer des Ministers auf und ab zu gehen, während er in seinen Überlegungen fortfuhre. Er hat nicht aufgegeben. Und er wird auch nicht aufgeben. Warum? Weil er überzeugt ist, dass er seinen Auftrag erledigen und mit heiler Haut davonkommen kann. Folglich muss er auf irgendeine Möglichkeit verfallen sein, an die noch niemand gedacht hat. Vielleicht eine Bombe, die durch Fernzündung zur Explosion gebracht wird, oder ein entsprechendes Gewehr? Aber der Bombe kann zu leicht entdeckt werden, und damit wäre das Vorhaben gescheitert. Also ist es eine Schusswaffe. Deswegen musste er im Wagen nach Frankreich einreisen. Das Gewehr war im Wagen, vermutlich ans Chassis geschweißt oder irgendwie in der Auskleidung der Karosserie versteckt. Aber mit einem Gewehr kommt er doch nie an de Gaulle heran, rief der Minister aus. Niemand wird in seine Nähe gelassen, außer einigen wenigen ausgesuchten Leuten, und die werden vorher auf Waffen durchsucht. Wie sollte ein Mann mit einem Gewehr jemals durch die Absperrung kommen? Lebel unterbrach seine Wanderung durchs Zimmer und blieb vor dem Schreibtisch des Ministers stehen. Er zuckte mit den Achseln. Ich weiß es nicht. Aber er ist überzeugt, dass er es kann, und bislang hat er Recht behalten, obwohl er einiges Pech gehabt hat, aber auch einiges Glück. Obwohl er von zwei der besten Polizeiapparate der Welt ausgemacht und gejagt wurde, ist er hier. Mit einem Gewehr, in einem Schlupfwinkel, womöglich mit einem wieder anderen Gesicht und mit einer weiteren Identitätskarte. Eines ist sicher, Monsieur le Ministre. Wo immer er auch ist, morgen muss er auftauchen. Und sobald er das tut, muss er als das erkannt werden, was er ist. Da gibt's nur noch eins. Die alte Detektivregel, dass man die Augen offen halten muss. Mir, Monsieur le Ministre, habe ich, was die Sicherheitsvorkehrung betrifft, nicht vorzuschlagen. Sie scheinen mir in der Tat umfassend, ja überwältigend zu sein. Ich kann Sie nur bitten, mich bei jeder der Veranstaltungen umherstreifen und versuchen zu lassen, ob ich ihn entdecke. Das ist alles, was jetzt noch übrig bleibt. Der Minister war enttäuscht. Er hatte auf irgendeine Eingebung eine brillante Idee des Detektivs gehofft, der von Bouvier noch vor vierzehn Tagen als der Best in ganz Frankreich bezeichnet worden war. Und dieser Mann wusste ihm nichts anderes zu sagen, als dass er die Augen aufhalten müsse. Der Minister erhob sich. Aber selbstverständlich, sagte er kalt, »Bitte tun Sie das, Monsieur le Commissaire.« Später am gleichen Abend begann der Schakal in Jules Bernards Schlafzimmer mit seinen Vorbereitungen. Neben die ausgetretenen schwarzen Schuhe hatte er die grauen Wollsocken, die Hose und das kragenlose Hemd, den langen Militärmantel mit einer Reihe angehefteter Orden und Medaillen sowie der schwarze Beret des Kriegsveteranen André Martin auf das Bett gelegt. Die in Brüssel gefälschten Papiere, die dem Träger der ausgebreiteten Kleidungsstücke eine neue Identität verschafften, warf er dazu. Er hatte sich zwei Tage lang nicht rasiert und ein leichter, goldener Stoppelbart wuchs ihm auf Kinn und Wangen. Er würde ihn mit dem Klapprasiermesser, das er bei seiner Ankunft in Paris erstanden hatte, in absichtlich unbeholfener Weise entfernen. Die Aftershave-Lotion-Flaschen, in denen sich das Haarfärbemittel befand, das er bereits für Pastor Jensen benutzt hatte, wie auch das Lösungsmittel standen ebenfalls auf dem Regal im Badezimmer. Marty Schulbergs Kastanienbrauen hatte er sich bereits aus seinem jetzt wieder blonden Haar herausgespült, das er vor dem Badezimmerspiegel kürzer und kürzer schnitt, bis es in bürstenartigen Büschen zu Berge stand. Er überprüfte nochmals seine Vorbereitungen für den kommenden Tag, um sicherzugehen, dass er an alles gedacht hatte. Dann machte er sich ein Omelette, ließ sich vor dem Fernseher bequem nieder und betrachtete eine Varieté-Schau, bis es Zeit wurde, schlafen zu gehen. Der 25. August 1963 war ein glühend heißer Sonntag. Aber wenn auch Paris seine an diesem Tag 19 Jahre zurückliegende Befreiung von den Deutschen feierte, so gab es doch 75.000 Pariser, die nicht mitfeierten, sondern in blauen Serge-Hemden und zweiteiligen Uniformen schwitzten und ihre Mitbürger zur Ruhe und Ordnung anhielten. Die Zeremonie unter dem Triumphbogen verlief genau nach Plan, während rund um auf den Dächern der die Place de l'Etoile umgebenden Häuser Männer mit Feldstechern und Karabinern hinter Schornsteingruppen hockten und die Szenerie wachsam beobachteten. Als die Automobilkolonne des Präsidenten schließlich die Champs-Élysées hinunter in Richtung Notre-Dame davon brauste, atmeten sie allesamt erleichtert auf und kamen wieder herunter. Vor und in der Kathedrale war es das Gleiche. Der Kardinal Erzbischof von Paris zelebrierte, flankiert von Prelaten und anderen Geistlichen, die beim Anlegen ihrer Gewänder ausnahmslos überwacht worden waren, die heilige Messe. Auf der Orgel-Empore hockten zwei mit geladenen Karabinern bewaffnete Männer, von deren Anwesenheit selbst der Erzbischof nichts wusste, und behielten die unten im Kirchenschiff versammelte Menge im Auge. Unter die Andächtigen hatten sich zahllose Polizeibeamten zivil gemischt, die zwar nicht knieten und die Augen schlossen, aber ebenso inständig wie die Gläubigen ihre Gebete das alte Polizistengebet beteten, »O Herr, gib, dass es nicht geschieht, wenn ich Dienst habe.« Und noch immer geschah nichts. Von keinem Hausdach knallte ein Gewehrschuss, auch krachte keine Bombe. In Montvalérien erreichte die Spannung dann ihren Höhepunkt. Ob der Präsident sie überhaupt zur Kenntnis nahe, muss dahingestellt bleiben. Falls ihm etwas auffiel, ließ er sich doch nichts anmerken. Die Sicherheitsbeamten schätzten, dass dem General, solange er sich in dem zur Gedenkstätte umgewandelten Beinhaus auffielt, keine Gefahr drohe. Dass dagegen die durch die engen Straßen dieses Arbeiterviertels führende Anfahrt zu dem alten Gefängnisbau, bei der die Wagenkolonne vor jeder Straßenecke die Fahrt verlangsamen musste, dem Mörder sehr wohl Gelegenheit zu dem geplanten Attentatsversuch bieten würde. Der Schakal aber befand sich zu jenem Zeitpunkt ganz woanders. Pierre Valrémy hatte die Nase voll. Ihm war heiß. Die verschwitzte Uniformbluse klebte ihm am Rücken. An der Schulter scheuerte ihm der Gurt des umgehängten Schnellfeuerkarabiners durch den groben Stoff der Bluse hindurch die Haut wund. Er hatte Durst. Es ging auf Mittag und auf das Mittagessen musste er zu all dem auch noch verzichten. Er begann es zu bereuen, dem CRS jemals beigetreten zu sein. Und jetzt diese Reise nach Paris. Das erste Mal in seinem Leben, dass er aus Rouen herausgekommen war. Er hatte gedacht, er bekäme etwas von der Stadt des Lichts zu sehen, aber er weit gefehlt. Das war nicht drin, nicht mit Sargent Barbiché als Zugführer. Stattdessen nur das Übliche und davon sogar mehr als üblich. Die Absperrung da drüben, Valrémy, da stellen Sie sich jetzt hin und passen auf. Achten Sie darauf, dass die Leute die Barriere nicht wegschieben und lassen Sie niemanden durch, der dazu nicht befugt ist, klar? Sie haben eine verantwortungsvolle Aufgabe, mein Junge. Verantwortungsvoll war gut. Mann, die drehten aber wirklich schon ganz schön durch wegen ihrer Pariser Befreiungsfeier. Schafften da Tausende von Soldaten aus der Provinz in die Stadt und die Pariser Truppen zu verstärken. Männer aus zehn verschiedenen Städten waren letzte Nacht in seinem Quartier untergebracht gewesen. Und die aus Paris hatten da so was von einem Gerücht, Leuten hören, dass irgendeine von denen da oben glaubte, irgendwas würde noch passieren heute. Weswegen denn auch sonst die ganze Aufregung? Naja, waren ja alles bloß Gerüchte, es passierte ja doch nie was. Walremi drehte sich um und blickte die Rüde Renn hinauf. Die Barriere, die er bewachte, gehörte zu einer Reihe gleichartiger Sperrgatter, die sich etwa 250 Meter vom Platz des 18. Juni von Haus zu Haus quer über die Straße erstreckten. In seinem Rücken erhob sich das 250 Meter jenseits des Platzes befindliche Bahnhofsgebäude, auf dessen Vorplatz die Feierstunde abgehalten werden sollte. Zum Bahnhof zurückblickend konnte er dort eine Anzahl Männer die Plätze markieren sehen, auf denen die Kriegsveteranen, die in- und ausländischen Würdenträger und die Musikkapelle der Garde Republiken Aufstellung nehmen würden. Noch drei Stunden. Herrgott, wollte die Zeit denn gar nicht verstreichen? An den Sperrgattern begannen sich die ersten Zuschauer einzufinden. Es gab eben Menschen, die eine sagenhafte Geduld hatten, dachte er. Das musste man sich mal vorstellen, freiwillig, bei dieser Hitze stundenlang zu warten, bloß um 300 Meter weit weg eine Menge Köpfe zu sehen und zu wissen, dass irgendwo mitten darunter Charles de Gaulle sein musste. Und doch waren sie immer zur Stelle, wenn es hieß, er käme. Es mochten inzwischen etwa 100 bis 200 Personen geworden sein, die einzeln und den Gruppen hinter der Absperrung standen, als er den alten Mann sah. Er kam die Straße hinuntergehumpelt, als würde er keine 500 Meter mehr hinter sich bringen. Das schwarze Beret war voller Schweißflecken und der lange Militärmantel hing ihm lappig bis unter das Knie. Von seiner Brust baumelte eine Reihe leise klimpernder Medaillen. Tiefes Mitleid lag in den Blicken, mit denen einige der Leute hinter der Absperrung die jammervolle Gestalt bedachten. Diese kauzigen Opas bewahrten doch immer noch ihre uralten Medaillen auf, als seien sie das Einzige, was das Leben ihnen je beschert hatte, dachte Valremi. Naja, vielleicht waren sie wirklich das Einzige, was einige von ihnen noch besaßen. Besonders von einem ein Bein abgeschossen worden war. Vielleicht hatte sie ein bisschen umgetan, als er noch jung war und zwei Beine hatte, auf denen er den Weibern nachlaufen konnte, sagte sich Valremi, während er den langsam heranhumpelten alten Mann nicht aus den Augen ließ. Jetzt sah er aus wie die am Felsen zerschmetterte alte Seemöwe, die der CRS-Mann einmal am Strand von Kermadeck gesehen hatte. Menschenskind noch mal. Das musste man sich bloß mal vorstellen, wie das wäre, wenn man für den Rest seines Lebens auf einem Bein umherhumpelte, und wie der da ohne seine Aluminiumkrücke keinen Schritt mehr vom Fleck käme. Der Mann humpelte auf ihn zu. Je peux passer? fragte er ängstlich. Na, dann zeigen Sie mir erst mal Ihren Ausweis, Opa. Der Veteran griff fahrig in die Brusttasche seines Hemmles, das dringend der Reinigung bedurft hätte. Er zog zwei Ausweiskarten hervor, die Valremi eingehend in Augenschein nahm. André Martin, französischer Staatsbürger, 53 Jahre alt, geboren in Colmar im Elsass, wohnhaft in Paris. Die andere Karte war auf denselben Namen ausgestellt und Mutilé de Guerre, Kriegsversehrter, überschrieben. Allerdings, dachte Valremi, erwischt hat's dich und das nicht zu knapp. Er betrachtete die Fotos auf den beiden Ausweisen. Sie zeigten den gleichen Mann, waren aber zu verschiedenen Zeitpunkten aufgenommen. Er blickte auf. Nehmen Sie das Beret ab. Der alte Mann nahm die Mütze ab und knollte sie in der Hand zusammen. Valremi verglich das Gesicht vor ihm mit dem auf den Fotos Abgebildeten. Es war dasselbe. Der Mann, der vor ihm stand, sah krank aus. Er hatte sich beim Rasieren mehrfach geschnitten und das Blut mit kleinen Fetzen von Toilettenpapier, die auf den Schnittwunden klebten, zu stillen versucht. Sein Gesicht war grau und von einer fettigen Schweißschicht bedeckt. Über der Stirn stand das vom Abnehmen der Mütze durcheinandergebrachte graue Haar büschelweise in alle Himmelsrichtungen vom Schädel ab. Valremi reichte ihm die Ausweise zurück. Wozu wollen Sie denn hier durchgehen? Ich wohne da, sagte der alte Mann. Ich lebe von meiner Rente. Ich habe eine Mansarde. Valremi entriss dem Alten nochmals die Ausweise, um die darauf angegebene Adresse zu überprüfen. Die Identitätskarte gab sie mit 154 Rue de Rennes Paris-Cisienne an. Der CAS-Mann sah zu dem Haus hinauf, vor dem er stand. Das Schild über dem Eingang trug die Nummer 132. 154 musste sich demnach ein Stück weiter die Straße hinunter befinden. Einen alten Mann passieren zu lassen, der nach Hause wollte, konnte schließlich nicht verboten sein. Also gut, gehen Sie. Aber machen Sie mir keinen Ärger, in einer Stunde kommt Charlemagne. Der alte Mann lächelte, steckte seine Ausweise ein und wäre auf seinem einen Bein und seiner Krücke womöglich noch ins Stolpern geraten, wenn ihn Valremi nicht hilfreich gestützt hätte. Ich weiß, einer von meinen alten Kameraden bekommt heute seine Medaille. Ich habe meine vor zwei Jahren gekriegt. Er tippte auf die Medaille de la Liberation auf seiner Brust, aber nur vom Verteidigungsminister. Valremi warf einen Blick auf die Auszeichnung. Also das war die Befreiungsmedaille. Verdammt kleines Ding, was sie einem dafür gaben, dass man sich ein Bein abschießen ließ. Er erinnerte sich plötzlich seiner amtlichen Würde und entließ dem Veteran mit einem flüchtigen Nicken. Der alte Mann humpelte mühsam davon. Valremi drehte sich um und drängte einen Passanten zurück, der ebenfalls durch die Absperrung zu schlüpfen versuchte. Nichts da, treten Sie hinter die Barriere zurück! Das Letzte, was er von dem alten Soldaten sah, der ganz am Ende der Straße unmittelbar vor dem Platz in einem Hauseingang verschwand, waren die langen Schüsse des Militärmantels. Madame Bertha überrascht auf, als der Schatten auf sie fiel. Es war ein anstrengender Tag gewesen, mit all den Polizisten in sämtlichen Wohnungen, und sie wagte sich nicht auszumalen, was die Mieter wohl dazu gesagt hätten, wenn sie da gewesen wären. Zum Glück waren sie alle bis auf drei in den Sommerferien. Als die Polizei abzog, hatte sie sich endlich auf ihrem gewohnten Platz im Hauseingang niedergelassen und in Ruhe noch ein wenig stricken können. Die offiziellen Feierlichkeiten, die in zwei Stunden auf dem hundert Meter entfernten Bahnhofs Vorplatz beginnen sollten, interessierten sie nicht im Mindesten. Excusez-moi, Madame, ich dachte, dürfte ich Sie vielleicht um ein Glas Wasser bitten? Es ist so schrecklich heiß draußen, und wenn man bei der feierlichen Ordensverleihung zuschauen möchte... Sie sah das Gesicht und die Gestalt eines alten Mannes vor sich, der in einem Militärmantel steckte, wie ihr verstorbener Mann ihn einst getragen Er stützte sich schwer auf seine Krücke und unter dem Mantelsaum sah nur ein Bein hervor. Sein Gesicht war mager und verschwitzt. Madame Berthe legte ihr Strickzeug zusammen und steckte es in die Schürzentasche. Oh, mon pauvre Monsieur, so herumzulaufen und bei der Hitze! Die Feier fängt erst in zwei Stunden an, Sie haben noch viel, viel Zeit, kommen Sie, kommen Sie doch herein! Sie eilte ihm geschäftig in ihre durch eine Glastür von der Halle abgetrennte Wohnung voraus. Der Kriegsveteran humpelte ihr nach. Das Rauschen des Wasserstrahls aus dem Zapfhahn in der Küche ließ sie nicht hören, wie die Tür geschlossen wurde. Sie spürte kaum, dass sich die Finger der Linken des Mannes um ihren Unterkiefer legten. Und das Knirschen der unmittelbar hinter ihrem rechten Ohr eingedrückten Knöchelchen am Warzenfortsatz ihre Schläfenbeins kam völlig überraschend. Das Bild des laufenden Wasserhahns mit dem Glas darunter zerplatzt in tausend rote und schwarze Flecken und ihr Körper glitt schlaff zu Boden. Der Schakal knöpfte seinen Mantel auf und löste den Gurt, mit dem er sich den rechten Unterschenkel unter das Gesäß gebunden hatte. Als er das verkrampfte Bein abwechslend streckte und beugte, um die Durchblutung anzuregen, verzog sich sein Gesicht vor Schmerz. Es dauerte einige Minuten, bevor er wieder mit dem Bein auftreten und es mit seinem Gewicht belasten konnte. Fünf Minuten später war Madame Berthe mit der Wäscheleine, die er unter dem Ausguss fand, an Händen und Füßen gefesselt und ihr Mund mit einem großen Heftpflaster zugeklebt. Er schleifte sie in die Er knöpfte sich den Mantel zu, nahm die Krücke wieder auf, dieselbe, mit der er zwölf Tage zuvor auf den Flughäfen von Brüssel und Mailand durch die Zollkontrolle gehumpelt war und schaute vorsichtig hinaus. Die Halle war leer. Er verließ das Wohnzimmer der Concierge, schloss hinter sich ab und rannte die Treppen hinauf. Im sechsten Stock klopfte er an die Wohnungstür von Mademoiselle Béranger. Nichts. Er wartete ein paar Sekunden und klopfte dann nochmals. Weder aus dieser noch aus der benachbarten Wohnung von Monsieur und Madame Charrier drang ein Laut. Er holte die Schlüssel aus der Tasche, suchte nach dem Schildchen mit dem Namen Béranger, fand es und betrat die Wohnung. Rasch zog er die Tür hinter sich zu und schloss ab. Innenhäuser Posten. Er war gerade noch zur rechten Zeit gekommen. Mit ausgestrecktem Arm entriegelte er leise das Fenster und zog die nach innen zu öffnenden Flügel so weit auf, dass sie die Wohnzimmerwand berührten. Dann trat er ein paar Schritte zurück. Ein breiter Lichtstrahl fiel schräg durchs Fenster auf den Teppich und ließ das restliche Zimmer dunkler erscheinen. Solange er nicht in den Bereich dieses Lichtstrahls trat, würden ihn die Beobachter vom gegenüberliegenden Haus daraus nicht sehen können. Im Schatten der zurückgezogenen Gardine schlich er sich dicht neben das Fenster und stellte fest, dass er nach unten und rechts auf den 130 Meter entfernten Bahnhofsplatz sehen konnte. Er rückte den Wohnzimmertisch von der Seite her bis auf zweieinhalb Meter an das Fenster heran, nahm die Decke und die Vase mit den künstlichen Blumen herunter und legte ein paar Kissen von den Sesseln darauf. Sie sollten ihm als Schießauflage dienen. Dann zog er den Militärmantel aus und krempelte sich die Armel hoch. Die Krücke wurde Stück für Stück auseinander genommen und der an ihrem unteren Ende befestigte Gummipfropf, in welchen die restlichen drei Explosivgeschosse steckten, abgeschraubt. Die von der Einnahme des Schießpulvers aus den anderen beiden geschossen herrührende Übelkeit, der sein so überzeugend elendes, schweißfeuchtes Aussehen verdankte, begann erst jetzt abzuklingen. Er schraubte ein weiteres Teilstück der Krücke auf und ließ den Schalldämpfer herausgleiten. Dem nächsten entnahm er das Zielfernrohr. Dort, wo sich die beiden oberen Streben der Krücke vereinigten, war der Durchmesser der Stahlröhren am größten. Dieser Teil enthielt den Verschluss und den Lauf des Gewehrs. Aus dem y-förmig gegabelten Rahmen holte er die beiden Stahlröhren heraus, die, zusammengesetzt, den Gewehrkolben bildeten. Zuletzt kam die mit einer Lederpolsterung für die Achsel versehene obere Querstrebe der Krücke an die Reihe, in welche lediglich der Abzug des Gewehrs versteckt war. Über den Gewehrkolben gestülpt wurde die ausgepolsterte Strebe zur Schulterstütze. Liebevoll setzte er das Gewehr zusammen. Verschluss und Lauf, obere und untere Kolben Strebe, Schulterstütze, Schalldäffe und Abzugszunge. Zu guter Letzt streifte er das Zielfernrohr über den Lauf und drehte es fest. Er stellte einen Stuhl hinter den Tisch, setzte sich und spähte, leicht über das auf den Kissen aufliegende Gewehr gebeugt durchs Zielfernrohr. Der sonnenbeschiene Bahnhofsvorplatz jenseits des 18. Juni sprang ihm entgegen. Der Kopf eines der Männer, die noch immer damit beschäftigt waren, die Aufstellungsplätze für die bevorstehenden Feierlichkeiten zu markieren, erschien gestochene Schärfe im Blickfeld. Er war ebenso groß, wie die Melone auf der Lichtung im Ardenner Wald ausgesehen hatte. Zufrieden stellte er die drei Patronen wie Soldaten ausgerichtet am Rand der Tischplatte auf. Mit Daumen und Zeigefinger zog er den Gewehrriegel zurück und führte das erste Geschoss in die Kammer ein. Eines würde genügen, aber er hatte noch zwei weitere in Reserve. Er schob den Riegel wieder vor und schloss ihn mit einer halben Drehung. Dann legte er das Gewehr sorgsam auf die Kissen zurück und suchte in seinen Taschen nach Zigaretten und Streichhölzern. Er zog gierig an der ersten Zigarette und lehnte sich zurück, um ein Dreiviertel Stunden zu warten. Kommissar Claude Lebel fühlte sich, als hätte er in seinem ganzen Leben noch nie ein Glas Wasser zu trinken bekommen. Sein Mund war trocken und seine Zunge klebte ihm am Gaumen, als ob sie dort angeschweißt sei. Aber es war keineswegs nur die Hitze, die ihm dieses Gefühl verursachte. Zum ersten Mal seit vielen Jahren bekam er es wirklich mit der Angst zu tun. Heute Nachmittag, dessen war er ganz sicher, würde etwas passieren. Aber auf das Wie und Wann hatte er noch immer keinen Hinweis entdecken können. Er war an diesem Morgen sowohl beim Art du Triomphe als auch in der Kathedrale von Notre-Dame und den Mont Valerien gewesen. Nicht der geringste Zwischenfall hatte sich ereignet. Beim gemeinsamen Mittagessen mit einigen der Mitglieder des Sonderkomitees, das bei Morgengrauen zum letzten Mal im Innenministerium getagt hatte, war er Zeuge des Stimmungswandels geworden, in dessen Verlauf angstvolle Spannung und ohnmächtiger Zorn unversehens in fast so etwas wie Euphorie umschlugen. Nur eine einzige Feierlichkeit stand jetzt noch aus, und wie man ihm versichert hatte, war die unmittelbare Umgebung des Platz des 18. Juni mit beispielloser Gründlichkeit durchkämmt und hermetisch abgeriegelt worden. Er ist weg, sagte Roland, als er in Begleitung der Männer, mit denen er unweit des Élysée-Palastes, wo der Präsident sein Mittagsmahl einnahm, in einer Brasserie gegessen hatte, auf die Sonnenbeschiene Straße hinaustrat. Und das war zweifellos das Klügste, was er machen konnte. Irgendwann und irgendwo wird er sicher wieder auftauchen, und dann werden meine Männer ihn fassen. Jetzt streifte Lebel mutlos am Saum der Menschenmenge entlang, die auf dem Boulevard du Mont Parnasse 200 Meter vom Platz des 18 Juni entfernt gehalten wurde. So weit vom Ort der Feierlichkeiten weg, dass niemand etwas von dem zu sehen bekommen würde, was sich dort abspielte. Alle an den Straßensperren postierten Polizeibeamten und CRS-Männer meldeten das Gleiche. Die Hauptstraßen waren gesperrt, die Nebenstraßen waren gesperrt und alle engen Gassen, Durchgänge und Passagen ebenfalls. Die Hausdächer wurden, sofern sie nicht von Wachen besetzt waren, ständig beobachtet und das Bahnhofsgebäude mit seinen zahllosen bahnamtlichen Büros, deren Fenster auf den Vorplatz hinaus gingen, wimmelte von Sicherheitsbeamten. Sie hockten auf den Lokomotivschuppen und hoch über den Bahnsteigen, auf deren Gleisen kein Zug einlief. Für die Dauer des Nachmittags war der gesamte Eisenbahnverkehr zur Gare Saint-Lazare umgeleitet worden. Die Polizei hatte jedes Haus im Umkreis vom Keller bis in das Dach durchsucht. Die Mieter waren zum großen Teil verreist, in die Sommerferien an die See oder ins Gebirge gefahren. Kurz, der Sperrkreis um den Platz des 18. Juni war, um mit Valentins Worten zu reden, so fest geschlossen wie das Arschloch einer Maus. Bei dem Gedanken an die Ausdrucksweise des Kommissars aus der Auvergne musste Lebel unwillkürlich lächeln. Dann war das Lächeln auf seinem Gesicht urplötzlich wie weggewischt. Auch Valentin hatte den Schakal nicht fassen können. Lebel wandte sich nach rechts, ging die Rue de Vougirat bis zur Ersten Straßenecke hinauf, wandte sich abermals nach rechts und stieß, nachdem er mehrfach seinen Polizeiausweis hatte vorzeigen müssen, am Ende der kurzen Rue Littre auf die Rue de Rennes. Auch hier bot sich ihm das gleiche Bild. 200 Meter vor dem Platz war die Straße blockiert, die Menschenmenge hinter die Absperrung zurückgedrängt und die Straße bis auf patrouillierende CRS-Männer gähnend leer. Er begann le Commissaire. Niemand durchgelassen? Überhaupt niemanden? Nein, Monsieur. Auf dem Bahnhofsvorplatz begann die Musikkapelle der Garde Republiquen ihre Instrumente zu stimmen. Le Bell sah auf seine Armadour. Der General musste jetzt jeden Augenblick eintreffen. Keinen passieren lassen? Überhaupt keinen? Nein, Monsieur, niemanden. Gut so, machen Sie weiter. Vom Vorplatz her drang ein lauter Kommandoruf herüber und aus dem Boulevard du Montparnasse donnerte über den Platz des 18. Juni. Le Bell sah sie in den Bahnhofsvorplatz einschränken, während die Polizisten straff salutierten. Alle Augen folgten den glänzenden schwarzen Limosinen. Die nur wenige Meter von ihm entfernte Menschenmenge drängte gegen die Absperrung. Le Bell sah zu den Hausdächern hinauf. Verlässliche Burschen diese Posten da oben. Ohne dem Schauspiel hier unten auch nur einen Blick zu schenken, hockten sie dort auf den Balustraden und behielten die Fenster und Dächer der gegenüberliegenden Häuser im Auge. Le Bell hatte die Westseite der Rüde Rennes erreicht. Ein junger CRS-Mann stand breitbeinig in dem engen Durchgang, der zwischen dem letzten der quer über die Fahrbahn errichteten Sperregatte und dem Haus 132 verblieben war. Le Bell wies ihm seine Karte vor. Der CRS-Mann salutierte. Haben Sie irgendjemanden passieren lassen? Nein, Monsieur le Commissaire. Wie länger stehen Sie schon hier? Seit zwölf Uhr, Monsieur, seit die Straße gesperrt wurde. Durch diese Lücke hier ist niemand durchgelassen worden? Nein, das heißt nur der alte Krüppel, der da hinten wohnt. Welcher Krüppel? Hältere Mann, Monsieur, Kriegsversehrter, sah hundeelend aus, hat seine Identitätskarte und den versehrten Ausweis vorgezeigt und seine Adresse mit 154 Rüde Rennes angegeben. Also den musste ich ganz einfach durchlassen, Monsieur le Commissaire. Sah wirklich hundsmiserabel aus, richtig krank. Kein Wunder bei dieser Hitze und in dem schweren Wachmantel. Eigentlich verrückt sowas. Wachmantel? Jawohl, Monsieur, langer, Baden getragen haben. Viel zu heiß für dieses Wetter. Was war los mit ihm? Naja, dem wird's wohl bisschen zu warm gewesen sein, nehme ich an. Sie sagten, er sei kriegsversehrt. Was fehlte ihm denn? Ein Bein, Monsieur, kam von ganz dahinten angehumpelt auf einer Krücke. Vom Bahnhofsvorplatz klangen die ersten schmetternden Trompetenstöße herüber. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire et arrive. Einige Zuschauer stimmten die Marseillaise an. Krücke. De Bell selbst meinte die eigene Stimme in diesem Augenblick wie aus weiter Ferne zu hören. Der CRS-Mann sah ihn besorgt an. Ja, Monsieur, eine Krücke, wie sie jeder Bein amputierte hat. So eine aus Aluminium, glaube ich. De Bell drehte sich abrupt um, befahl dem CRS-Mann ihm zu folgen und rannte die Straße hinunter. Sie hatten an der Stirnseite des Bahnhofs im strahlenden Sonnenschein Aufstellung genommen. Längs der Bahnhofs Fassade waren die Wagen Stoßstange an Stoßstange vorgefahren. Ihnen gegenüber, vor dem Schmiede Eisernen Gitter, das den Vorplatz des Platzes 18. Juni trennte, standen die zehn Veteranen, um ihre Medaillen aus der Hand des Staatsoberhauptes zu empfangen. Auf der Ostseite des Bahnhofs Vorplatzes waren die Mitglieder der Regierung und des diplomatischen Chor versammelt. In ihren dunklen Anzügen bildeten sie einen massiven schwarzen Block, in dem nur da und dort das Band der Ehrenregion als roter Tupfen aufleuchtete. Die Garde Republikan mit den dichten roten Federbüschen auf ihren blitzblanken Helmen war auf der Westseite des Bahnhofs Vorplatzes angetreten. Die Musikkapelle stand einen Schritt vor der Front. Eine Anzahl Protokollbeamter und leitender Funktionärin der Präsidialkanzlei umdrängte eine der am Bahnhofseingang vorgefahrenen Limousinen. Die Musikkapelle intonierte die Marseillaise. Der Schakal hob das Gewehr und spähte durch das Zielfernroh auf den Vorplatz hinunter. Er visierte den linken Flügelmann der Kriegsveteranen an, der als erster seine Medaille bekommen würde. Er war klein und untersetzt und hielt sich sehr gerade. Sein Gesicht erschien nahezu im Vollprofil scharf durchgezeichnet im Fadenkreuz. In wenigen Minuten würde sich ihm ein anderes hinzugesellen, ein stolzes, arrogantes Gesicht, welches das Veteranen um gute dreißig Zentimeter überragte und vom Schirm eines Fonds mit zwei goldenen Sternen geschmückten Kaki Kepis beschattet wurde. Marchant, marchant à la victoire, rumtata, rumtata. Die letzten Takte der Nationalhymne waren verklungen und in die eingetretene Stille hinein gelte das Kommando »Präsentiert das Gewehr« über den Bahnhofsvorplatz. Ein schlagartiges, dreifach klatschendes Geräusch folgte, als weiß behandschuhte Finger den befohlenen Präsentiergriff im gleichen Takt ausführten. Die um die Limousine versammelte Gruppe teilte sich und in ihrer Mitte erschien eine einzelne hochgewachsene Gestalt, die jetzt auf die angetretenen Kriegsveteranen Zuschritt. Etwa fünfzig Meter vor ihnen blieb die Gruppe stehen. Nur der Minister für die Angelegenheiten ehemaliger Kriegsteilnehmer, der die Veteranen ihrem Präsidenten vorstellen würde, und ein zweiter Mann, der ein Samtkissen trug, auf dem zehn Medaillen und eine gleiche Anzahl farbiger Bänder lagen, folgten Charles de Gaulle. »Hier?« fragte Lebel. Er war stehen geblieben und deutete keuchend auf einen Hauseingang. »Ich glaube, ja, Monsieur, ja, hier war es, der vorletzte Eingang, hier ist er rein.« Der kleine Detektiv stürzte in den Hauseingang und Valremi rannte ihm nach. Er war ganz froh, nicht mehr auf der Straße zu sein, wo ihr absonderliches Verhalten Aufsehen erregt und bei einigen der höheren Offiziere auf dem Bahnhofsvorplatz, die jetzt straffe Haltung annahmen, missbilligendes Stirnrunzeln hervorgerufen hatte. »Nun ja, wenn er sich deswegen zum Rapport würde melden müssen, könnte er immer noch sagen, dass der komische kleine Mann sich als Polizeikommissar ausgegeben und er, weil Remy ihn zurückzuhalten versucht habe. Als er in die Halle stürmte, rüttelte der Detektiv an der Tür zum Zimmer der Concierge. »Wo ist die Concierge?« schrie er. »Keine Ahnung, Monsieur.« Bevor er ihn noch daran hätte hindern können, hatte der kleine Mann die Milchglas- Scheibe mit dem Ellenbogen eingeschlagen, hindurchgelangt und »Und ob ich dir nachkomme,« dachte Val Remy, »du scheinst mir ja völlig durchzudrehen.« Er fand den kleinen Detektiv in der Waschküche auf dem Fußboden kniend vor. Als er ihm über die Schulter blickte, sah er die concierge gefesselt am Boden liegen. Sie war noch immer bewusstlos. Donnerwetter. Plötzlich dämmerte ihm, dass der kleine Mann doch kein Spinner, sondern tatsächlich ein Kriminalkommissar war und dass sie beide einen Verbrecher jagten. Dies war der große Augenblick, und er wünschte jetzt nur, er wäre schon wieder heil und wohl behalten in der Kaserne zurück. »Oberstes Stockwerk!« rief der Detektiv und begann die Treppen in einem Tempo hinaufzuhetzen, das ihm Val Remy, der seinen umgehängten Schnellfeuerkarabiner spannte und entsicherte, während er libellen nachstürzte, nicht zugetraut hätte. Der französische Staatspräsident blieb vor dem ersten der angetretenen Veteranen stehen und beugte sich ein wenig zu dem Minister hinab, der ihm erklärte, wer der Mann war und welche Verdienste er sich auf den Tag genau vor 19 Jahren erworben hatte. Als der Minister seine Ausführungen beendet hatte, wandte sich der Staatspräsident dem Mann mit dem Kissen zu und nahm eine der darauf liegen Medaillen zur Hand. Während die Kapelle leise La Marjolaine zu intonieren begann, heftete der hochgewachsene General dem vor ihm stehenden älteren Mann die Medaille auf die stolz geschwellte Brust. Dann trat er einen Schritt zurück und salutierte. Sechs Stockwerke hoch und 130 Meter entfernt hielt der Schakal das Gewehr sehr ruhig im Anschlag und visierte durchs Zielfernrohr. Ganz deutlich konnte er die Gesichtszüge erkennen, die vom Schirm des Kippies beschatteten Braun, den ernsten Blick, die bugartig vorspringende gewaltige Nase. Er sah ihn die salutierende Hand vom Mützenschirm nehmen und jetzt befand sich die dargebotene Schläfer haargenau im Fadenkreuz des Zielfernrohrs. Sachte nahm er den Druckpunkt und drückte dann ganz ruhig durch. Bruchteile von Sekunden später starrte er auf den Bahnhofsvorplatz hinunter, als könne er seinen Augen nicht trauen. Noch bevor das Geschoss den Lauf verließ, hatte der französische Staatspräsident unvermittelt den Kopf vorgebeugt. Während der Killer ihn in ungläubigem Staunen beobachtete, küsste er den Mann, der in straffer Haltung vor ihm stand, feierlich auf beide Wangen. Da er einen Kopf größer war als der Veteran, hatte er sich zu ihm vor- und hinabbeugen müssen, um diese, bei solchen Anlässen in Frankreich und manchen anderen Ländern übliche, für Angelsachsen jedoch immer wieder verblüffende Geste zu vollführen. Man errechnete später, dass das Geschoss den Kopf des Präsidenten nur Millimeter verfehlte. Ob er den einer geneigten Flugbahn die Schallmauer durchschlug, ist nicht bekannt. Anzumerken war ihm jedenfalls nichts. Der Minister und der Mann mit dem Ordenskissen hatten nichts gehört und diejenigen, die 50 Meter entfernt standen, ebenso wenig. Das Geschoss bohrte sich in den von der Sonne aufgeweichten Asphaltboden des Bahnhofsvorplatzes und explodierte, ohne Schaden anzurichten, als es gute zwei Zentimeter tief in die Teerschicht eingedrungen war. La Marjolaine wurde weitergespielt. Der Präsident richtete sich wieder auf, nachdem er den zweiten Kuss gegeben hatte und trat gemessenen Schritts auf den nächsten Veteranen zu. Hinter seinem Gewehr hockend begann der Schakal leise hasserfüllt zu fluchen. Nie zuvor in seinem Leben hatte er aus einer Entfernung von 130 Meter ein unbewegtes Ziel verfehlt. Aber dann fing er sich wieder. Es war noch immer Zeit. Er riss den Aussprang und auf den Teppich fiel, griff nach dem zweiten Geschoss, legte es in die Kammer ein und verriegelte den Verschluss. Keuchend erreichte Claude Lebel den sechsten Stock. Er glaubte, gleich müsse ihm das Herz aus der Brust springen und auf dem ganzen Treppenflur umherhüpfen. Es gab zwei Türen zu Wohnungen, die auf die Straßenfront hinausgingen. Er sah unschlüssig von der einen zu anderen und der CRS-Mann trat mit dem entsicherten Schnellfeuerkarabiner im Arm hinter ihn. Während Lebel noch zögerte, drang aus der Wohnung zu rechnen ein leises, aber unverkennbares Geräusch, das wie Pfft klang. Lebel deutete mit dem Zeigefinger auf das Türschloss. Aufschießen, befahl er und trat zur Seite. Der CRS-Mann verlagerte sein Gewicht auf beide Beine, senkte das Kinn und gab einen Feuerstoß ab. Holzsplitter, Metall und plattgeschlagene Patronenhülsen flogen in alle Richtungen. Die Tür bog sich und sprang mit einem Ruck auf und schwang nach innen. Valremi drang als erster in die Wohnung ein. Lebel folgte dicht hinter ihm. Die kurzen grauen Habische konnte Valremi wiedererkennen, aber das war auch alles. Dieser Mann hier hatte zwei Beine, trug keinen Wachmantel mehr und die Arme, die das Gewehr hielten, waren die eines noch jungen, kraftvollen Mannes. Der Killer ließ ihm keine Chance. Er erhob sich halb vom Stuhl hinter den Tisch und feuerte mit einer geschmeidigen Drehung zur Tür hin in leicht gebückter Haltung aus der Hüfte. Der Schuss fiel lautlos. Der Widerhall der eigenen Salve dröhnte Valremi noch immer in den Ohren. Das Geschoss zerschmettete ihm das Brustbein und explodierte. Er fühlte, wie es ihn von innen heraus zerriss und zerfetzte und spürte das wütende Zustechen von schneidendem Schmerz. Und dann spürte er es nicht mehr. Das Licht schwand, als sei es mitten im Sommer Winter geworden. Der Teppich kam auf ihn zu und schlug gegen sein Gesicht. Oder war er es, der mit dem Gesicht auf letzte, was er wahrnahm, war ein salziger Geschmack im Mund, wie er ihn vom Baden im Meer bei Kerma Decke erkannte, und eine einbeinige Seemöwe, die auf einem Pfahl hockte. Dann wurde alles dunkel. Claude Lebel hob den Blick von Valremis Leiche und sah dem anderen Mann in die Augen. Sein Herz macht ihm jetzt keinerlei Schwierigkeiten. Er schien gar nicht mehr pumpen zu wollen. Scherkal, sagte er. Der andere Mann sagte nur, Lebel. Er machte sich an dem Gewehr zu schaffen, dessen Riegel er zurückriss. Lebel sah Metall aufblinken, als die leere Patronenhülse zu Boden fiel. Der Mann griff blitzschnell nach etwas auf der Tischplatte und steckte es in die Gewehrkammer. Noch immer waren seine grauen Augen unverwandt auf Lebel gerichtet. Er will mich kalt machen, dachte Lebel. Und ein merkwürdiges Gefühl der Unwirklichkeit überkam ihn. Gleich wird er schießen. Er wird mich umbringen. Er zwang sich, zu Boden zu blicken. Der Junge vom CRS war seitlich hingeschlagen und der sein Händen entglittene Karabiner lag Lebel vor den Füßen. Ohne zu überlegen ließ er sich auf die Knie fallen, packte die M.A.T. 49 und riss sie mit einer Hand hoch, während er mit der anderen nach dem Abzug tastete. Er hörte, wie der Schakal den Verschluss seines Gewehrs zuschnappen ließ und hatte selbst schon den Abzug gefunden. Er zog ihn durch. Das ohrenbetäubende Krachen der explodierenden Munition, das den kleinen Raum widerhallend erfüllte, war bis hinaus auf den Bahnhofsvorplatz zu hören. Den noch am gleichen Tag erfolgten Anfragen der Presse wurde entgegnet, es müsse sich um ein Motorrad mit schadhaftem Auspuff gehandelt haben, dass irgendein Kerl nur wenige Straßen vom Schauplatz der Gedenkfeier entfernt angelassen habe. Eine halbe Magazindadung von neun Millimeter geschossen zerfetzte dem Schakal die Brust, warf ihn empor, drehte ihn in der Luft einmal um sich selbst und schmetterte seinen durchsiebten Körper in die gegenüberliegende Zimmerecke, wo er als blutgetränktes, unordentliches Kleiderbündel nahe dem Sofa liegen blieb. Im Fallen hat er noch die Stehlampe umgerissen. Unten auf dem Bahnhofsvorplatz begann die Kapelle »Mon Régiment et ma Patrie« zu spielen. Am gleichen Tag erhielt Superintendent Thomas um 18 Uhr einen Anruf aus Paris. Als er aufgelegt hatte, rief er den dienstältesten Inspektor seines engeren Mitarbeiterstabs zu sich. »Sie haben ihn erwischt«, sagte er. »In Paris?« Das hat sich also erledigt, aber es wäre gut, wenn sie rasch in seine Wohnung gingen und die dort verbliebenen Sachen nochmals süchteten. Es war gegen 20 Uhr. Der Inspektor schickte sich gerade an, Calthrops persönliche Habe einer letzten Prüfung zu unterziehen, als er jemanden durch die offene Wohnungstür kommen hörte. Ein großer, breitschultriger Mann war eingetreten und betrachtete ihn mit finsterer Mähne. »Was wollen Sie?«, fragte der Inspektor. »Genau das darf ich Sie wohl fragen. Was zum Teufel haben Sie hier zu suchen?« »Jetzt reicht's mir aber«, sagte der Inspektor. »Wie heißen Sie?« »Calthrop«, sagte der Mann. »Charles Calthrop.« »Und das hier ist meine Wohnung. Also, was tun Sie hier? Raus mit der Sprache!« Der Inspektor wünschte, er hätte eine Waffe bei sich. »Schon gut«, sagte er leise, ohne den Mann aus den Augen zu lassen. »Am besten Sie kommen gleich mit mir auf einen Plausch zu Scotland Yard.« »Mit Vergnügen«, sagte Calthrop. »Sie sind mir eine Erklärung schuldig.« Tatsächlich war es dann aber Calthrop, der Erklärungen abgab. Man ließ ihn erst nach vierundzwanzig Stunden frei, nachdem nicht weniger als insgesamt drei voneinander unabhängige Bestätigungen aus Frankreich gekommen waren, dass der Schakal tot sei, und die Inhaber fünf abgelegener schottischer Gasthöfe bezeugt hatten, dass Charles Calthrop in den letzten drei Wochen seine Anglerleidenschaft gefrönt und sich in dieser Zeit als Gast bei ihnen eingemietet hatte. »Wenn der Schakal nicht Calthrop war«, bemerkte Thomas zu seinem Inspektor, nachdem er Calthrop schließlich hatte gehen lassen, »wer zum Teufel war er dann?« »Es kommt überhaupt nicht in Frage«, erklärte der Commissioner der städtischen Polizeibehörde in London am nächsten Tag gegenüber Assistant Commissioner Dixon und Superintendent Thomas mit allem Nachdruck. »Dass die Regierung ihrer Majestät jemals einräumt, dieses Schakalsubjekt könne die britische Staatsangehörigkeit gehabt haben. Soweit sich das von hier aus überblicken lässt, wurde in der Tat zeitweilig ein gewisser Engländer verdächtigt. Das hat sich aber jetzt aufgeklärt. Uns ist auch bekannt, dass dieser Bursche, dieser Schakal, sich auf seiner Mission in Frankreich vorübergehend als Engländer ausgegeben und einen ihm aufgrund falscher Angaben ausgestellten Pass besessen hat. Aber er gab sich auch als Däne, als Amerikaner und als Franzose aus, und zwar mit Hilfe zweier gestohlene Pässe und gefälschter französischer Ausweispapiere. Was uns betrifft, so ist festzuhalten, dass es unsere Ermittlungen waren, die es den Franzosen möglich machten, den unter dem falschen Namen Duggan in Frankreich umherreisenden Schakal in diesen Nest da in Gap aufzuspüren. Das wäre alles, meine Herren. Der Fall ist damit abgeschlossen. Am Tag darauf wurde auf dem Friedhof eines Pariser Vororts in einem nicht näher bezeichneten Grab die Leiche eines Mannes beerdigt. Den Totenschein zufolge handelte es sich um einen namenlosen ausländischen Touristen unbekannter Nationalität, der am Sonntag, dem 25. August 1963, auf einer Schnellstraße außerhalb der Stadt von einem Automobil, dessen Fahrer flüchtig war, überfahren und getötet wurde. Bei dem Begräbnis waren ein Priester, ein Polizeibeamter, ein Angestellter der Friedhofsverwaltung, zwei Totengräber sowie ein weiterer Mann zugegen, der es ablehnte, seinen Namen zu nennen. Mit Ausnahme des Letzteren zeigte keiner der Anwesenden auch nur eine Spur von Teilnahme, als der schlichte Fichtensarg in das ausgehobene Grab gesenkt wurde. Als alles vorüber war, drehte sich der Mann um und ging, eine einsame kleine Gestalt, die lange Friedhofsallee zum Ausgang zurück. Nach Hause zu seiner Frau und seinen Kindern. Der Weg des Schakals war zu Ende. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.